aufs Erzähl zu haben, ich bin nicht live gegangen. Das passiert mir immer. Das passiert mir immer, dass ich nur die Übertragung auswähle. Ja, schade. Ich habe gerade eine schöne Anmoderation gemacht. Ach, verdammte. Naja, die gibt es dann bei dir auch nicht zu hören, weil du stumm bist währenddessen. Oder? Stimmt, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja versehentlich meine Aufzeichnung laufen, aber ne, ich habe mein Mikro stumm, ja. Ah. Bitter. Sehr, sehr bitter. Wie lange warten wir noch? Richtig pampelmusig, ey. Zwei Minuten. Ja. Ach, hast du genauso getimt, dass die 15 Minuten dann vorbei sind? Ja. Aber so bin ich immer so halbwegs. Du machst das schon länger, ne? Ich bin ein bisschen später dran. Ich habe deine Thumbnail gar nicht gesehen. Oh, das muss ich mir eben noch anschauen, schnell. Das ist genau das Gleiche wie das letzte Mal. Ah, schade. Ich habe nichts dran geändert. Keine Zeit. Da habe ich meine Zahl dabei. Nee. Ich sage mir, bei Livestreams lasse ich die weg. Und bei normalen Videos auch. Außer beim ersten. Äh, so. Warte, warte, warte. Jetzt sehe ich deinen. Aber es ist halt auch cursed, ne? Wer oder was? Dein, dein, dein Thumb, die Augen von den Tassen. Ich habe das bei mir so oft neu gemacht, dass ich auch nur halbwegs zufrieden war damit. Und bis dein Hintergrund einigermaßen Stress-Bugs stand. Den habe ich gar nicht, gar nicht bemerkt. Ich sehe, die Thumbnail ist ja nur super klein eigentlich. Aber ich mag das eigentlich, wenn die AI so irgendwie so einen Mumpitz macht, wo man dann denkt, ey, was ist das denn? Wenn man dann so den, 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 den zweiten Blick auch noch drauf hat, ne? Ja, ja, das, 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 das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich persönlich bin da auch gar nicht so anti. Es macht aber mein Leben auch einfach so viel einfacher, ne? Das ist, ich denke mir das auch bei, ich mache ja relativ viele normale Videos, ne? Momentan aus den Dive-Streams raus. Ey, du kannst da nicht aus einem Game, wo alles Pixel-Grafik ist, interessante Screenshots machen und sowas. Das, das geht einfach irgendwann nicht. Naja, nicht solange du ein Ein-Mann-Projekt bist, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ja, sieht alles gleich aus. Das ist trotzdem einigermaßen ansprechend. Ich habe das eine, äh, Tom von dir gesehen. Ah, warte, ich muss das Spiel mal starten. Ähm, wo, äh, was war das? Backpack Hero? Ähm, der Rucksack. Der Rucksack, der, der die Maus umarmt. Ah, hab ich mir auch gedacht, okay. Ja, aber hier gibt es keine Rucksäcke, die Mäuse umarmen. Wir sind bei Fiete Cups unterwegs. Live, live. Oh, hallo. Hallo, 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 da sind wir. Cups, 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 Cups. Willkommen bei, 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 äh, Atlas Stress Bugs. Oh, halt, äh, bei, äh, bei Prinzessin Atlas Stress Bugs. Prinzessin Atlas Stress Bugs. Von und zu Stress Bugs. So. Von und zu. Äh, äh, hast du gespielt in der Zwischenzeit? Nein. Ich hab gar nichts gestern kurz gespielt. Um wieder reinzufinden? Ja. Naja, gar nicht, weil ich gehofft hatte, oh, vielleicht, äh, das nächste Level ab für den Biber, aber nein, nein. Es ist immer noch in weiter Ferien. Oh, teilweise, ja. Ah. Ja. Was, was möchtest du machen? Hast du den Geist schon freigespielt? Ja, ich hab den Geist schon freigespielt. Das heißt, es ist mir egal, ob wir bei dir oder bei mir chillen. Ja, dann, ich würd sagen, ich komm einfach zu dir, Hugo. Dann komm rum, warte. Ähm, was, was machen wir denn? Machen wir, machen wir andere, äh, Sachen, die wir schon gemacht haben, nur in schwieriger? Sowas wie die, äh, Zitronenschose? Weil da würd ich nämlich den Bär nehmen. Die Zitronenschose? Ja, da, wo du eigentlich nur Zitronenlimo hast. Das ist ja Retro, nee. Nee. Ich mein, außerdem muss ich vielleicht zugeben, dass ich, äh, die ersten beiden, äh, schon durchhabe, tatsächlich. Oh, du hast die schon durchgenudelt? Ja, es ist, es ist tatsächlich nicht so anspruchsvoll. Außer, äh, in einem kommt ein Thug. Ein, 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 ein Bandit oder was auch immer, so ein, so ein Gangster-Typ. Ich hab verstanden, ein Thug. Ja, ja, auch ein, ein Th, Th, TH. Aber da steht natürlich auch, Thug, Gwill, come to visit. Catch them to pay. Also, sie hauen ab, ohne zu zahlen, das ist ganz witzig. Ähm... Oh Gott, sieht das cursed aus. Hast du auch den Geist? Den Geist? Ich? Oh nein, ich bin der Geist. Oh Gott, der sieht so cursed aus von vorne jetzt. Zeig. Oh, das ist ja super. Oh, das ist richtig toll. Was? Wie kannst du das nicht gut finden? Von, von, von hinten, okay. Da siehst du, dass das irgendein Öhrchen sein soll, ne? Aber von vorne, das sieht aus, als wäre einfach nur der, ich weiß nicht. Ja, als wäre er geschmolzen. Als wäre, ja, ich wollte gerade sagen, als wäre ich ein Marshmallow, der irgendwie übers Lager voll gehalten wurde, aber weggezogen, bevor er braun ist. Kennst du Sorgenfresser? Das sind so... Ja. Ja, ja, genau. Da hat meine Nichte, ich fand das so geil, wir waren letztens ja Geburtstagsessen beim Griechen und da hatte meine Schwester ihre Tochter dabei, also quasi meine Nichte, nicht nur quasi, sondern auch direkt, ne? Quasi, quasi. Also meine Schwester, also quasi die Tochter meiner Eltern, aber ja. Und ich sehe die ja nicht so häufig, ne? Und die ist jetzt ein Jahr alt geworden und meine Schwester hat auch so einen Sorgenfresser mit so Spielzeug drin. Und ich fand das so krass, dass die, die hat den Sorgenfresser in Hand genommen, hat den Reißverschluss genommen, aufgemacht, reingegriffen, Spielzeug rausgenommen. Und ich dachte so, ey, ist das... Hört sich jetzt blöd an, aber ich dachte so, alter, ist das krass. Warum weißt die, wie man den Reißverschluss und wofür der gut ist? Und dann, boah, ich war völlig geflasht. Aber es ist auch nicht... Ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Ich glaube, da sollst du deine Sorgen reintun in den Reißverschluss. Ja, aber das ist ja noch ein Konzept, was die nicht versteht. Ja, ja, okay. Ja, okay. Irgendwann, also bald, sobald es um Steuern geht und so. Ja, ja, ja. Ja, aber ist auch so, ich sag mal so. Und die können ja nur Sachen lernen, die sie sehen und haben. Sag mal, warum hast du eigentlich einen Fernseher? Für das Highscore-Leaderboard. Also hat mich tausend... Wie viel hast du gedaddelt? Wirklich nicht viel, wirklich nicht viel. Warte, no records today. Nice. Warte, ich auch nicht. Ach nee. Ach so, doch, ich hab gerade eben, als wir Hallo gesagt haben, einmal gestartet. Soll ich lieber zu dir, wenn du mit dem Aussehen deines Geistes nicht zufrieden bist? Nö, das passt schon. Dann wissen die Kunden ganz genau, was auf sie zukommt. Ich glaub, das wissen sie, wenn sie die Karte sehen, glaub ich schon. Okay, pass auf. Ich mach... Lass uns dann erst ein Level aus dem ersten Gebiet machen. Auf schwieriger. Aber es muss dann schon das letzte Level sein. Und danach machen wir weiter Progress. Okay, worum ging's in dem Level? Ist egal. Warte, heiß... Ich räume einfach kein Müll und keine schweren Sachen raus. Ja, das... Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich sehe eine Hitze-Maschine. Also, das ist ein Thema anscheinend. So. Oh, bist du Herr Bär jetzt? Okay. Ja. Ich dachte so, ja, Geist hat eigentlich nur den Vorteil... Ja, du rumpelst halt mit niemandem zusammen. Ja, 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 also zu dritt war das schon stark. Ja, ja. Ja, das war schon interessant. Guck mal, die 101% Orange-Juice. Ich hab letztens gesehen, es gibt nicht nur 100% Orange-Juice als Spiel, sondern mittlerweile auch 200%, ich glaub, 200% Fruit-Juice oder sowas. Oh, Fruit-Juice. Du hast auch gesagt, du hast mal wieder Multivitaminsaft getrunken, oder? War das immer da los? Ja. Komm schon. Eigentlich. Fettere Eis-Maschine. Äh... Movement-Speed. Nice. So. Haben wir alles? Brauchen wir irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Äh... Ich mach einmal Hitze und Eis an. Siehste, zum Glück hab ich den, äh, den Geist nicht mehr. Ja? Ansonsten hätt ich irgendwie kein... Ja, ja. Sonst hätte ich die aber ja auch nicht geholt. Nein, natürlich nicht. So. Na. Ich hasse es, dass X immer zuerst voll ist. Oh nein, die ungeduldige... Ah, die ungeduldige. Ah, verdammt! Wie hört die Becher auf sie? Äh, ich hätte gerne heiße Orange, sagt sie. Okay. Ist es jetzt schon voll? Ja, okay. Hier ist die heiße Orange. Wollen wir gleich mal sexual harassment mäßig sein? Äh, hier ist ihre heiße Orange. Die passt so gut zu mir. Hier ist ihre heiße Orange. Wegen ihrer Orangenhaut. Äh, ich meine, weil sie so heiß sind. Ah! Ah! Orange oder Melange. Ich mach einen Priority Sale. Glaub ich. Aber ich weiß nicht, worum das passiert. Hi Lingard, grüß dich. Ah, und, äh, es heißt nicht Hallo Poderich und Atlas, sondern Hallo Poderich und Prinzessin Atlas. Prinzessin Atlas. Von und zu Stress Bugs. Von und zu Stress Bugs. Korrekt. Denn schon, denn schon. Aber hallo. Oh, tschwap tschi. Nice. Ach, tschwap tschi. Äh, Lingard, Shai kommt nicht. Die, ähm, hat um die Uhrzeit keine Zeit. Normalerweise sind wir am Wochenende. Ist halt immer so ein bisschen... Muss man halt mal gucken, wie was, äh, möglich ist, ne? Ja, und ich Prinzessin hab quasi die Uhrzeit und den Tag vorgegeben. Also man hat sich nach mir gerichtet. Es ist meine Schuld. Man richtet sich immer nach den Royals. So. Äh, will ich auch, will ich wohl auch meinen, ne? Äh, so, Turn Off. Und aus. Nice. Wir haben's noch drauf, ne? Wir haben's noch drauf. Aber sowas wollen. Am ersten Tag. Schon Minus gemacht. Sehr gut. Welche Story möchtest du zuerst hören? Die Oster-Samstag-Story? Oder die Story von heute? Die Oster-Samstag-Story? Ich mag Chronologie. Äh, müssen wir was bestellen? Warte mal kurz. Ja. Äh, achso. Nada. So. Hast du schon? Okay. Oster-Samstag. Äh, eingeplant 6 bis 9 Uhr? Ja. Obst Gemüse. Wann war ich da? Punkt 6. So. Okay. Alles picobello. Gehe ich unten ins Lager. Mhm. Stehe die eine Chefin da. Und so ihr erstes Wort. Oder ihr erster Satz. Ja. Also. Ihr wisst ja, dass heute ein sehr beschäftigter Tag ist. Und so ne. Also. Ich hab erwartet. Ich habe erwartet. Dass ihr eine halbe Stunde eher da seid. Ne. Quatsch. Stopp. Falsch. Ich habe erwartet, dass ihr 10 Minuten eher hier seid. Mhm. Mhm. Aber ja. Aber ja. Nichts für ungut. So. Ja. Erstens. Warum zur Hölle? Wenn, wenn das gesagt wird von wegen, ja, hey, das ist so und so, wäre cool, wenn, alles kann. Ja. Naja, klar. Ja. Aber dann, dann zweitens. Fucking 10 Minuten. Ey. Hammer. Das würde das irgendeinen Unterschied machen. Ja, das. Und die Frage ist doch, dann warum sagst du es nicht vorher? Wenn du es doch der Meinung bist, es zu erwarten, dann sag das doch vorher. Ja. Ich meine, es ist alles kein Problem, wenn gesagt wird, hey, äh, Leute, ihr wisst ja, äh, Samstag ist äh, stressiger Tag. Es wäre cool, wenn ihr... Um 5 Uhr wäre auch okay gewesen. Also, das ist ja kein Problem, da eher zu kommen. Das machen wir ja öfter mal. Aber dieses... Ja, ja. Ich habe erwartet, dass... Ja, ja. Ja, scheint ein Kommunikationsmonster zu sein, ne? Ja. Und dann wegen 10 Minuten. Ja, ja. Ja. Frag nicht nach Sonnenschein. Okay, ja. Ja. Genau, eben. Und um 10 Minuten, wo es... Also, wo dir jetzt der Mehrwert sehr gering ist. Wenn du sagst, okay. Ja. Weil wir müssen uns irgendwie anders aufteilen heute. Keine Ahnung. Äh, einmal kurz Lagebesprechung 5 Minuten vorher, ne? Hm. Was weiß ich. Aber... Das ist doch Hanebüchen, ey. Äh. Äh. Ja. Hab ich das jetzt aus oder angemacht? Äh, aus. Okay, alles aus? Okay. Ja, wir schauen mal. Ja. Ja, okay. Das klingt nach der klassischen... War sie denn sauer da deswegen? So nachhaltig. Nein, aber... Okay. Nein, aber das ist einfach... Ich weiß nicht. Das ist wieder sowas, wo du dir denkst, aha, danke, dass du mir meine Laune schon für den ganzen Arbeitstag... Genau. Am Anfang gleich so. Danke für diese Tyrannei, ja. Alles. Ja. Ja. Aber gut. Wir brauchen M-Cups. Und Zitronen. Und auch Orangen, glaube ich. Und ich glaube, wir haben nicht so viel Geld. Ja, Orangen. Zitrone, Orangen. Okay, dafür hatten wir genug Geld. Oh. Geht das einfach alles... Ja, dann. Wo ist dein ganzes Geld? Ich habe ein Deal mit dem Devil. Und ich weiß nicht, wer S-Cups gekauft hat, obwohl wir noch welche hatten. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist toll. Äh, die Maschinen... Sieht das auf den Crock-Bär. Auf den Crock-Bär mit den Handschuhen, ja. Mit den durchsichtigen Handschuhen. Geh mir das. Achso, da kann man nicht lagen. Ah, was habe ich das vermisst? Warum stehe ich eigentlich nicht irgendwie so ein Welcome to Pony Island Spiel oder sowas? Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ich habe schon überlegt, mal so ein My Little Pony Game zu daddeln. Aber wie du hatte ich für den 1. April nicht wirklich Zeit im Busen. Ich habe ja was geplant für den 1. April, aber das ist durch die Flugverzögerung meiner Frau. Ah, schade. Nicht so. Ja, ich hätte gesagt, du, setz dich hin, spiel Mario 64 und behaupte einfach, das bleibt jetzt so. Ja, hör mal, der wäre auf jeden Fall gut gewesen, glaube ich. Doch, 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 doch. Vor allem, weil meine Frau ja absolut keine Videospiele spielt. Ja, aber du musst dich natürlich noch dazu motivieren, auch wirklich sich da ein paar Stunden hinzusetzen. Ja. Am Ende ist sie erfolgreicher als du damit, ey, so ein Mist aber auch. Ja, ich glaube auch. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Geräusch niebel? Äh, das Pfeifen oder? Irgendwas ist gerade mit der Grafik passiert, glaube ich. Ja, es hat sehr geruckelt, als das Geschenk da unten angeflogen waren. Geschenk? Es ist nicht heiß. Ja, dieses Kombo-Geschenk. Ist gerade runtergerast. Hä? Ich könnte schwören, die haben jetzt dickere Outlines als vorher. Ist das nicht so? Alles? Hm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es lag aber auch, es schwimmt so ein bisschen die Grafik gerade. Ja, ja. Uh. Na. Wow. Goldeneye multiplayer. Das wäre auch was. Ich habe letztens mal wieder Goldeneye gedabbelt. Oh, Goldeneye? Das war wirklich? Ja, ja. Auf dem End 64. Ah, okay. Und ich fand das, ich fand die Steuerung so mies, weil die einfach komplett falsch ist. Falsch. Dass man die immer wieder gecheckt hat. Ja. Dass man mal gecheckt hat. Ah, ja. Stimmt. Du konntest das ja umstellen, dass du mit den C-Knüppel-Dingern gucken kannst. Wollen wir warten, bis das noch die nächste Ladung hat? Äh. Ja. Hä? Hast du das bei der Hitze gemacht? Bei der Hitze müssen wir ausmachen. Ach, die speichert nur eins, ne? Ja, ja. Und die müssen wir vor allem ausmachen über Nacht. Ich habe die ausgemacht. Ah, sehr gut. Ah, guck. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die das über Nacht behält. Ja. Ich glaube, eins behält sie. Und wenn du es aufhörst, das ist zwei. Companion Doll. Ja. Wir werden es gleich sehen. So. Was sind unsere Wünsche? Ähm. Ist mir eigentlich egal, ne? Das linke wäre das meiner Meinung nach das sinnvollste. Einfach, weil es weniger Geld kostet im Endeffekt. Genau. Ah, 64 Money haben wir noch. Cup Coins. Oh nein, die Stuff Shoes kosten zu viel. Äh. Protection Period. Ah, alles Quatsch. Alles Muppets. Ja, ja. Muppets. Hanebüchener. Unsinn. Ist doch eine Maa. Eine Mäher. Eine Räuberpistole. Oh, hallo Retro Gaming Panda. Hi. Das ist... Wow. Retro Gaming Panda hört sich aber auch sehr cool an. Äh. Ist auch sehr cool. Es ist ein relativ erfolgreicher YouTube-Kollege. Ich sage ganz arrogant tatsächlich, Kollege. Es ist... Es ist... Es ist ein Freund. Ja. Ähm. Es ist... Ähm. Also ich sage mal so, egal welches Gameboard... Ach, übrigens. Vorhin habe ich an dich noch gedacht, Retro Gaming Panda. RGP. Jetzt wird es interessant. Ich habe nämlich... Das hier. Ich halte es mal eben in die Kamera. Weil es eine meiner Lieblingssachen ist zu tun. Äh. Dieses Spiel... Relativ günstig erstanden. Wollte mich dann nochmal rückversichern, ob es sich dabei um ein sinnvolles, coole Spiel handelt. Und musste feststellen, du hast kein Video dazu. Ähm. Was ist denn das? Da... Also es ist ein... Es ist ein Curvy Gameboy Spiel und er hat kein Video dazu gemacht. Das ist äh... Richtig Gameboy? Oder... Gameboy Gameboy? Ja, ja. Gibt es noch andere Gameboys? Gleichzeitig... Gameboy Gameboy? Gameboy Gameboy. Gibt auch den GBA und den GBC und den... Ja, ja. True. Uh, das kennst du noch nicht? Das hast du noch nicht? Ja, Moment, Moment, Moment. Ja, warte. Ich muss mal eben den Kunden hier abfrühstücken. Und dann... Und dann... Kann ich wieder weiter... Äh... Weiter chatten. Äh... Habe ich alles, was die wollen? Keine Ahnung. Da. Oh... Und hier noch ein British Cup. Den müssen wir auch noch bedienen. Danke für die Zitrone. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wer ist denn das? Super dissatisfied. Desatisfied, ey. Ah, ja, ja. Jetzt haben wir keinen Companion-Doll-Gedöns mehr. Jetzt... Jetzt... Äh... Es wird... Es wird bald wieder besser. Wenn wir noch einen guten Devil-Deal kriegen, dann bauen wir auch wieder Stress ab. Das stimmt. Ähm... Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt, aber Kirby's Block... Ah... Es ist... Es ist quasi Doppel-Pong. Zum Blockbreaker, oder? Ja, genau. Es ist... Es ist herausragend. Es ist wunderschön. Und wer auch immer vor mir dieses Spiel besessen hat, äh... Hat sehr viel Zeit da rein investiert, wie ich schon gesehen habe, an den Spielständen. Achso. Ich dachte, das ist so abgeranzt und abgenutzt. Äh... Nein, überhaupt nicht. Wenn es nicht so wunderschön wäre, hätte ich es mir nicht geholt. Das... Ja, das stimmt allerdings. Ähm... So... Okay, das ist aus. Ja, das ist egal. Äh... Warte, stopp hier. Äh... Aber solange du was in der Hand hast, kann ich nicht zumachen. Okay. Wow. Ordentlich Kohle. Kirby's Blockball heißt es, genau. Es ist wie MOH. Was ist MOH? Medal of Honor? Warte, gleich. Das war zwischen... Ich kenne auch nur Medal of Honor. Ich kenne auch nur Medal of Honor. Ah... Entschuldigung. Ah, zum richtigen Ziel musst du stehen bleiben. Ja. Achso. Achso, hier. Goldeneye. Ja, ja. Ja, ja. Na... Ja, wenn ich jetzt sage, es ist wie bei Metroid Prime, dann sind die Leute in Metroid Prime böse. Warum... Warum ist da jetzt im linken und im rechten so ein Notizblock unten in der Ecke und bei der mittleren nicht? Im linken ist das bei mir nicht. Achso. Achso. Warte mal. Vielleicht... Weil du das schon mal hattest und ich nicht. Ich glaube, dieser Notizblock zeigt an, was man schon mal hatte und was nicht. Nehme ich jetzt mal an. Komm. Nehmen wir mal extra Fructose. Ist der schlechteste, aber... Naja, wir müssen schon Geld damit verdienen, wenn die Kunden schon hier Diabetes dank uns kriegen. Dann musst du den extra Schritt gehen und den Leuten auch Fructose anbieten. Neh? Dann musst du sagen... Ja. Gute Wahl. Wie wäre es mit etwas Fructose? Kapptasse. Sehr geehrte britische Kapptasse. Kapptasse. Ja. Kapptasse. Äh... Kapptasse. Kappkapp. Neh. Na, ist auch nicht gut. Ja, in unserem Spiel geht es darum, dass wir in Stressbugs arbeiten, wie wir den Laden getauft haben. Verschiedenen Aufgaben nachgeben. Prinzessin Atlas hat ihn so getauft. Prinzessin Atlas hat ihn so getauft. Korrekt. Ähm. Und es kommen leere Gefäße, die von uns gefüllt werden wollen. Und das ist nicht behalb so anzüglich, wie es klingt. Und du hast doch nicht mehr ernsthaft M-Cups bestellt. Warum? Warum? Nur noch zwei. Ja, und die sieben, die hier drin sind. Schmeiß mein Geld zum Fenster raus. Ja, das stimmt. So fühlt sich das also an. Ja. So. Ähm. Genau. An der Kasse nimmt man Bestellungen entgegen. Dann wollen die Leute ganz widerliche Sachen. Ich meine, das ist noch einer von den Läden, wo es geht. Sind wir ehrlich. Also... Die dumme Bitch. Entschuldigung? Wie redest du mit unseren Kunden? So wie sie es verdienen, ey. Was hat die denn gemacht? Die ist da in der Bestellung drin gestanden. Und als ich mich genähert habe, um es aufzuheben, zack, die hat mich reingelaufen. Für Stress. Dann ist das wirklich eine dumme Bitch. Echt, Mann. Äh, so. Ja, genau. Wie an Janosch-Serien erinnert der Artstyle. Was hast du getan? Nichts. Du wolltest nochmal neu anfangen. Darum brauchen wir mehr M-Cups. Ja. Ja. Aber, aber genau. Es sieht so ein bisschen nach Janosch aus. Stimmt, ja. Darf ich noch nicht drüber nachhören? Vor allem der Bär, ne? Ja, ja. Vor allen Dingen der Bär, ja, ja. Halt. Shit. Also wenn... Ich wüsste jetzt nicht, dass Janosch einen... einen Nachtdienst-Biber gemalt hat. Also... dass das da irgendwie mal Thema war. Zitrönchen. Ah! Die hat keine Zeit. Sie hat keine Zeit. Ich hab die Zitrone vergessen vorhin. Oha. Wir brauchen auch neue Zitronen. Meinst du gesliced? Oder? Gesliced. Geslitten. Ah, vielleicht hab ich vor noch keine Fructose reingesteckt. Unser Boden sieht auch hart aus. Nein, nein, der soll so. Das ist, äh, das Dekor. Ich hab schon wieder auf die, 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 die falsche Kacke geguckt, ey. Wir stellen jetzt auch noch Kacke. Die, die, die S-Cups natürlich loswerden, ne? Die S-Cups, ja. So. Äh, ich glaube, übrigens, äh, hab ich auch, äh, die Patch-Notes von dem Spiel gesehen. Das wird echt häufig geupdatet. Also tatsächlich mehrmals die Woche. Warum? Also meistens nur so meiner Bug-Fixes, ne? Aber... Die scheinen da schon dran zu sein, tatsächlich. Oh nein, sie hat keine Zeit. Und ich hab auch keine Zeit. Wer was? Okay. Um sie, um ihre Bestellung entgegenzunehmen. Ah! Achso, da ist noch eine. Es ist, ah! Ich, ich, ich nehm den nächsten. Kannst du die Eismaschine mal ausmachen. Oh. Äh, Dose. Ja. Das Schlimmste an dem Spiel ist, wenn sie irgendwie was mit Wasser gestreckt haben wollen und dann unten noch irgendwie so Bubble-Tea-Kugeln oder Schleim oder irgendwas. Vor allem, vor allem, wenn es drei Teile Wasser sind, ne? Ja, ja. Ja, ja. Dafür bin ich aber auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja. Äh, Müll ist draußen, Geräte sind aus. Schick. Puh. Genau. Hast du Bock auf Story von heute? Ja, sehr gerne. Auf Story von heute ist immer gut. Fangen wir natürlich mal gestern an, ne? Also. Ja. Gestern hat meine Frau geschrieben, hey, ich hab wieder Internet, weil die hat sie ja abgemeldet. Wegen, ne? Sie wollte ja hier sein vor zwei Wochen. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. So. Ja, ich, äh, buch den Flug dann, äh, wenn ich wieder Internet hab. So. Dann hatte sie gestern Internet. Dann hat sie gemeint, ja, äh, in so einer halben Stunde, bla bla bla, das war um elf Uhr abends. Mhm. Und ich muss um sechs Uhr in der Früh arbeiten. Ja. Ja, nö, passt. Dann geh ich noch, äh, kurz duschen und alles Mögliche. Äh, nimm ruhig, was du da für richtig hältst. Okay. Äh, wollte ich jetzt, ich wollte noch einmal deinen Segen abwarten. Und ich wusste jetzt nicht, ob das eine Geschichte ist, wo ich dich so konzentrieren muss, dass du nebenbei keine Kunde bedienen kannst. Okay. Definitiv. Haben wir vergessen, die Zitronen wegzupacken? Ja, haben wir. Ist egal. Die können wir jetzt wegwerfen. Es gab keinen Stress, wow. Ist tatsächlich auch was dran. Ja, ja, genau. Es gab keinen Stress. Es war trotzdem eine perfekte Schicht. Hm, sowas von perfekt. Ja, absolut. So. Dann haben wir hier um zwölf Uhr Flüge angeguckt. Äh, weil mir ist immer noch freindampen. Stress. Ja. Ja, ich hab den Laden einfach mal aufgemacht. So. Ähm, dann haben wir Flüge geguckt. Erstmal Air France und KLM. Mhm. Und dann, ja, entweder hier am 18. war der erste mit Air France, dann hat sie sich nochmal umentschieden. Dann haben wir jetzt einen anderen Flug genommen. für den 17. Okay. Und, das haben wir fertig gehabt mit bezahlen und sowas, weil die musste dann noch meine Bestätigung im Online-Banking abwarten, weil die hat ja meine Kreditkarte gemacht und so. Mhm. Mhm. Ähm, da waren wir um ein Uhr fertig. So. Und sie wusste ja, dass ich um sechs Uhr arbeiten muss. Ja. Ja. Und, ähm, ja, dann hab ich um, bin ich um ein Uhr ins Bett gegangen. Musste um fünf Uhr wieder aufstehen. Mhm. Dann mach ich ja morgen auf und sie, oh scheiße, es ist hell draußen. Da war es sieben Uhr noch was, aber ich hab nämlich vergessen, in dem ganzen Stress meinen Bäcker zu stellen. So. Gut. Dann ruf ich, ähm, in der Abteilung an und dann, äh, hat er, Selig schon gemeint, ja, hat dem Chef schon gesagt, ich will jetzt einen Grund haben, warum er nicht da ist, ne? Ja, ja gut. Das ist meistens so. Ja, das ist halt, das ist halt immer so, ne? Von wegen, ja, äh, warum hier und so? Erstens sind ja keine Kindermädchen, ne? Und zweitens, es hat immer alles mit irgendeinem Grund, der wird ja nicht aus Spaß sagen. Ja, kommt jetzt nicht oder später. Also, so. Jedenfalls ruf ich dann direkt beim Cheftelefon an. Ja. Und dann eher so, ah ja, nee, du, kein Problem, die sind eh zu dritt in der Abteilung. Ähm, es ist eh nichts zu tun. Kannst auch zu Hause bleiben, wenn du willst. Das Glück ist auch mit den Dreisten, ne? Weißt du, wenn ein Kollege morgens nicht zur Arbeit erscheint, ohne sich abzumelden in irgendeiner Form. Würde ich immer vom Schlimmsten ausgehen, dass er, äh, einen Verkehrsunfall hatte, oder was weiß ich was. So. Ja, klar. Du kriegst als Belohnung frei. So. Du, vor einigen Jahren. Ah, wir haben keinen zu spät, ne? Hm. Hm. Ja. Äh, ich komme ja fast, aber wir haben auch keine Dinger hier. Ich komme ja fast nie zu spät, so. Ja. Und dann war das einmal so, dass ich, äh, so richtig verpennt habe. Ne? Also so absolut bis 9 Uhr irgendwas. Und... Warte, muss ich das heiß machen? Nein, aber vom Kloseren. Ähm. Und dann haben sie einen Kollegen schon zu mir geschickt, um zu gucken, ob irgendwas los ist, dass er klingelt und so. Haben versucht, bei mir anzurufen. War das meint? Nein, weiß ich nicht. Egal. Ja. Und... Ja, ich hatte mein Handy auf lautlos, meine Chip-Wingel deaktiviert. Und dann haben, waren die kurz davor schon die Polizei zu rufen, weil, ähm... Ja. Die nicht wussten, ob da vielleicht irgendwas, äh, passiert ist. Und wegen liegt tot in der Wohnung oder sonst irgendwas. Weil da vorher scheinbar, ähm, in einem anderen Kaufland, das Gleiche passiert ist. Oha. Da ist jemand, äh... Ja, da ist jemand nicht zur Arbeit gekommen und, äh, der ist, äh, an dem Tag gestorben. Ja, gut, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass es eine Serie ist, ne? Aber... Ja, gut, aber das ist halt dann so, oh oh, ne? Ja, 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 dann wirst du hellhörig, ne? Das stimmt schon. Äh, kann ich zumachen? Achso, nee, du hast noch ein Getränk. Hm. Ja, äh, die Zitronenscheibe? Ja, mach ich auch. Aber direkt nach draußen, genau. Haha. Du tust das wohl direkt raus, du. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ich hatte mal... Ja, meine Hoheit. Also, von einer, von einer anderen Station hat, äh, ist ein Kollege auch nicht zum Spätdienst gekommen. Und die haben sich da alle bescheuert gemacht, so, oh, das, das sieht ihm nicht ähnlich und was weiß ich was, ne? Und irgendwann hab ich gesagt, so, der, der ist jetzt eine Stunde drüber, ihr sagt, das ist noch nie passiert, der hat sich bei keinem abgemeldet. Habt ihr denn schon angerufen? Ja. Ach, meinst du, sollten wir wirklich? Ich sag, entweder machst du dir Sorgen, dann musst du dich ja jetzt drum kümmern, oder du machst dir keine Sorgen und dann will ich's nicht weiter hören, ne? So, dann, dann will ich mir das nicht weiter anhören müssen. Ähm, und dann hab ich da persönlich Polizei und Feuerwehr angerufen. Die Feuerwehr hat die, also die Polizei war sehr, sehr cool. Die Feuerwehr war richtig genervt von mir. Hahaha. Weil ich sag so, ja, also erstmal vorab ist jetzt hoffentlich kein Notfall. Und er sagt, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, wenn sie die Feuerwehr anrufen, ne? Ich sag, ja, Alter, was soll ich denn machen? Was soll ich, 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 ich kenn keine andere Nummer. Ähm. Ach, schön. Hahaha. Feierlich aber. Ja. Ähm. Ja, ein bisschen hin und her, sagt er, ja, okay, ich verstehe die Situation. Also wir hatten jetzt keine Fahrt mit seinem Namen oder sowas. Ähm. 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 So, das, das sorgt für den meisten Stress. Ähm. Haha. Schön. So, ja, wir, 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 wir können da einfach hinfahren, äh, und die Tür aufmachen. Ich sag, die Tür aufmachen? Hm. Naja, vielleicht hat er auch nur verpeilt, dass er Dienst hat, oder so. Hahaha. Ähm. Ähm. Wie auch immer. Ähm. Ähm. Ende vom Lied war, ich bin da hingerannt, hab der Feuerwehr gesagt, äh, 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 wenn er mir nicht aufmacht, dann rufe ich nochmal an. Hahaha. Und, äh, äh, am Ende des Tages war es so, äh, dass alles zusammengekommen ist. Der war mit seinem Handy in der Warteschleife bei seinem Internetanbieter, deswegen war Festnetz belegt, Handy nicht vergeben, und der hatte einfach komplett den Tag verpeilt, weil der irgendwie was für die Uni gemacht hat oder sowas. das hieß die ganze Zeit nur, das ist dem seit Jahr, äh, Jahrzehnten nicht passiert und sowas. Äh, ne, so. Aber, boah, ey, so viel Aufruhr. Ja. Aber was ich vor allen Dingen mitgenommen hab, ist, dass die Feuerwehr, die Polizei, wie gesagt, hatte ich echt Glück, die war echt cool am Telefon. Der Feuerwehr-Dude, der hatte gar keinen Bock auf mich. Der hatte gar keinen Bock auf meinen Scheiß. Hahaha. Ähm, was ist denn jetzt der Plan? Also welchen, äh, weil das hab ich auch nicht mehr mitbekommen, äh, kommt Lisbeth denn jetzt bald? Oder fliegst du? Oder was, was, was machen wir jetzt? Nö, äh, sie kommt am 17., sie landet am 17. Ah, okay. Regular. Ähm. Warum hast du so früh gegrüßt? Ähm. Oder war das bei dir ein anderer Timer? Ich hab, äh, das ist ein Bonus von mir. Ach, du kannst einfach grüßen, was du willst. Äh, nein, 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 nicht ganz, was ich will, aber ich hab einen deutlichen Increased, äh, äh. Ah, okay. Ich bin jetzt dafür, ne? Den Balken. Deinen Balken ist einfach größer als meiner. Dicken, dicken Balken hab ich dabei. Ich hab nur den dicken Ockel. Wenn ich jemanden sehe, der häufiger vorbeikommt, zeig ich ihm meinen dicken Balken und drück drauf, ja. Nice. Kein Wunder, dass die Kundschaft, äh, ne, hier sucht ich, äh. Kundschaft? Dass die Reculas sind. Die Reculas. So. Ja. Äh, sie kommt am 17. oder was? Habe ich, oder? Ja. Ja. Okay. Und bleibt? Ja. Geplant, 3 bis 5 Jahre. Okay, alles klar. Also, okay, alles klar. Ne, weil zwischendurch hab ich auch mal was anderes gehört? Ja, dass ich nach Peru aus dem Mann da bin. Ja, ja. Sag mal dann doch. Ähm. Gut. Leg ich das wieder hin, ja? Du. Kannst du auch in der Hand behalten. Von mir aus ist das okay. Meine Güte. Hi. Aha, okay. Das merke ich mir. Das, äh. Das, äh. Wir brauchen eine neue Hitze-Maschine, ey. Oh, ne, wir haben nur einen Tag oder so. Da wird kein Geld mehr rein investiert. Obwohl, so langsam machen wir Plus mit dem Laden. Ist schon gut. Ach. So, zweimal Orange. Wenn ich jetzt Hitze mache. Ah, ich kann es noch nicht abhieten dadurch. Achso, ne, es ist. Ja. Es hat tatsächlich nur einen. Ah. Kannst du schon mal die Zitrone draufstecken? So. Eine Ladung ist halt so bisschen wenig. Sagt er auch, dass es so lange braucht, ne? Ja, das stimmt allerdings. Dann wird auch fast alles. Würde ich jetzt trotzdem mal aussitzen. Äh. Ist das, ist das alles? Ne, Eishöfel hatten wir noch gerne. Und einmal einen dicken Onkel reinhalten und da viel Spaß. Puh. Also. Haben wir eine knappe Kiste jetzt. Ja, das habe ich natürlich sinnvoll gemacht. Das Drei-Phasen-Getränk hier, sehr schön. Ein Regular. So. Oh, wir haben keine M-Cups. Keine M-Cups. Was? Oh nein. Auch keine M-Cups. Brauchst du noch eine, äh, das da? Zitrone habe ich schon. Okay. Äh. Eins. Zwei. Was war da? Böp, böp. Ach, warte. Es sieht immer noch mehr Stellungen an hier. Oh. Oh. Ah. Was? Wer? Wer? Warum? Ah, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Brauchst du noch Oranges? Weil wir haben keine Oranges mehr. Oh, scheiße. Wir können keine Bestellungen mehr annehmen. Oh, 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 oh. Und am besten auch die Orangen mitbringen, ne? Äh. Ja, tu da was von rein. Eine nur. Ah, Zitronen! Zitronen! Ich glaube, vielleicht ist gerade ein Unglück geschehen. Ja. Es könnte sein, dass ich unsere, äh, Orders vertauscht habe. Oh. Das ist kein Problem. Na, sagst du so. Da unten steht ja noch ein Becher, ne? Das weißt du schon. Hitze. Ja, der ist schon aber nicht abgeholt worden. Hahaha. Ach so. Ach so, ich dachte schon. Äh. Also da. Oh, wir worken overtime. Nein! 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 Aber froh! Hahaha. Hurro! Okay. Ja, tschau, Panda. Schön, dass du da warst. Und ich freue mich auf Sonntag. Ich glaube Sonntag oder Sonnstag. Ich freue mich, ich freue mich auch auf Sonntag. Was ist denn Sonntag? Äh, ein Interview mit ihm bei einem anderen YouTube-Kanal. Oh, sehr cool. Ja. Das wird super. Super. Super! Äh, forced to skip VIP passage. Ich hab keine Ahnung, wie man skippt. Was? Ich weiß es auch nicht. Wir haben das. Warum sollten wir auch? Irgendwas mit B war das. Warum sollten wir denn was in einer anderen Reihenfolge machen? Irgendwas mit B war das. When prioritized sales. Das machen wir nie. Wir machen das nie. Wirklich. Nee. Wenn dann nur durch Zufall, ne? Ja, eben. Seh ich nicht ein. Das Spiel ist so taktisch raffiniert. Du musst eigentlich Leute warten lassen wahrscheinlich. Ja. Ja. Oh, minus 50% Stress. Wäre das gut für uns heute? Ja. Wir haben, glaub ich, im Moment 15. Oder so. Oder ich zumindest. No need to pay any fees. Oh. Das ist stark. Ist egal am letzten Tag, oder? Naja, wir kriegen abhängig davon die Monetas, ne? Nee, wir kriegen abhängig davon, wie viel wir verdient haben. Nicht wie viel wir am Ende übrig haben. Ja? Das ist vom Income. Ja. Das hab ich das letzte Mal gesehen. Ah, guck. Dann scheiß drauf. Ähm. Struktose today. Nö. Ach so, ja. Ist natürlich auch gut. Ähm. Ja, komm. Minus Stress. Machen wir safe bet. Das wird sinnvoll sein. Von 17 auf. Ja, komm. Ach so, wenn wir openen. Okay. Ja, genau. Wenn wir aufmachen. Oh, minus Stress-Chance. Äh. Ja, dann go. Oh, das ist das Beste, ne? Ja, Order Mask ist stark. Äh. Komm. Beides noch einmal. Da möchte ich jetzt nämlich nicht. Ja. Haben wir. Wie viele Cups haben wir noch? Das sind das S und M Cups. Ja, ne? Äh, links ist S, hier ist M. Ja, perfekt. Natter ist genug. Äh, Funktose vielleicht. Funktose kommt. Natter haben wir. Ja. Okay. Dö, dö. Was machst du hier? Verschwinde! 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 Das ist so geil, wenn die, äh, wenn die Banditen kommen, dass man denen hinterherlaufen muss. Oh, das kann ich nicht so gut machen. Ich auch nicht. Ich habe auch einen relativ langsamen Dude. Was machen, was macht der Geist dann? Der kann ja in keine Leute reinbanden. Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe auch bis zum Ende nicht rausgefunden, ob man, ähm, den nur berühren muss. Oder ob man noch was drücken muss. Weil ich habe einfach immer alle Buttons gespammt dabei. Ohne Zusammenhang. Ich habe bis zum Ende nicht rausgefunden, ob man den nur berühren oder auch was drücken muss. Ja. Hm, 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 hm. Klipp das, klipp das. Okay. Liebes Doktor Sommer Team. Regular! Wie hast du mir das ins Gesicht gebrüllt gerade? Naja. Ich habe ja extra eine Maske auf, ne? Warum hast du eigentlich eine Maske auf und warum hat der Links kein Stroh? Ich hätte gerne Stroh rum. Stroh rum mit Bohnen, hm, hm. Boah, lecker! Oh, oh, mein Leib-Getränk. Warum nicht ein Eisbüffel tauschen? Ja. Du weißt, was ich meine, oder? Ja? Ah, warte, ich habe es vor Kurse drin. Achso, der ist meine ich nicht. Nein, das meine ich nicht. Äh, der meiste noch nicht. Achso. Ich meine, ich wollte das hier tauschen. Ah, ja. Ja. Er ist der letzte Tag. Was ist damit passiert? Ach, die Kundschaft ist abgehauen. Ja, die Kundschaft hat keine Zeit. Die sind so wichtig für uns. Die haben Places to be and times to be there at. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. As-Agezin. Danke. Bitteschön. So, nehmen wir. Ahh. Ahhh. Ahh. Auch noch, ja, genau. Ja, das könnte knapp werden. Zweiter ist Zitronnen. Süß. Hitze. Finger rein. Go. Diese British Cups, die stressen mich aber auch direkt, sobald sie da sind, um ehrlich zu sein. Ja. Das stimmt. Die ganzen fancy schmancy, ne? Hauptsache, dass Make-up sitzt. Ja, und ich muss auch weg. Ich habe noch Termine. Heute ist ein wichtiges Fotoshooting. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was. Was British Cups so machen, den ganzen Tag. Ja, ja. Lassen wir das lieber. Ja, ja. Wahrscheinlich irgendwelche kaum genießbaren Kuchen produzieren. Irgendwas habe ich hier sehr falsch gemacht. Kann ich das noch verkaufen? Ja. Ja, kannst du. Okay, das ist gut. Naja, solange das Liquid richtig ist, kannst du es verkaufen. Aber ist es ja dann meistens nicht, wenn man... Ah, nein, alles ist leer. Alles ist leer. Andi, gar nicht. Ich brauche nur noch Citronis. Was bin ich hier? Achso, ich brauche nur noch... Ja. Ja. Einmal den Onkel rein. Ah! Warum ist das nicht sweet? Weil du schon süß genug bist, lieber Kunde. So. Aha! Schöne Pissigung hier! Sexual Harassment Panda! Ich dachte, das war Retro Gaming Panda. Ja. Ja. Ja, ja. Der andere ist jetzt gerade im Chat. Ja, heiß machen auch noch. Oh Gott! Was? Wie viele Leute sind denn hier? Ach, ist das, weil ich irgendwann mal Rush Hour genommen habe? Ja, hm. Ich würde es annehmen, ja. Wir haben ja gar nicht genug Leute für. Das kann man ja unmöglich schaffen. Liquid doesn't match. Willst du mich trollen? Okay, jetzt ist es... Ja, wieso? Das ist sowieso alles hier, Mompitz. Warum kann man keine Order skippen? 19, ich finde die 19. 19 ist gar nicht mehr da. Fände ich als Kunde auch richtig kacke, übrigens. So, ne, ihre Order haben wir geskippt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Oh Gott. Gut, dass wir Fruchtogen gekauft haben, ey. Keine fucking Zitronenscheibe. Oh, nein. Squeeze da Oranges rein. Nein, ich habe zwei Oranges reingesqueesed. Nein. Ich war so kurz davor. Ähm. Ähm. Verkauf das einfach. Heilig dich gerade? Ist das so? Ich weiß es nicht genau. Ja. Ich habe versucht, es zu verkaufen. Es ging nicht. Ich mache den Laden zu. Nein, die Order ist noch da. Okay, nochmal neu. Oh, die andere Order. Nein. Nein, der Stress. Nein. Oh. Wie konnten wir am letzten Tag derartig versagen? Wir haben einfach keine Schei dabei. True. True. Ach, und dann wirst du noch... Aber du hast die Eismaschine angelassen. Ja. Der Chef kommt am nächsten Tag in den Laden. Sieht er zwei heulende, kollabierte Mitarbeiter am Boden. Ja. Hammer. Warum ist denn der Stecker hier noch in der Steckdose? Geht alles von deinem Lohn ab, Kollege. Ja, aber siehst du allerdings bei der Belohnung 3591? Das ist ja das, was wir verdient haben. Nicht das, was wir es am Ende üblich haben. Ja, ja, ja. Ja, ist ein guter Call auf jeden Fall. Ja. Wo bin ich wieder der Geist? Das habe ich mich auch gefragt. Siehst du? Und darum sollten wir keine höheren Schwierigkeiten gerade machen, sondern neue Terri... Oh, der Wolf sieht auch traurig aus. Ja, der weiß, er muss zur Arbeit. Anders als ich heute. Ha, 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 ha. Also ich sage mal so, da muss man schon ein großer Gönner sein, um da nicht neidisch zu werden. Naja, aber ich habe dafür auch kein Geld gekriegt. Also, so ist ja nicht. Du wirst ja einen Festgehalt bekommen. Da gehe ich fast von aus. Weil solange du nicht als Freelancer in Deutschland tätig bist, ist das so. Ja, aber wir haben ja ein Überstundenkonto und so. Ja, das heißt, du hast Stunden investiert, aber du bekommst ja trotzdem Geld. Also tatsächlich, die Stunden, die du nicht gearbeitet hast, sind keine Stunden. Das ist richtig. Nein, nein. Bei uns ist es ja so, wir haben ein Überstundenkonto. Also wir können aussuchen, wie wir das haben wollen. Entweder so ein komplett, wie heißt das, Langzeit, Freizeit, Konto, Lebensfreizeit, irgendwie sowas. Oder zehn Stunden maximal aufbauen, alles drüber wird in Überstunden ausbezahlt. Okay. Das habe ich. Und da ich ja eigentlich jeden Monat Überstunden habe, sind die drei Stunden, die heute weg sind, sozusagen drei Stunden, die ich nicht ausgezahlt bekomme als Überstunde. Ja, ja, so kann man das dann sehen. Ja, ist schon, ja, ne. Bitte was? Aber du weißt schon, was ich meine. Ich bin auch angewidert. Ich will nicht unbedingt dieses Level spielen. Cheese, Milk, Coffee. Was denn jetzt? Vielleicht trinken die Leute ja nur die obere Schicht. Oh nein. Oh nein, wir müssen. Ja, jetzt geht's los. Wir machen selber Butter. Wir machen selber Käse. Ja, ist noch schlimmer. Einen ganzen Karton Milch in die... Into a Pilk-Pot. Ich weiß nicht, ich kenne das Wort Pilk nicht. Vielleicht haben sie sich vertippt und wollten Milk-Pot schreiben, aber das ist ziemlich weit weg. Oh, maybe. Ich schaue, ich google es mal eben. Ob Pilk ein Wort ist. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Einer zum Ausschütten. Web-Browser. Pilk. Mhm. Eine Kombination aus Pepsi und Milch. Okay, ich werde nicht weitergoogeln. Es wird jede Sekunde schlimmer. Es sieht ein bisschen aus, als wären im echten Leben die Menschen auch nicht so toll. Ja. Ja. Okay. Also wenn es heiß wird, einmal stören. Oh, weißt du, was mich an den ganzen Bildern stört? Das allerletzte. Und du weißt doch, warum. Stick to the pot. Okay. Because the temperature is too high. Ja, keine Ahnung, das wird sich ergeben. Ähm. Ist das ein Plastikgefäß oder ein Glasgefäß? Äh, nee, nee. Es geht um den Topf. Dass da schon Käse drin sein muss? Nein. Dann weiß ich nicht, was du meinst. Die haben extra einen Topf genommen, wo auf der einen Seite so ein Schnuppel zum Ausschütten ist. Und schütten das Falschraum aus. Äh, ja. Ja, sehr aufmerksam. Ähm. Ich sag es ehrlich. Ich verstehe es, glaube ich, noch nicht. Also, wir müssen Milch und Butter in so einen Topf tun. Warten, bis es heiß ist und umrühren. Ja. Und nicht zu heiß werden lassen. Aber auch nicht zu heiß. Genau. Genau. Naja. Ähm. Continue Heating and Stirring until it is done. Und dann in einen Measuring Cup geben. Aber dann. Und was haben wir dann gemacht? Käse? Cheese Milk. Käse Milk. Also Chick. Oder Mies. Mies. Guck mal, da kann ich mich mit anfreunden. Doch, Mäse. Aber er hört sich schon wieder nach Ziegenbutter an. Ah, ich hoffe, wir brauchen den Heater. Ich habe ihn nämlich gerade verbessert. Oh. Ich habe mich auch gar nicht im Raum umgeschaut. Es ist... Och, nee, Mann. Ich war auch gerade sehr verwirrt. Wo sind Regale? Da. Keine Ahnung. Da ist so eine Random-Eis-Maschine. Einfach hier so. Flip-Flops. Ich mache mal hier das an. Wobei, ich glaube, brauchen wir da. Achso, hier wurde noch was geliefert. Milch. Milch habe ich auch schon vergessen. Die muss wahrscheinlich im Kühlschrank gelagert werden. Ja, ich nehme es an. Ach, hier ist der Blödel-Eimer. Und eine Milch. Was ist das denn für eine... Wie drücken wir es nicht hier? Warum kann ich den... Achso, ich muss den Lit openen. Und dann kann ich... Brauchen wir, aber brauchen wir die Milch da drin schon? Ich glaube nicht. Ist doch egal. Früher oder später wird das so sein. Ja, aber die wird jetzt sterben. Nein. Wo ist eigentlich unsere Fotos? Die steht da drin nicht. Ach, hier. Die können wir ja nachts im Kühlschrank stellen. Müssen wir nur dran denken halt irgendwann. So. Ich weiß gar nicht... Haben wir alles, was sie brauchen? Käsemilch müssen wir noch machen. Ah ja. Käsemilch müssen wir noch machen. Allein das zu sagen. Käsemilch noch ein bisschen. Oh nein. Ich habe es verkehrt rum gemacht. Es ist mir so egal. Es ist mir sowas von egal. Und ich stelle dir mal den Measuring Cup dahin. Du kümmert sich um die Käsemilch, okay? Stir-Wild-Leading. Ah ja. Ja, das Problem ist halt, dass die Käsemilch zuerst drin sein sollte. Ja, 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 ja. Äh, ho, 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 ho. Ach, hier unten ist unser... Ja, 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 alles ist schrecklich. Ich sehe auch schon ein Schneidebrett. Ah, ich habe da keine Käsemilch reingetan. Keine Quilch. Keine K-K-K-Milch. So. Timed out order has left. Äh, customer... Klar, ich weiß nicht, wo ich es hingestellt habe. können wir doch mal neu anfangen oh gott ich komme gar nicht klar ne glaubst es kommen noch so viele leute dass wir noch mal käse milch anrühren müssen heute kommt nicht so viele perverse vorbei ja du hast recht ich tue schon mal die milch wieder in den kühlschrank musst du dich in den kühlschrank machen tun ja 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 es sind probleme ich kann sich in den kühlschrank man sagt auch nicht ich mach die milch in den kühlschrank ja eben ja ich stelle die milch in den kühlschrank so auch noch platz service das habe ich vergessen oh lass mich raten wir hätten gerne stellt ich habe ein bisschen angst dass wir das morgen wieder neu anrühren müssen ja klar aber wir haben zu kollege ist es jetzt schon heiß ist es da okay cool super ich stelle das ist auch mal den kühlschrank jetzt geht nicht denkbar ach so genau ja dann schütten wir weg ja müll sollte draußen sein was weiß ich käse milch in den abfluss kippen das hört sich auch gut an wenn dann kalt wird hat jemand käsekuchen gesagt auch vielleicht müssen auch noch käse kuchen machen für den platz service nee ich sag dir wie es ist ne ich bin nicht zufrieden das war wirklich eine perfekte schicht ich bin nicht zufrieden gewesen high stress bracket lord from 80 to 60 ja früher hohen stress ja ja sind im gegenzug aber auch schneller ich weiß noch nicht ob das hilft kein stress ich auch noch nicht ja das ist bis 10 prozent 20 mal kombonummer close the store und geht ja gut das werden auch 100 jetzt für den ersten tag für den ersten da haben wir einmal 100 drauf gekommen das wäre schon stark ja ach nee nee irgendwie mag ich dieses level gar nicht komm ich will hier weiß ich nicht nein was aussieht löcher in der nase ständig dieser lehrer aber nee wer ist mit mit dem untersten rich cheese milk latte da brauchst du doppel milch ja eigentlich ja aber die käsescheibe da am glas ist schon geil das ist so die die theorie ist ja du kennst milch pulver ja habe ich auch in peru benutzt wenn du milch pulver in mich reinrührst ist es ja milch ja das haben wir auch gemacht ja bubble tea ist das wirklich so das schmeckt halt milchiger milch pulver ist das msg für süßwaren und 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 so was was heißt msg dieses mononatrium glutamat ach so ach ach ja 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 okay warum ist es dann msg ist ja egal ach so ach so so sodium mit schauderlichen grüßen sodium natrium okay alles klar i get it das unterste nein das leichteste was mit das unterste ja komm 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 das ist doch sicher außerdem sieht das aus wie pisse natürlich kriegen wir direkt wieder ein tutorial dazu ja immerhin sieht das leicht aus über nacht müssen wir es da rein machen wir können das auf dem cutting board liegen lassen also jetzt mal ehrlich damit das damit das schön schwitzt ja was weiß ich bin gar nicht glücklich mit diesen aufgaben die uns hier um die ohren geworfen werden ja also das ist das telefon schon gesehen ja okay ihr kaufst gerne was auch immer das ist schießt aber ein kombo wird nicht mehr gebrochen perfekt stark okay jetzt habe ich wieder jetzt habe ich wieder ein anreiz jetzt habe ich wieder bock wenn das spiel uns küsst dann nehme ich das so wir brauchen brauchen wir mich für das rezept kann man das nachsehen für das neue brauchen wir milch ja ja kommen dann warum warum gammelt ach so weil ich sie schon aufgemacht hatte und hier drin haben wir ein anreiz sie schon mal aufzubrauchen ist es jetzt an noch nicht das muss einfach die milch rein ach so natürlich ist es dann ist es dann dreifach milch ich weiß auch nicht ach und der käse aber wir hatten schon käse willst mir sagen ja das ist ja 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 gut gut vielleicht habe ich nicht aufgefasst wir werden früher das spiel später den käse schon noch aufbrauchen ja 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 ich glaube zumal mein problem das sind mal eine menge käse blöcke sollten wir noch mal eine case ja bitte kommen ich habe es auch noch nicht einmal gemacht und von daher was weiß ich ich glaube ich würde es wenn es meine aufgabe ist werde ich selber fordert sein also wir hätten gerne käse schmelze so switchen milch ist das ein heißes getränk ist es und dazu umrühren und mit käse garnieren ja also ich dachte ich bin angewidert von den leuten aber jetzt bin ich wirklich angewidert von den leuten welche ist meins dass hier wir hätten gerne einmal käse dann einmal kuh eine täte rettete so noch mal eine kuh eine käse aber dafür mit fruktose und eis würfeln und hier noch ein bisschen garnisch viel spaß alter legt den blog schon mal hier hin im käse blöcke aber umrühren dann noch eins habe ich wieder dieses abartige mit kaffee und was hältst du davon von so einer idee wir kochen die rezepte aus diesem spiel nach das hätte zum ersten april machen können dass das sehr stark gewesen zumindest mit diesem rezept hier naja die muss aber auch klar sein dass du so muss sie einige sachen besorgen dafür ich weiß nicht wer wäre die kundschaft weiß ich mir wie mit acht da weiß nicht wie es dann wasser haushalt gestellt ist was genau meinst du zu hause oder wasser um 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 alle möglichen säfte zu verdünnen und dann zu servieren richtig größter will einmal hier unten rechts aber du musst an der eismaschine vorbei von außen kommst du ja 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 nächste gute lokalität hier pack und sack umstellen verdammte axt ich glaube das ist eine von den sachen die man nicht machen kann der steamer aber ich glaube ich ja aus ok alles wird ja 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 guck mal das ist käse das hätte schlechter laufen können ja also wir haben butter milch milch käse milch milch käse das problem bin ich ne ich sag immer butter weil es aussieht wie ein päckchen butter für mich ja das stimmt also das muss irgend so ein amerikanischer in anführungszeichen käse sein du weißt schon dass das spiel glaube ich chinesisch ist ich glaube es kommt aus china 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 aus china ja bei uns hier ist es china ja heißt ja auch bei euch ist es falsch ist okay plus ein bookman das bringt alles ja doch noch hast du einen arbeitskollegen der christian heißt nochmal wie christian da das das ist okay ja das ist das ist jetzt deine begründung dafür ja gut und was ist dein gegen argument ganz genau naja mein gegen argument ist naja heißt es china oder heißt es china so das ist mein gegen argument dazu weil es offensichtlich china heißt ja so let's agree to disagree ja okay ich ja du kannst du nicht alles richtig machen das spiel widert mich so sehr an dass ich wirklich gar keine zeit habe darüber nachzudenken was das gegen argument ist das spiel warum ist eigentlich jetzt schon wieder der boden dreckig hell wegen des ganzen käses alter hast du gesehen was hier schon alles passiert ist schau mal da ist milch und käse in der fahre ehrlich gesagt will ich vergessen was so passiert ist warum wir nur noch sechs öcken ich will vergessen was hier passiert ist so ich mach mal ich mach mal die käsesuppe das heißt ich stehe einfach hier vor und warte bis wir gleich ein prompt gibt okay da ganz genau und wenn du es rühren nicht hin kriegst in der zeit musst du es nur kurz vom herd nehmen aber du kannst nicht rühren während das irgendwo anders steht also ach und das ist schon fertig irgendwie hätte ich gedacht dass da noch ein schritt mehr gibt tatsächlich das dauert einfach nur lange ja es dauert endlos lange wie ich gemerkt habe sondern ich fühle ja mal überhaupt online samt links missing schuldigung ich habe den käse gar nicht vergessen das käse gar nicht was käse gar nicht spannen hirchen ich musste auch gerade gar nicht so einmal kuh einmal flüssiges käse und deine arterien zu verstopfen so schmutz mensch ich bin noch mal was serviere ich hier das kann ich ja mein geld aber hauptsache noch so ein plastikdeckel drauf gemacht damit der käse durchgeschnitten ist damit vorher eine hälfte zum naschen hast und eine hälfte während dessen überraschung sei nur mit käse ja kann man nicht umräumen aber was wäre hiermit wäre das besser dass ich musste gerade kommentar lesen was ich habe das hierhin getan ah ok käse kaffee linker bekommt streuselkuchen seit oberhalb gebacken ich muss es bringen ach käse ist jetzt hier käse ist jetzt hier ja ja das war nur ein vorschlag wir können es auch wieder ändern nein was ist doch gut wahrscheinlich ist nicht gut nein gar nicht gut schnell sie wollen käse und mich oben ist die kaffeemaschine und ist die milchmaschine das können wir mal tauschen was tauscht denn alles das gefällt mir besser die käse slices halten sich in dem scheiß ding hier drüben in den tag aber so viel war das doch jetzt wahrscheinlich nicht ganz ehrlich käse ist eine bestellung eine millionenpackung oder sowas lassen wir das mal draußen stehen den westbächer mal gucken was passiert wir müssen morgen früh wegkippen ist auch egal ändert ja nix vielleicht kriegen vielleicht ja nix ich glaube wir haben trotzdem perfekte schrift dein papa sorry oh schauen wir mal warum auch immer ich opa gelesen habe oh ich sehe auch gerade ich habe meine kamera gar nicht an sowas aber auch das fällt ihm jetzt ein ja ich gucke so selten auf meinen anderen monitor die kamera leckt auch so ein bisschen habe ich das gefühl na egal oha ist deine kamera eine heizung ja so ja also siehste es ist perfekte schrift aber wir müssen checken dass die contents auch noch okay sind ne ja ah also ne das das mache ich nicht noch mal mhm when selling drinks drinks switches also jedes mal einfach und unsere kombo kann grundsätzlich nicht gebrokt werden mhm gebroken aber jeden tag aufs neue ne business leistungs wäre halt jedes mal automatisch plus 10 obendrauf mhm 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 warte 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 achso abandon order bricht unsere kombo nicht das heißt die kann schon gebrochen werden ja aber durch ne eigentlich nix ne ne okay also ich glaube nicht ja ich würde die business lines ins nehmen hast du von Anfang an äh mehr ja ja ist okay ja sind wir ehrlich so zufrieden sind unsere kunden auch nicht mehr ja das gute ist wir müssen jetzt keinen mehr grüßen ja das stimmt wobei jetzt ist es wieder auf drei sterne oh ja klar oh wir haben nur 79 geld ne also schwierig komm soll ich den run beenden indem wir light schoko coconut latte nehmen mit käse kokossoß kuh in größe m und schokolade aber am rand innen nicht obendrauf du weißt schon dass wir uns das nicht leisten können ja ist mir schon klar ich habe ja gesagt soll ich den run beenden äh ja oh nein das hört sich doch gut an äh haben wir noch ein schneidebrett nur eines ja dann können wir ice cheese milk lemonade nicht anbieten äh doch können wir doch können wir wir können äh schneiden und dann in dieses komische ah jo ah guter call okay dann machen wir das okay da brauchen wir immerhin nur zitronen nur ja das stimmt achso mhm ja hi ja fruchtose wie ich die ekelhaften kenne wir haben zwei drei mühleimer ich habe die wie du den ersten gesehen achso ja die milch ist da drin die milch ist aber noch gut die ist noch gut wenn einer fragt die ist noch gut so okay äh so ich hatte den linken für kaffee genommen und den rechten für milch so wäre mein vorschlag boah weißt du noch als wir früher den shop früher aufgemacht haben ja damals ne ja das war noch zeit ne da hatten wir unseren job noch im griff ach man kann ins minus gehen naja ich glaube zum tagesende müssen wir im plus sein ach scheiße ach jetzt kommt die kacke wieder ach ne ach ich habe unsere Käsemilch anbrennen lassen oh nein das ist immer bad ja ich kümmere mich bald um den kunden vielleicht sind wir ehrlich wo der herkommt gibt es noch mehr ja so was hätten wir hier gerne käse ist b logischerweise dann hätten wir gerne ein bisschen kuh dazu war das ein versteckter dis hm war das ein versteckter dis was denn käse ist b logischerweise hm hä nein quatsch ach was weiß ich wo ich das hingeräumt hätte ne 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 keine sorge wenn ich dich beleidigen will dann mach ich das schon wieso ist das schon wieder angebrannt da war doch noch hier waltenmäßig was am start ich hasse es ich hasse es ich hasse es ja irgendwann wird hier auch mein kunde wieder reinkommen ah guck mal da brauchen wir auch Käse für hm Käsesuppe meine ich hm bringen wir den Müll raus oh und den anderen auch ah guck ah Müllfusion nice haben wir jetzt Käsesuppe die funktioniert ne ah noch nicht ok ich weiß nicht warum ich glaube bei der Balken wenn du anfängst zu rühren ein Stück nach links geht aber das äh äh es gibt der kolonier nicht ja was wir brauchen ist mehr stir speed glaube ich auch ja so Käsesuppe äh ok warte dann tue ich hier einmal Käsesuppe rein Kaffee und Eiswürfel und Fruchtose da wäre glücklich damit so ähm oh nein was ist das denn ah nicht rühren nicht rühren verdammt 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 mir die erzähl площbert ich sonst ach weil ich ihn das bringen muss das habe ich vorhin verblödelt naja teest von hier aus ach netz noch jemand bestellen nochjemand weiß echt nicht wir haben drei kunden abgearbeitet ja gattnam breaks stress bis sonst wohin Geht doch sogar noch, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ist kein guter Tag. Ne, so rum geht das leider nicht. Natürlich geht das rum nicht. Ah, okay. Doch. Ich war auch überrascht. Aber das andere sind halt auch schon Zitronen-Slices. Ich habe einen Prompt. Bei den Zitronen put down Y, obwohl da niemand steht. Ja, vielleicht sollst du jemanden die letzte Ehre erteilen. Ähm, okay. Da muss Kaffee rein. Habe ich nicht Milch bestellt? Doch, aber ist auch schon wieder aufgebraucht, ne? Die Schweine. Ja. Coffee geaddet. Bring mal den Müll raus und dann machen wir zu. Ja. Ja. Am besten für immer. Ist es draußen? Ja, ach so, ja. Ich sehe das nicht. Ja, ja, ja. Ich habe es verpeilt, ja. Das war erst Tag vier. Oh Gott. Ich hasse Kien. Und lingert so. Ich hatte mich schon gefragt, wann du es bemerkst, dass die Cam nicht an war. Man hätte es auch Bescheid geben können. Das ist ja hier mein Bubble-Tiger gar nicht. Da ist die Shy einmal nicht da, ne? Ja. Obwohl war Zedek nicht auch schon bei dir im Chat? Ja. Ja. Wenn sie gedacht haben, ach, den habe ich heute auf Arbeit nicht gesehen, dann muss ich den auch nicht im Live-Stream sehen. Oder ich habe den schon genug gesehen. Das reicht. Ich weiß, wie der aussieht von nahem. Ja. Was war unser Combo-Bonus? Da, 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 da. Hm, hm, hm. 20 Mal Combo-Meter. Ja, dann wird heute die Combo nicht gebrochen. Die Combo wird heute nicht gebrochen. Männer. Männer? Männer, Wölfe, Bären. Wir stürmen die Tore. Und die Combo wird heute nicht gebrochen. Äh, stinkt das nicht. Die sind noch gut. Die sind noch gut. Lass das ruhig so. Die sind noch gut. Äh. Äh, New Arrival Boxes. Ja, Rap. Das kann man sich mal leisten. Ähm. So, wir brauchen Milch und Kaffee, ne? Und Cheese. Und Käse. Und das auch. Äh, Zitronen. Sind auch nicht mehr so viele da. Nun. Oh, Mann. Und wenn kein Perfect Shift, äh, ist, kriegen wir acht Stress dazu? Ja, das wird aber ja nicht passieren, weil wir eine Perfect Shift abliefern. Das stimmt natürlich. Interessant, dass der Käse nicht schlecht wird, oder? Also, er müffelt zumindest nicht laut. Box. Äh, ja, vielleicht braucht er einen Tag länger. Oh, nein. Ich wollte ja die Pfanne wegschmeißen. Ich glaub, zehn reichen, oder? Oder sind halt mehr Kunden da? Wer, wer, wer ist zehn? Was? Ach so, ja, ach so. Äh, nee, mach mal mehr. Ja, das ist in jedem Gericht. Die Leute sind verrückt nach flüssigem Käse. Seitdem wir Werbung geschaltet haben. Ja, bisher noch kein einziges Mal, äh, das Ding aufgebraucht, ne? Was? Also, wir haben immer mehr als zehn am Schluss übrig gehört. Aber gut, schauen wir mal. Ja, aber wir haben die meiste Zeit auch nicht so viele Kunden bedient. Ja, das habe ich ja gefragt, ob heute mehr los ist. Nee, das Problem sind nicht die Kunden, die vorbeikommen. Ja, sondern? Wir. Eindeutig wir. Du wirst nicht das Problem. Ich bin das Problem. Oh, und dann hat man erst mal den Müll in der Hand. Ein Regular. Ach, Trottel, der hier vorbeikommt, ey. Ich komme hier häufiger vorbei. Möchtest du dir einen Kaffee da servieren? Klar. Ach so, ist der einfach so richtig? Ja, viel Spaß. Ach, so servieren. Und erst mal die Kundschaft hier annehmen. Na, Tisch zwei, natürlich. Mir gefällt immer noch nicht, dass man so weit zu der Grütze laufen muss. Welcher Grütze? Ja, die Milch-Käse-Gürtze. Hier. Ja, danke. Bitteschön. Ist da Müll gewachsen? Was? Vielleicht ist das, äh, das ist der einfach negative heute. Ja, vielleicht. Ich dachte, das wäre das mit dem Plus-Acht-Stress. Oh, ein Regular, hallo. Oh, das war mal knapp, halt. Kann das sein? Oder wurde es einfach schnell angezeigt? Noch Milch eingefügt. Ja, so. Äh. Machst du Funklose? Ja, ja. Funklose. Ja, ja. Ach. Ja, der Müll wächst einfach. Entschuldigung, Entschuldigung. Der Müll wächst einfach. Herr von und zu Regular. Herr von und zu Regular. Oh, ich hab... Ach, jetzt müssen wir hier... Die erste Käse-Zitrone, die ich mach. Geil. Oh, echt? Nee, das ist ein richtiges Kackgericht. So, dann oben noch Kaffee drauf. Klar. 29 Trinke. Nice. Also man hat sich hier wirklich von Gott abgewandt. Weißt du das? Ach. Deswegen hast du das Recht. Ja, ja, genau. Korrekt. Äh. Oh, okay. Ja, okay. Ähm. Mach schon mal alles aus. Das lohnt nicht mehr. Das lohnt nicht mehr. Äh. Müll ist... Achso, wir haben heute schon wieder nicht die, äh, mehr als... Äh, ja. Wir müssen halt einfach morgen die Sache... Da war noch Milch in der Kaffeemaschine. Ja, müssen wir halt wegwerfen. Ich glaub, das macht keinen Unterschied. Ja. War die schon schlecht? Muffig heute, oder was? Ähm. Ich glaub... Ich glaube... Achso, nee, nee. Die war gestern muffig. Hallo, Selbstversorgerkanal. Der Selbstversorgerkanal. Nice. Cooler... Cooles Topic. Ja. Grüß dich, Selbstversorger. Ist wirklich, ist wirklich ein cooles Topic. So mit Foraging... Heißt das Foraging oder Foresting? Ich glaub, Foraging, ne? Ja, ich... Ja, ja, ich glaub schon. Ja, aber... Naja, dann sind wir ja arbeitslos, weil wir hier keinen mehr versorgen müssen. Also von daher... Ja, ich... Ich glaub, in der Wildnis ist es schwierig, einen Karamell-Cheese-Milklatte-Koffee... Wenn du den Leuten beibringst, wie sie das machen. Wie sie in der Wildnis an Coco-Cheese-Milk-Koffee drankommen. Oh nein, Natter-Di-Koko. Ach, Mann. Das gute alte Kokos-Gelder. Da kannst du auch das untere nehmen. Nein, lieber nicht, bitte nicht. Da brauchen wir noch Kokos-Milch. Ja, sag mir, was du gerne hättest. Wir machen das. Da, wo dein Cursor drauf ist. Ja, okay, danke. Oh, ich... Ich hab was replaced dafür. Du hast was ersetzt. Ach, ich wusste nicht... Ach, dann wär das doch halb so wild gewesen. Nein, wär's nicht. Ja, jetzt ist zu fällig. Hätte mich trotzdem genau so entschieden. Also von daher... Ja, es gibt jetzt aber nicht mehr diesen Zwei-Phasen-Kaffee. Stimmt. Jetzt gibt es nur noch... Also wir können jetzt alles rühren. Wir müssen alles rühren. Ja, 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 ja. Das Spiel heißt Feed the Cups und der Auftrag ist im Namen. Oh, ich hab auf den falschen Charakter geschaut. Wir betreiben ein Restaurant. Äh, nee, Moment, eine... Ich hab den Käse weggeworfen. Es war ein Fehler. Ich gebe zu, es war ein Fehler. Wir betreiben ein Café, wo die Leute aber auch zum Mitnehmen bestellen können. Es ist alles ein bisschen problematisch. Ja. Es ist... Wir haben sehr viel Stress dabei. Sowohl im Spiel als auch... Ich hab unsere Stir-Geschwindigkeit erhöht. Nice. Ja, das ist das Wichtigste, glaub ich. Wegen dieser Käsesuppe. Ah, okay, du gehst die Käse super, super. Ja, 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 ja. Dann mach ich mal Milch in... Wo war das? Links oder rechts haben wir Milch drin? Egal. Es ist egal, Hauptsache eins ist für eins. Hauptsache es ist umgestellt, ne? Äh, Zitronensleicht. Käse eins. Käse in Festform. Ach, so viel schneller sind die aber auch nicht jetzt, ne? Ach. Aber apropos Foraging. Äh, ne Freundin hat mir letztens gezeigt, wo es hier in meiner Stadt wilden Bärlauch gibt. Oh, Moment, kannst du vielleicht den Käse umrühren? Weil der Müll ist so schwer, ich brauch ein bisschen länger. Okay. Ja, danke, danke, danke. Machst du die Bestellung weiter? Ja, 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 ja. Da ist momentan nur einmal Käsesacht drin. Ja, dann kommt da noch ein bisschen Zitrone rein. Fruktose, Eishüffel. Das Übliche. Einmal einen dicken Onkel rein und eine Zitronenscheibe. Viel Spaß. Oh, lasst euch schmecken. Danke, dass sie uns behehrt haben. Äh, ach, äh, Milch. So. Ich hab mir das jetzt auch so geiles Bärlauchpesto gemacht. Ah, Bärlauch, genau, das hast du gerade gesagt, ja, stimmt. Äh, wo du das bei dir natürlich einfach findest. Ja. Hm. Wild wachsender Bärlauch. Hinter der städtischen Kompostanlage. Also, nicht Kompostanlage. Ähm. Something's missing, sorry. Hab ich den Käse gar nicht vergessen, oder was? Was weiß ich. Weil ich dann, oh, wir haben, wir haben kein Natalie Coco bestellt. Oh, no. Wahrscheinlich kommt die Drohne jetzt wieder durch diese Tür, fliegt hier außen rum durch den Laden und stellt es hin. Ah, hier, wir brauchen mal wieder Käse. Fresh Milk. Hm. Mach schon mal Eiswürfel rein. Das wird hier gar nichts. Oh, was für Mist? Was hab ich gemisst? Äh, die Gäste. Mach doch ohne Natalie Coco, komm. Ganz ehrlich, bis das angekommen ist. Äh, aber hier. Ist das für den, für den Duddy? Nein. Für den am Tisch, für den am Tisch, das ist der einzige Kunde. Ach so, nein. Ah, mehr Kulpa. Da unten ist doch einer. Nee, der wird auch bestellt, oder? Scheiße, ja. Wer kriegt das Ding hier? Ähm. Das ist zum Umrühren und da muss da Eis rein und theoretisch Natalie Coco, aber ganz ehrlich. Natalie Coco ist da jetzt. Oh, haben wir ein offenes? Ah ja. Ja. Guck mal. Alter, das ganze Zeug hier. Ich hab sogar meinen Stress reduziert. Das ist ja toll. So. Äh, äh, Place, Retrieve, Move. Einmal Käse, einmal Milch. So. Und ne Käsescheibe dazu. Hm. Die 6 ist hier unten. Äh, ich fülle eben noch das Lager auf. Äh, da. Get Milk. Gott Milk. Äh, aus. Der andere Milch muss auch noch raus. Aber ist leider zu viel, um es auf einmal zu tragen. Probleme des alltäglichen Lebens, definitiv. Ja. Äh. Ist draußen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum... Äh. Vielleicht schneide ich noch mal ein paar Zitronen für morgen. Ja, super. Zeit ist ja da. Alle Maschinen aus? Ja, wahrscheinlich, ne? Warum ist die Hitzemaschine denn hinten an? Das ist das neue Öko-Modell. Energieeffizienzklasse minus 3. Den Steamer brauchen wir gar nicht, oder? Ist ja eh immer alles heiß. Ähm. Ich hab ihn, glaub ich, als erste Sache verbessert. Und von daher würd ich mich freuen, wenn wir ihn benutzen würden. Oh, Ice-Required-Drinks. Ah. Ja, dann kann man die Maschine auslassen. Ja, und die andere auch, offensichtlich. Ja. Ja, komm. Komm. Ist ein bisschen weniger Arbeitsschritte für uns. Dinger hat mir grad, äh, deinen Plan gesteckt. Versuchst, Schimmelkäse zu machen, ja? Mein Plan? Ich, ich, ich ertrage keinen Käse in meiner Gegend, um ehrlich zu sein. Echt? Ne. Ich bin ein sehr schwieriger Esser. Wenn die meisten Menschen es mögen, mag ich es wahrscheinlich nicht. Ich versuche, Schimmelkäse zu machen. Worauf bezogen? Weiß ich nicht, wahrscheinlich hast du irgendwo Käse draußen lassen oder so. Ach so, ja, es kann so. Ja, ja, gut, gut. Plan ist da halt ein starkes Wort für, auf jeden Fall. Ach, komm, wir machen mal auf. Ich finde, wir haben zu wenig zu tun. Warum ist hier der erste Käse noch nicht fertig? Ey, Warte, du bist zu am Saum. Hast du mich grad weggeschoben? Ich hab's dir hingestellt, was? Du hast mich grad vom Rühren weggeschoben. Ach so. Und es ist fast angekogelt dadurch. Oh nein. So, ich mach die nächste Ladung. So, Käsesuppe mit Zitrone. Bringen wir in den Müll mal raus, während der Käsesuppe auf dem Herd steht. So, kriegst kein Eis. Bitteschön. Aber wir stellen nochmal hier neue Milch. Alles easy, wir brauchen eine Struktur. Aber das ist echt Käsesuppe mit Kaffee gemischt. Ja, aber manchmal auch in Schichten. Redigt, die Schichtschuss ist vorbei jetzt. Ja, das stimmt natürlich. Aber das ist am Ende einfach, was es ist. Ja. So, ich glaub ich kann wieder mitspielen. Also wir brauchen kein Eis, wir brauchen keine Hitze. Genau, immer wenn da Eis steht, ignorieren wir das einfach. Alles klar. Ja. So, ich werd den Müll rausbringen, bringen Cups mit und dann bin ich wieder beim Service dabei. Apropos Cups. Ach so, die hier unten rechts stehen hier immer noch. Ich hab sie selber ignoriert. Ich hätte jetzt auch von oben welche genommen. Ja, ja. Ich glaub ich schreit mal nochmal Käse auf. Nein, das ist die fucking Milch. Hä, was sind? Ich wollte dich aufschneiden. Ah, smart. So, was hätten sie denn gerne? Ja, die schlechten. Coco. Coffee. Milch. Welche Tasse ist natter? Ach so, hab ich. X-Cup. Hab ich schon. Ja, ja. Entschuldigung. Ah, Fruktose müssen wir trotzdem noch adden, ne? Hm. Irre. Ja, ciao Selbstversorger. Schön, dass du da warst. Tschüss. Vermute Selbstversorger findet das Konzept, dass wir Leute bedienen, nicht so gut. Was hast du gerade, was hast du, das erste Wort? Bitte, was hast du gesagt? Selbstversorger. Nein, davor. Ich, 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 glaube. Ich, ich, ich hab verstanden, verblute Selbstversorger. Nein, nein, ich vermute, ich vermute. Also komm, ganz ehrlich, ich hab drei Zuschauer am Tag und du meintest, ich beleidige die jetzt noch oder was? Wir sind ja nicht bei Fichte Cups. Doch, tatsächlich schon. Ich gebe auch gerne zu, dass ich, äh, dass ich ihn nicht angemessen begrüßt habe. Willst du jetzt noch was ordern oder nicht? Ja, okay, anscheinend. Wartet auf die Bestellung. Hä? Achso, oh Gott, ich bin dämlich. Scheiße, unsere Kundschaft nicht so an. Naja, aber. Jetzt muss ich trotzdem, jetzt muss ich ja nicht trotzdem Eis reinmachen, weil die das nicht heiß haben wollen. Verdammt mich doch. Aha. Achso, wir haben kein Eis mehr. Warum haben wir kein Eis mehr? Wir haben doch kein Eis benutzt. Ganz ehrlich, da. Scheiße, ja. Ich liebe auch, dass ich deine Order abgeben kann. Das gefällt mir wirklich gut. So, morgen nochmal Zitronen schnibbeln. Die Milch kann weg. Ah, ich muss in den Müll. Der Müll muss dann raus. Ja, das dauert noch ein bisschen bis Feierabend. Sag, wie jetzt ist. Ja. Hast du es? Okay. Puh. Also, das ist, ich weiß es ja nicht, ne? Ne, ne? Perfekt, ey. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich weiß auch nicht, wie wir es bis hierhin geschafft haben. Ich wollte nach dem ersten Level wirklich neu starten. Das ist offensichtlich das, das ist offensichtlich das. Es gibt ja verschiedene Spielstile. Es gibt ja auch offensichtlich so einen High-Stress-Spielstil. Ja, ich dachte es mir auch gerade so. Wow. Golden Cheese Latte. Das hört sich aber ehrlich gesagt noch halbwegs einfacher an. Ja, oder? Das sieht gar nicht so kompliziert aus. Aber da brauchen wir definitiv mehr Milch. Mehr Milch. Mehr Milch. Drei Milch rein. Ja, kriegen wir aber hin. Aber Milch ist kalt, das heißt, wir brauchen die Hitzemaschine wieder. Wenn das aus dem Kaffee-Automaten kommt, ist es, glaube ich, warm. Ja? Okay. Ja, ich glaube schon. Okay, also Karamell und viel Milch, ja? Ja, schaffen wir. Ja. Das schaffen wir. Achso, und was replacen wir? Na gut, wir könnten den Kaffee rausschmeißen oder die Zitronen rausschmeißen. Den Kaffee? Aber da haben wir noch so viele, ne? Ja, ja. Wir haben auch... Also Zitronen haben wir noch. Aber wo geht? Wir könnten... Aber gut, wenn wir das in der Mitte rausschmeißen, dann haben wir nicht einen extremen Milchverbrauch, ne? Weil da nicht so viel Milch rein muss. Ja, true, true. Okay, also wir brauchen M-Cups, Karamell und viel Milch. Alles klar. Bestellst du? Ja, ich bestell. Denn hier ist ja... Ich vergesse es aber auch immer. Milch. Okay, keine guten Upgrades. Karamell, M-Cups. Keine Zitronen. 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 Fructose. Customs Collector or more quickly. Egal. Geil. Ja, wird schon passen. Wir müssen sowieso auf uns warten. Was ist das hier? Super quickly. Nice. So, ich slice cheese. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch brauchen. Naja. Hitzemaschine, Eismaschine vor allen Dingen. Hitzemaschine und Eismaschine. Ich hatte Hitzemaschine und Kältemaschine zumindest. Ach da. So. Na gut. Eismaschine und Labermaschine dann, ne? Naja, oder halt Hitze und Kältemaschine. Aber, aber... Ja, es ist... ...ein Problem. Da kommt noch mehr Käsesuppe. Ach. So. Offen. So, da ist jetzt Karamell. Bevor einer fragt. Äh, oh nein, wir sind noch nicht verhalts eingeräumt. Ah! Ah, da steht auch noch nicht auf dem Boden. Wir haben noch nicht einen fucking Eiswürfel, ey. Danke. So, bringen wir schnell Müll raus. Oh, keine M-Cups. Wo sind die? Ah ja, die M-Cups. Das ist ein Thema. Da sind die M-Cups. Okay. Äh, erstmal einen Karamellspritzer. Einen Karamellspritzer. Oh, kann ich sie für einen Karamellspritzer begeistern? Klar. Zweimal Milchschau wollen die da drin haben. Was? Oh, was passiert denn hier? Ah, wir haben... Wir haben... ...dingens verbrüht. Äh, wir haben keine Verkaufsfläche. Ach so, hier ist das? Ah. Ja. Ja. Ach, hier wolltest du verkaufen. Ach, scheiße. Ja, ja, genau. Das ist... Das machen wir, wenn wir es brauchen. Ja. Das wird... Hä? Weil da keine Milch drin ist. Weil da keine Milch drin ist. Ich verstehe. Oh, 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 oh. Ich sehe jetzt das schon alles neu machen, ne? Wir werden es hundertprozentig brauchen. Ich mache jetzt nebenbei Milchsuppe. Something's missing? Wir haben keinen Müll einmal mehr mit Platz. Ich habe den Karamell vergessen. Aber ansonsten... Das not match. Was? Ach so, ach so. Da. Ich habe die Milchsuppe vergessen. Die Käsesuppe vergessen. Jetzt ist es vorbei. Das war bad. Ach, ich habe auch den Karamell vergessen. Was? Kann nicht sein. Kommt, du kriegst Karamell oben drauf. Fick dich. Ach, da ist auch wieder einer am Bestellen. Schon wieder einer am Bestellen. So ein Mist aber auch. Das sah gerade aus, als hätte ich die Käsesuppe einfach direkt aus der Pfanne getrunken. Ach, lecker. Ja, wenn was fehlt, ist nicht so schlimm. Also für uns ist das dann nicht so schlimm. Für die Kunden ist das nicht so gut. Ja, das gebe ich gerne zu. So, Fräulein, was hätten Sie gerne? Oh, das sieht nach einer leichten Order aus. Hä? Verkaufen wir noch Sachen mit Zitrone? Ist das so? Ja. Ach, das muss auch mit dem Tisch gebraucht werden. Ah. Zitronenslice. Moment. Kommt sofort, werter Kunde. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Da. Ach, und du produzierst dann noch irgendwas. Ekelhaftes, was sich irgendeiner wünscht, ne? Ja, ich hab schon wieder den Karabell vergessen. Kommt oben drauf. Leckt's mich alle am Arsch. Leckt's mich am Arsch. So. Mülleimer sind's. Ich hab nicht Arsch gesagt, sondern leckt's mich alle am Arsch. Naja, aber warum sagst du jetzt Arsch und nicht Arsch? Ist ja... Kennst du jemanden, der Alexander heißt? Ja, ehrlich gesagt schon. Ja, ich tatsächlich auch. Das ist der letzte Tag. Okay, einmal nochmal zusammenreißen. Kurz durchatmen. Ganz kurz durchatmen. Ich werd währenddessen einmal eben im Webbrowser schauen. Hast du noch einen anderen Browser? Häufig. Die Original. Hä? Alter. Häufig. Ist ja auch geil. Hoffentlich wird das... Häufig wird das Wort China auch als China oder China ausgesprochen. Diese Aussprache ist im Grunde genommen nicht falsch. Im Grunde genommen. Niemand kann etwas für seine Sprachbehinderung, sagen die also. Naja, ich weiß jetzt nicht, was die Argumentation da ist, warum du angeblich nicht Unrecht hast. Nee, nee. Doch, genau, warum du angeblich nicht Unrecht hast. Aber ja. Hm. Was wollen wir denn? Boah, das ist alles Kacke. Hm. Ich würd sagen, dass in der Mitte ist das, was am meisten bringt. Ja. Aber wenn die länger warten, dann haben wir auch mehr Kunden. Verstehst du, was ich meine? Wenn wir am Ende wieder den Stresstod sterben, dann sterben wir den unter Umständen, weil wir noch Orders offen haben. Ach so, du meinst, weil die in die Overtime rein waren. Aber ich glaube, das ist schon gut. Ja, es wird das sein. Weil wir kriegen ja auch Stress. Alter, große Reputation an. Also Käsebusiness läuft, oder? Käsebusiness ist... Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier willkommen bin. Die Käse-Community scheint nicht zu wissen, mit wem sie sich eingelassen hat. So, Cheese, kaufen wir. Natter de Coco, nicht. Fructose, nein. Milch haben wir noch. Sie gibt es eine Chance, dass wir kein Trinkel kriegen. Nice, gute Chance. Wer hat das gekauft? Das ist das Negatime, was wir bekommen haben heute. Ja, ist mir schon klar. Hast du das jetzt nicht? Hast du Sachen bestellt? Ja, okay. Ja, ja, ein paar Sachen. Ich habe nur Käse bestellt, tatsächlich. Ah, ne Milch wäre auch noch okay. Ah, du hast da schon Milch reingetan. Ja, ich bestelle nochmal Milch. Ah, ne, du hast da auch Milch reingetan. Bin ich ganz sicher. Auch PS-Cups? Wollen wir Hitze unter Umständen? Keine Ahnung, ist doch egal. Es ist doch egal. Ja, nimm dir schon mal. Warum, die ist ja da lang? Ich stehe noch mehr Käse auf. Achso, ich dachte du. Ah, da, Käse. Oh, das ist ja gut. Für Käsesuppe. Wichtig. Ganz ehrlich, ich kann den Käse auch hier stehen lassen. Warum soll ich ihn einräumen? Ja, der wird nur über Nacht schlecht, möglicherweise. Also über Nacht, das geht nicht. Aber den kompletten Dienst, ja, sicher. So, was haben wir hier? Da, da. Ich hoffe, wir kommen mit vier Zitronen aus, übrigens. Wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht nicht. Ja, ist okay. Hast ja recht, hast mich überzeugt. Komm, ich hole noch Zitronen, die den Kunden im Weg stehen werden. Ja, zwei Orders, ganz schnell annehmen, gar kein Thema. Nummer eins, Käsescheibe. Boah. Das. Boah. Ja. Kann ich das doch schon in Gramm und dazu kippen? Nee, noch nicht. Ah, wie pünktlich zum Rühren. Karamell direkt wieder verkackt. Ja. Vergesst das auch immer, wo wir es direkt daneben stehen haben. Nicht rühren. Ja, nehmt euch das mit. Was weiß ich, was ihr wollt. Äh, okay, also. Nochmal. Da. Jetzt. Diesmal habe ich es nicht verkackt. Dazu eine Käsescheibe. Logisch. Ja, klar. Äh. Das. Äh. Es ist, glaube ich, auch warm. Wahrscheinlich, I guess. Ja. Ich glaube, die Order ist nicht gut. Ja, ja. Something's missing von mir aus auch das. Hä? Okay, okay, okay. Wow, ist der schnell dahin gelaufen. What the hell? Ja, ja. Customer Speed increased. Finde ich super. Hat schon, der raubt jetzt aus. Was ist, wenn so ein Fuck kommt? Nee, nee. Das läuft ja dann auch so schnell? Ja, die laufen tatsächlich ein bisschen schneller, als dass sie ankommen. Gehen die zur Kasse, greifen was raus und dann laufen die weg? Nee, nee. Nee, die bestellen ganz normal. Aber die wollen die Zeche prellen. Ah, das ist ja lustig. Das ist richtig lustig, ja. Ah, ich wollte schon mal hier neuen... Ich stelle es da auf den Boden. Hallo, Kundschaft? Hä? Closing Zoom? Ja, da ist doch immer noch ein 15 Kasse. Ach, weil da einer saß. Okay. Okay, also Kundschaft war da. Hat sich nur nicht getraut, hallo zu sagen. Ähm, noch mal. Also, erst mal Käse. Dann hätten wir gerne... Ah, ich habe es umgerührt, weil ich da ein Rührer-Dings gesehen habe. Es ist alles okay. Ah, verflucht. Was fehlt jetzt hier noch da? I guess. Ach, Milch, okay. Ach, erst mal die alte raus. Erst mal die alte raus. Ja, das habe ich jetzt auch wieder zu spät gemacht. Das ist auch irgendwie... Oh, ich habe den Karamell jetzt vergessen. Da ist sowas ähnliches da bestellt. Ja, ja. Something's missing. Ja, ja. Meine Herrschafts-Seiten. Oh, jetzt muss ich auch noch am Tisch bedienen. Dann machen wir das hier noch. Entschuldigung. Bitte hau mich nicht. Bitte hau mich nicht. Der kann froh sein, dass er noch hier sein darf. Dass er hier noch nicht 8-Kant rausgeflogen ist, der Kollege. Ah, weißt du was? Was ist 8-Kant? 8-Kant. Geht's doch nicht? Okay. Ich kenne Hochkant. Ja, kannst du... Ja, auch. Aber 8-Kant, Hochkant oder Vollformat, was weiß ich. Vollformat. Ja. Puh. Wir haben es geschafft, ne? Alter, nur 2400? Was heißt denn nur? Wir können froh sein, dass wir da... 37? ...mit einem Plus rausgegangen sind, ey. Was heißt diese 63 da? Bediente Tassen. Ah, smart. Mit Nachdenken wäre ich da vielleicht selber drauf gekommen. Warum Nachdenken? Man kann ja auch Google fragen. Ja, oder Poderich immer. Ja. Googlerich. Heißt du dann eigentlich auch Poderich? Besser als Poderich. Poderich. Oh ja. Oh, wir haben aber ne Menge Moneten bekommen dafür. Moneten. Nehmen wir zum Geist zurück. Ich dachte mir grad schon, warum hat mein Geist nicht mehr Erfahrungspunkte? Ach halt, den hab ich ja gar nicht gespielt. Plus 5 Stress Cap for all Characters. Nice. Für so ne Kalligrafie an der Wand. Ah ja. Die hab ich glaub ich auch schon gekauft. Jetzt fühl ich mich entspannter. Ich fühl mich weniger stressbar. Also, da das ja japanisch ist und in Japan ja eh alles ist mit Arbeit, 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 ist das wahrscheinlich der Grund, dass wir mehr Stress aushalten. True. Das hat nix mit Zen-Garten zu tun. Wir sind dem Suizid in der Schule entgangen und deswegen können wir mehr leisten. Wow, 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 wow. Wo war da die Triggerwarnung? Du hast Schule gesagt. Ja, komm. Entschuldigung. Gehen wir mal. Ich meinte natürlich, ich meinte natürlich, coole. Puh, okay. Okay, gut, gut, dann. So. Apropos Japan. Jetzt kommt's. Oh, Sakura. Ja, genau. Wie jetzt kommt's? So, schauen wir mal. Red T. Oh, endlich. Endlich was Normales. Okay, und was ist Red T? Keine Ahnung, aber irgendeinen Tee halt. Einen Tee und nicht irgendwie Käsesuppe als Getränk. Aber in Phasen mit Kaffee. Und dazu gerne noch eine Käsescheibe am Rand. Ah, dann den Deckel draufdrücken. Boah, ey, Mann. Diese widerlichen Tassen. Es ist ja auch immer so schwierig, diese Käsescheibe durch den Strohhalm zu ziehen. Ja, wegen der Löcher aber auch nur. Oh nein. Ja, ja, ja. Alles jetzt schlimmer. Wir müssen Zeug abwiegen, bitte was. Können die Kunden das nicht selber machen? Shake the Black Tea Packaging Bag. Was? Ach, das wird nicht so schwer sein. Wir werden irgendwie eine Taste gedrückt halten müssen. Use the strainer to pack them into... Was? Also mindestens 50 Gramm müssen bleiben. Ja, genau. Genau. Also nicht weniger als 50. Und da drüber ist Verschwendung. Okay. Gut. Fill the pot with water. In den Mülleimer? Was? Also erst in den Mülleimer und den Teebeutel rauszunehmen wahrscheinlich. Ah, okay. Achso. Ich dachte auch dazu. Was? Was? Wie? Ne. Learning by doing. Ganz ehrlich, wir kriegen das hin. Ja. Was brauchen wir dann? Wahrscheinlich keine Kaffeemaschine. Fruktose auch nicht. Bechersparen. Bechersparen ist immer gut. So, was gibt es hier? Also... Ah, nee, nee, ist beides nicht so gut tatsächlich. So. Ich mache es einfach mal an. Ja, und ich mache jetzt... Ich wiege jetzt. Ah, okay. Alles klar. Du hältst gedrückt und irgendwann kommen 50 wahrscheinlich. 50... Ah, 51 verflucht. So, dann kommt hier... Hä? Wo sind unsere Mülleimer? Mülleimer, Mülleimer. Äh... Ach, hinter der Fruktose-Maschine versteckt. Ah, okay. Ah, und erst wenn es heiß genug ist. Ich kann aber mehrere in Folge wane. Okay, 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 okay. Oh, das war zu viel. Wahrscheinlich nicht schlecht werden. Das war vier. Fuh, fu, fu, fu. Wasser muss richtig Tü. Need more water? Ach, man. Ah. Ah, okay. Oh. Hack. Hack, okay. Mein großer Beutel. Ja, jetzt kann der Rest davon eigentlich. Oh Gott. das ist eine richtige kack aufgabe finde ich aber ganz witzig ja sehr geehrter kunde sind gerne das einzige was wir anbieten wir sind noch nicht vorbereitet ich weiß auch noch nicht und dann und du kriegst direkt 20 dafür das ist so viel besser das ist so viel besser nehmen alles zurück keine ahnung ich habe jetzt auch irgendeine bestellung gemacht es läuft super bisher es ist toll es ist alles wunderschön ok den steamer brauchen wahrscheinlich nicht und die eiswürfel maybe die kann nur wasser und okay ich kann ja schon mal ein bisschen tee hier abwiegen bis hier ist alles drin wei 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 den eis eis ja eis können wir auch noch hier hinstellen oder ich weiß dass der tee fast verbrennt aber so können wir den themen morgen nicht einfach hieden vielleicht vielleicht wird auch gesagt vielleicht aber haben wir das team ja ja haben wir nach dem kühlschrank stellen wahrscheinlich ich nehme es mal an ich hoffe ganz stark ich stelle jetzt schon mal ein kühlschrank wir haben keinen kühlschrank doch da ja ja ich mach mal ein t hier einfach dazu eis spaß mit ihrem quicksale ich hoffe es war für sie genauso schön wie für mich so dann müssen wir noch den müll raus wo wo ist müll da oben rechts okay verflucht habe ich doch mal fruktose noch aufgefüllt okay vier drei zwei das so sehen die aus ich dachte schon die sind die coolsten ja die sind die coolsten er hängt mit den coolen kids ab der hat mal einen geklaut weißt du mit den coolen cups mit den coolen muss man eben die sonne hier ausschwerden bitte nicht ausschalten die brauche ich morgen oder so wie ein echter gamer so breakfast towels verstehe ich immer noch nicht more customer ha also die das trash recycling ist eigentlich auch interessanter dass fruktose bringt mehr fruktose ich will das hier haben ja oder so ja okay ja das mit dem trash recycling widerstrebt mir weil ich ja dieses habe dass du die kartons nicht wegbringen muss weißt du ja aber breakfast house ist nur before opening time das heißt also nur wenn du früher öffnest und jemand gestellt ja naja customer traffic increased and plus drei ja schwierig ne ja aber ja bevor ja fruktose stark die haben bisher uns echt die die fruktose aus den aus den nippeln gezutzelt bitte woraus ja aus diesen nippeln diese anschluss nippeln bei der maschine da wie nennst du die denn ja weiß nicht ich habe von tuten und blasen leider keine ahnung classic milk tea ist das milchpulver nicht immer weg milch ist doch vegetarisch warum sollte da wetsch draufstehen ja wahrscheinlich wie dieses wasser wo vegan drauf ist ja stimmt ich weiß es wirklich nicht weiß nichts ich will aber auch nicht auch noch kakao anrühren oh da muss man schichten das ist schlecht das ist ganz schlecht ja okay hier kann man einfach rumpanschen ja was was werden wir in zukunft eher eh brauchen kakao und milch oder milchpulver was meinst du eher brauchen ja für weitere gerichte ich würde fast sagen kakao und milch aber das mit dem milchpulver wäre das einfachste ja okay und von der reputation ist das das gleiche ja übrigens maximal drei verschiedene gerichte können wir anbieten gerichte wie heißen denn getränke steht da oben menu items cap 3 genau da musst du mich nur später dran erinnern weil ich habe ja diese blöde verantwortung hier vegetable fat powder au das wäre milchpulver haben wir überhaupt so ein dingens gepuderte margarine so ein kaffee nein können wir aber schon bestellen stand auch schon hinten äh im telefon gestern to pre-make multiple tea bases you can oh god vegetable fat milk ja pflanzenfettpulver so was kann ich upgraden kollege eismaschine vielleicht ne hitzemaschine komm hitzemaschine die ist ja essentiell für unseren plan so was gibt es hier noch für für die mach mal gleich an mach ich auf schon meinst du na oder was wolltest du sagen ich hab gesagt mach mal schon an hier die hitze achso hast du fructose genommen ich weiß nicht also als ich glaube ja ja ich glaube schon da war nur schon mehr so viel zeit dazwischen weil wir irgendwas neues gelernt haben brauchen wir den teapot ich bestell jetzt aber mal ein ja bestimmt ja für die für die für das pflanzenfettpulver gott okay da ist unser pulver schon geht da rein 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 ach so naja fehler fehler pack grab da pack so mach schon mal neuen tee für morgen das hätten sie gerne sehr gerne glücklicherweise mit eiswürfeln ach hast du schon die lagen da auf dem boden hab ich die umsonst gedüttelt ach du bist schon ready ja ach so naja eben die trottel so also reserve café haben wir auf jeden fall da im schrank haben wir schon jetzt noch nicht gemacht ich kümmere mich so darin ist mit einmal stören aber erst wenn es heiß ist anscheinend alles klar diese versteckte kaffee mülleimer maschine aus ob man das hier einfach rein schütten kann nein das ist das ist das ist das ist das jetzt habe ich alles klar brauchen muss das da rein ich weiß nicht wir brauchen den neuen pitcher dafür aber nicht nein das können wir nicht vorstellen anscheinend gut sagen wir das da weg ja ich okay da war ich aber davon auch noch mal neues es kann ja schon mal heiß werden ja ihre bestellung klar ich habe sonst nichts zu tun 123 dann noch ein bisschen süß ob ist das immer noch heiß ich weiß nicht wie das ist wenn eine zutat daraus heiß ist ja und drei viertel davon kommen aus dem kühlschrank ja ja hitze da ganz frisch aufgebrüht gestern kann das hier schon rein tun auch noch nicht okay okay was ist in der rei ach so der neue measuring cup ja irgendwas habe ich irgendwo in den wissenschaften nach der story kundschaft dass sie extra umweg gemacht haben ich mache noch eine pflanzen milch die ich da drauf kippe also hat sich das hier zumindest gelohnt äh ich habe es in den falschen kassert so ja okay b ja ja keiner weiß nobody nobody knows den trouble den ich gesehen habe oh mein gott es ist erst tag drei es fühlt sich an wie also heute keine rent ist nicht so gut cheaper drinks ist nicht so gut kritik was sind das lautsprechersymbol da oben dieses negative ah das war etwas mit combo dass die combo manchmal nicht höher geht 25 prozent chance darauf ich stelle die frage welche kombo was was ist das was 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 ok whipped cream als letztes aber interessant dass da schon schokolade mit dabei ist ja ja genau und das dachte ich jetzt ja 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 was weiß ich sehen wir dann aber weißt du was geil ist wir hatten oder haben haben wir gericht mit whipped cream ok alles klar dann ist gut dann bleiben wir dabei muss erst wasser rein ja ja genau da muss mal wasser rein stellen wir schon mal hier drauf wollen wir die beste reißmaschine noch mal haben oder wir möchten schneller sein mit heavy objects einfach mal aufkommen beschätzen noch mal t da ist er schon die symbiose kommen sei fällig sei fällig sei fällig sei fällig in der anderen den hier ach so da du willst du magst du magst es also heißt aber im schlimmsten fall sagen sie dass die temperatur nicht richtig ist ganz ehrlich ja das hierfür so wir hätten gerne einmal alt zweimal einmal vegetarisch und dazu ein eiswürfel klar so milch dreimal neu mit zucker und ein eiswürfel klar mein finger hatte ich schon drin viel spaß damit mein finger hat geschnitten ist es so gut ja das ah naja ok so geht's auch ja klar 1,2,3 ha, 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 ha finger rein viel freude sind das m cups? nein das sind S cups tschüss ja hallo tschüss fact ja mich freut dass der müll nicht so weit weg ist ne das ja vorher war der müll schon so bisschen das war vielleicht gab es auch eine abkürzung die wir nicht gesehen haben aber hier ja erase the tip super Tja Ihr Wexer ja ja So sieht's aus. 1, 2, 3, Milch. Das ist was ähnliches zumindest. Viel Spaß. Ja, das Zeug muss jetzt aber auch weg, ne? Ne, ganz ehrlich, so. Achja, packen wär gut, so. Äh, so. Das war die letzte Kunde, ne? Ja, wahrscheinlich. Nee, nee, nee. Nee? Ah, okay. Also es gibt theoretisch noch was für den, aber... Sind wir ehrlich, ist es nicht so gut. So. So, Kühlschrank. Kühlschrank. Die aus. So, da aus. Alles aus. Alles weg. Boah, starke Nummer. Das war gut zum Ende. Was, Stammklubber? Starke Nummer. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Was ist denn heute los mit mir? Ich versteh einfach nicht so viel. Ich hab halt einfach zu wenig mit Menschen zu tun gehabt, weil ich frei hatte. Gestern. Und heute. Und morgen. Das klingt, als wärst du erholt. Entschuldigung, was hast du gesagt? Jetzt wird ja jede Sekunde schlimmer. Ja, ne? Für Drinks mit Eis. Nehmen die oft Eis? Geht so, ne? Ja. Geht so. Kombo mal 20. Boah. Ja, das wären 280 jetzt, ne? Wenn man unten Kombo 14 hat, ne? Ist ganz einfach. Wir halten die Kombo einfach aufrecht und sind die allerbesten. 100 pro wird die letzte Bestellung so ein Mumpitz. Warum ist das nicht das Schlechteste? Weil der Bip Green dabei ist. Naja. Ja. Das ist Fehlerpotenzial, weil du die als aller allerletztes hinmachen musst. Ja, okay. Nach dem Rühren nach allem. Ja, ja. Und du kannst die Temperatur nicht mehr ändern, das stimmt schon. Ja, aber... Ich glaub, das ist okay. Brauchen wir noch irgendwelche Cups? M oder sowas? Ja, ich weiß nicht, wie viele wir noch haben. Was sagt denn die Anzeige? Keine Ahnung, das steht Upgrade davor bei mir. Ach, ich bestelle einfach beide Cups zusammen. Ach, vor allen Dingen, so viele Themen müssen wir auch nicht mehr bestellen, ne? Weil man macht aus einem Teebeutel ja vier kleine, mindestens vier kleine Teebeutel. Ich mach mal auf. Äh, maximal, ja. So, jetzt ist die Whip Cream da. Oh, die muss auch in den Kühlschrank gelagert werden, interessant. Ja, irgendwann muss sie das. Zum Schichtende muss sie im Kühlschrank gelagert werden, korrekt. So. Das Ganze aber gerne in heiß. Und danach steckt mein Finger da rein. Ja, viel Spaß. Das war leicht. Äh, wir brauchen noch... Wow, es gibt zwei Pots. Was brauchen wir noch? Äh, ich mach hier Vegetabelmilch. Wie heißen das? Haben wir doch eh noch acht. Ja, ja, ja. Aber die acht sind ja spätestens morgen schlecht. Also... Äh, das heißt Vegetable-Fat-Milk-Powder-Gedöns. Also wie auch immer. Verdammte Axt, ey. Vegetable-Fat-Milk-Powder. Ja, Fructose kommt bald. Ja, ja. It's in the way. It's in the way. Ja, ja. Guckt, wo er hinlauft, ihr Volk. Äh, ja, oder? Was seid ihr denn? Habt ihr Löcher oder was? Ihr Pappbecher. So, zweimal das hier. Aber gerne in kalt. Viel Spaß. Okay. Wir haben noch nicht einmal das mit Whip Cream gemacht, ne? Why isn't it sweet? Ja. Prinzessin Atlas? Wahrscheinlich, weil ich da keine Fructose reingetan hab. Frage beantwortet? Krieg ich jetzt mein Trinkgeld? Ja. Gern. Weil du eh zu fett bist. War eine ganz schön bauchige Tasse. Ja, machen wir auch noch warm für dich. Meine Güte. Kann ich den Tee bitte warm haben? Mit allwürdigen Respekt. Mit allwürdigen Respekt. Den kriegen sie sich. Ähm. Hat bei dir schon einer? Nee, ne? Nö. Nee. Nein. Bei mir hat auch noch keiner. Hm. Ja. Nichts an uns, oder? Ja. Ja. Glaub ja. Äh. Puh. Versuch heute nochmal einen Tee zu kochen. Gucken Sie mal, was ich hier in der Hand halte. Das ist Whipped Cream. Möchten Sie da nicht etwas als extra auf Ihren Kaffee haben? Nein? Arschloch. Da können wir das einfach machen. Ah. Eishürfel rein. Umrühren. Perfekt. Super Temperatur. Oh. Oh. Kann ich dann damit rumlaufen? Das kann ich schon, ne? Aber... Ah, ich wieg mal noch ein bisschen Koks ab. Äh, Tee. Ach, weil der Beutel leer ist. Bitter. Weg. So. So. Schon mal für morgen vorbereitet. Okay, das ist aus. Das muss, äh, oh nein, das muss weg und ich hab noch ein vorbereitetes da oben. Um ganz ehrlich zu sein, stinkt das? Ne, es dampft. Ne, es ist frisch. Äh, das ist aus. Das ist aus. Müll ist weg. Ja. Ja. Mhm. Lief wieder ganz okay. Wir machen uns immer zu viel Sorgen, wenn neue Spielmechaniken, äh, eingeführt werden. Ja. Aber die... Wahrscheinlich sind wir irgendwann so cocky, dass wir sagen... Oh ja, komm. Nein. Lass uns das nehmen mit den fünf neuen, äh, fünf neuen Zutaten. Das wird schon werden. Ja, ja, genau. Ich bin froh, dass wir bisher ganz gut durchkommen. Wir machen ja ein bisschen Fortschritt auf jeden Fall. Jetzt das vierte Mal, dass wir spielen und wir sind im vierten Gebiet. Komm. Ja. Die Kombo wird heute nicht gebrochen. Wir sind so gut, die Kombo bricht sowieso nicht. Männer von Winterquell. Die Kombo wird heute nicht gebrochen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Prinzessin von und zu. Prinzessin von und zu Atlas. Ja. Und wenn es das letzte ist, was heute nicht gebrochen wird. So, hier haben wir noch ein bisschen Stinketee von gestern. Weiß gar nicht, ob es sich lohnt, heute neuen zu machen. Ja. Das Wasser kann man ja schon mal aufsetzen. Das Wasser kann man aufsetzen. Hä, ist die Dings, äh, aufbessern? Wir haben eben genug Geld, ne? Ja, komm, auch raus. Aber es reicht eigentlich, oder? Ja, auch raus. Komm. So, brauchen wir noch irgendwas? Ähm. Instant Non-Dairy Creamer ist das okay. Ne, ist alles. Ne, ist alles da. Hair is floating in the air. Oh nein! Jede Stunde. Jede halbe Stunde minus eins Kombo. Oh nein! Hätten wir mal genommen, Kombo wird nicht gebrochen. Haben wir! Äh, guten Tag! Hier, gucken Sie mal, was ich in der Hand halte. Möchten Sie mich bestellen, dass Sie... Hä? Ist irgendwas falsch? Hab ich irgendwas falsch eingestellt, oder so? Ja, warum? Ja, weiß ich nicht, weil, das kann ja nicht sein, dass noch keiner bestellt hat. Als gestern den ganzen Tag, dass keiner wollte. Ne, auch nicht. Keine Person hat bisher Whip-Cream. 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 Whip. Whip. Schlach-Sahne. Ah, Sie hört uns gerne warm? Klar, mach ich. Überall stinkt das hier. Weiß nicht, kommt es aus dem Mülleimer. Ich weiß ja nicht, ob so ein Coffeeshop, der nach Biber und Wolf riecht auch so... 1, 2, 3, guck mal, den kannst du benutzen jetzt. Wusstest du, dass du genau das machen wolltest. Schön. Ja. So, Eis machen wir zuerst rein, ne? Ist ja logisch. Ein bisschen Zucker. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Stressparks, Ihre Bestellung... Achso, Sie gehen weiter. Alles klar! Ja! Hören Sie! Ich habe auch nicht Frau und Kind zu ernähren. Meine Güte, ey! Behalt dein Geld! Ich habe jetzt einfach Schlach-Sahne drauf zu machen. Schlach-Sahne. Oder ist das so eine Sache? Warte mal. Er hat sich nicht beschwert. Hä? Nee, aber da gibt es doch extra nen... Ja, haha! Wahrscheinlich erst mal... Ah! Erst mal eins gratis, ne? Ein bisschen anfixen und dann ist das... Ich wollte gerade sagen... Der hat es rum erzählt. Ja! Ey! Hä? Das... Aber ist das jetzt ein Zufall? Jetzt mal ehrlich. Also... Warum ist denn eigentlich so wenig Kunden hier? Wirklich wenig Kunden. Kann ich ihm auch Schlach-Sahne mit dazu verkaufen? Da, viel Spaß! Da, Eis, da... Ah! Weiß was, hier! Da, Schlach-Sahne! Ich fülle trotzdem auf! Ähm... Also, wir haben noch einmal Coffee in petto. Äh, machst du einmal VEG neu? Ah! Ah! Ja, schon! Hey! Hey! What the hell? Ich weiß es doch auch nicht! Das V steht für Weizen! Ich weiß es nicht! Tja! Das V steht für Weizen! Das V steht für Weizen! Wunderschön! Ey! Die Kombo wurde nicht gebrokt! Ja! Fünf! Stark! Warum hatten wir vorhin 14? Weil sie jede halbe Stunde um eins reduziert wurde! Das konnte ich ja vorher nicht wissen! Ah! Ah! Äh! When customer... Explosion! Ah! Line up... Äh! Explosion! Das hört sich so an wie... Ey! Es wird mehr bestellt, ne? Nö! 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 Unfinished Order! Spacetip plus fünf mal... Ja! Wie viele... Oh! Das haben wir gleichzeitig! Drei oder vier! Ah! Da fände ich das linke besser! Oh! Entschuldigung! Was? Das wären halt plus zehn gewesen statt plus fünf, ne? Ist eigentlich genau das gleiche! Yin-Yang-Eist Mountain! Äh! Der Name ist cool! Mocha-Eist-Ying-Yang-Milk-Tea! Okay! Was brauchen wir da extra? Schokosauce, die wir eh wieder vergessen am Anfang reinzumachen! Und Kaffee! Also wir müssen Kaffee kochen! Haben wir eine Kaffeemaschine da? Ah ja! Okay! Sollen wir das machen? Ja! Komm! Wir setzen den roten Tee! Den Standard! Den S-Cup roten Tee! Dann brauchen wir keine S-Cups mehr! Gut! Dann haben wir die nicht bestellt! So! Ähm! Schoko! Kaffee! Und das war's! Das schaffen wir! Robina! Grüß dich! Ob ich wieder in Deutschland bin? In Bayern? Ja! Ist fast das gleiche! Schön, dass du das auch einsiehst! Slightly increased movement speed! Äh! Ja! Ja! Mehr movement speed! Äh! Hi Darksider! Ich glaub du hast schon mal gefragt, ob ich Octogeddon kenne! Und ich erinnere mich aber nicht mehr an meine Antwort! Also jetzt gerade würde ich sagen nein! Die ist noch gut ne? Die Sprüh! Ja! 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 Sollen wir? Ich dachte ich switch das mal! Also die Schokolade kommt hier vorne hin und die Sprühsanne hier oben! Weil die Schuppi immer am Anfang hin ist! Ich werd's rausfinden! Wenn's soweit ist! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! So! Äh! Äh! Genau! Coffee ist noch immer nicht aufgefüllt! Warum nicht? Okay! So! Da! Geh! Machen wir nur einen Veggie! Äh! Äh! Ich mach immer neuen Veggie! Tatsächlich! Ja! Da wurde das wir kein Geld haben! consign mit davon mal haben! Wau 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 wau! 406 Penunsen! Können wir immer noch unserer nennen! an dieser Stelle! Penunsen! Äh! ja und schon mal den ersten fehler gemacht das ist zwar sehr gut so schau mal wie diese komplizierten sachen 1 2 3 finger rein fällig die es kaps weg der will doch gar keine schokolade 1 2 3 glaube ich könnte okay sein nein ich habe ich habe schoko soße statt genau ja das letzte ist was drauf kommt ja jetzt bloß nicht damals rühren bevor ich drauf spritz wenn ich den kunden ist die reihenfolge da sehr wichtig was fehlt mir denn hier ist es das gewesen ich hoffe keine ahnung ja okay scheint hatte ich einen tee zu wenig und regular hallo regular das muss ich mir gleich mal in ruhe durchlesen das schwer so ein sehr langer text was das welches spiel ist also das müssen wir umfüllen da 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 das dahin da ist so so super er was funktioniert ganz ehrlich jetzt nicht es ist nicht schlecht wenn es funktioniert konnte ich habe ich jetzt ja ich habe nicht gewöhnt es ist ich konnte aber auch nicht die tüster bis ja ich durfte nicht scheiße ist habe ich so ist dass das ding süß entfernen und ich sagen dass jemand hingeschoben hat wird halt wieder zum geist aber oder das können wir auch einrichten dass du wieder zum geist nein danke zu hart am bubble tea strohheim gesaugt ob to get on ist es quasi so dass du dich am anfang nur mit tentakeln drehen kannst und je weiter du spielst verschiedene waffen für deinen tentakeln freischaltest und es ist nicht schwer nicht einfach zentakeln ich höre nur zentakeln ja das weg direkt dein interesse ob to get on ich mein also da klingelt auf jeden fall irgendwas ich lese mir das nach der runde noch mal in ruhe durch das war isle of arrows okay give me the most expensive ja geil die zutaten haben wir ich bin nicht in peru geblieben wir haben uns dazu entschieden dass sie wieder zu uns kommt nach deutschland dann war kurz die rede davon dass ich doch nach peru ziehe und jetzt ist wieder der plan dass sie nach deutschland aber schön dass dass ich nicht der einzige bin der nicht auf dem aller aktuellsten stand ist ja gut ich meine wir checken einmal gefühlt es waren auch turbulente wochen also von daher ist es schon ist schon mehr ist das stimmt genau das kann man erst wenn es heiß ist ja genau genau also bei beiden erst wenn es heißt irgendwas ja kaffee bereit ist und ist kaffee bereit wir müssen nur aufpassen dass es okay man kann kein heißes wasser rausziehen das gut ja kommt kommt her lassen wir so rein ist das schon drin ja bestimmt ja ist ein regular hallo regular guten morgen regular so wir hätten hier gerne schokolade drin aber das ach so die ordern ja nur das jetzt ne ach du schande was haben wir uns da eingebrockt was haben wir uns da eingebrockt wo ist die ich habe keine sprühe sahne ich habe sie wieder weggestellt da viel spaß und das könnte gewesen sein so dass dann immer das dann immer das ich habe den kakao schon vergessen kacke gut dass du mich gerade erinnerst gut dass du mich gerade erinnerst äh 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 eis sprüh sahne irgendwie sowas boah ich glaube das war richtig so super dissatisfied super äh äh passt was da noch mit rein kannst du es da mit rein kippen oder nimm das erstmal mach das erstmal leer sonst wird das ja schlecht ist doch egal schneller weißt du was dafür haben wir so viel zeit verständet so Foto rein das hier da viel spaß ja ist jetzt heiß und nicht kalt aber ja so läuft es manchmal ne hättest du ja äh eigentlich Zeit gehabt um das richtig zu machen wieso kann ich keine Schoko äh ach so es ist leer ja Schoko ist ein guter Hinweis sprüh sahne viel spaß äh äh was da essen sie das essen sie das wir brauchen so wir äh hier einmal ein bisschen stören das wird schon super sein da ah Typ Sam regular hast aber auch hallo gesagt äh toll ja ja wieder nicht perfekt aber ach kein Kaffee wieder alles hier vergessen an ah wieder an Reihenfolgen bezüglich Schoko Schokosauce Schokosaus Saus so Temperatur äh ich hab ja für ähm ne andere Plattform letztens ein bisschen was aufgenommen ja und da aber auch hier ein Kommentar also äh von In-Game äh ähm Charakter like a boss like a boss ein bisschen wie äh äh naja 2000 wann war das 12 Lonely Island äh 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 kann ich die aus dem Schrank raus benutzen ja jeder Kunde wollte sie hier ist der heiße Scheiß seitdem ein Kunde angefangen hat ja trotzdem hat sie gefehlt ja es war die falsche Reihenfolge der Soße es hat nicht gefehlt es war nur hässlicher als er sich vorgestellt hat ja ja genau die Kundschaft ist auch hässlicher als ich dachte ja jetzt hast du ein Gesicht mit dieser fantastischen Stimme wow wow welche fantastische Stimme bitte was äh äh eine gewisse Rubina hallo Rubina äh äh jetzt habe ich wenigstens ein Gesicht mit dieser fantastischen Stimme ich habe auch ein Gesicht mit dieser fantastischen Stimme aber wir haben es geschafft 73 Kunden einigermaßen zufrieden zu machen wow wir bedienen immer mehr Kunden und kriegen immer weniger Geld was ist da los? ja aber am Ende also ich bekomme jetzt von 189 Lux Dollars 805 habe ich bekommen ja mit 650 First Reward clear ne oh der der Grind lohnt sich aber nicht ne das oh boah so und äh dieses wunderschöne Gesicht trinkt aus dieser wunderschönen Tasse aus dieser noch der Schei ist ja nicht da dann kann man ähm diese ganz herzallerliebste Tasse die ganz besonders schön ist und wo alles besser draus schmeckt ich habe so gerade so ein Gefühl mhm ah es wirkt so wie eine milchige Glastasse so wie du das tatsächlich bestimmte Schwingungen also und es hat irgendwas mit gelber Farbe zu tun ähm faszinierenderweise also ich sag mal so Akira Toriyama Gott hab ihn selig oder vielmehr Dende hab ihn selig ähm hat ein Einfluss auf dieses Trinkbehältnis gehabt ja okay dann nehme ich an es ist ähm Käsemilch Zitrone nah genug ungerührt nah genug nein ja ungerührt weil in Schichten korrekt ja genau korrekt so ähm hast du mit dir schon irgendeine Option die Vitrine zu vergrößern oder mehrere Sachen rein zu holen wollte ich auch schon schauen ne hab ich nicht tatsächlich ähm ich weiß dass man irgendwann angeblich bis zu viel haben kann ja 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 genau ähm aber ich denke das ist Endgame Content oh oh ich hab was ich hab äh Blueprint House with Bathroom ja kostet mich wahrscheinlich deutlich mehr Geld als ich jemals haben werde 8000 oder was ich hab ja schon nicht ich hab ja schon nicht was hat der 5 gekostet House with Living Room hab ich ja schon nicht das kostet 15 oh ich hab nicht mal das was du hier hast ja das ist aber noch relativ Bigger House ist das äh hm hm ja kein Problem Robina ja immer wieder gerne hol dir Backpack Hero Backpack Hero ist richtig nice oh ja Backpack Hero ist richtig richtig nice Backpack Hero jedem empfehle ich Backpack Hero immer ähm hast du das auch gespielt selber? ja 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 ich hab's gespielt da gab's diesen ganzen Overworld Teil noch nicht da bist du hast du am Anfang einmal deinen Helden ausgesucht wurde es je nachdem wie weit du warst am Anfang einmal von so einem Dude angelabert der dir Boni gegeben hat für deinen Run das ist mittlerweile Teil von diesem Quest System ähm ne und dann wurst du halt einfach da rein geschickt ne es gab vier Helden es gab den den Roboter es gab Satchel so den Vogel ja weiß ich nicht Kröte ja 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 genau und Purse ja ja genau Purse natürlich ja 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 und dann war das halt eher so auf Runs aufgebaut dass du quasi einmal den Spielmodus wählst und dann ähm mit Modifikator XY dein Runmuss so und entsprechend muss ich auch sagen weil ich es vorher schon so viel gespielt hab catcht mich das mit dieser Overworld halt nicht so ähm ok weil die Runs auch sehr früh ja teilweise zu Ende sind wenn du eine Quest erfüllt hast so war zumindest mein Eindruck aber ja ich hab letztens im Livestream ne eine Quest mit drin gehabt ähm da musstest du so eine Stoffpuppe in jedem Kampf einmal benutzen ansonsten bringt die dich um ah ok und natürlich hab ich das immer wieder vergessen und bin drei oder viermal gestorben an der fucking Quest weil ich so unkonzentriert war du denkst dir ah ja komm ich muss das machen das machen das machen das machen die Puppe benutze ich später ja ne ich weiß nicht was unkonzentriert an dem Tag ja manchmal ist das auch so man will eigentlich nur abschalten das ist ja bei äh Slay the Spire und so auch immer so gewesen ne manchmal hat man einfach irgendwie nur Müll gemacht mhm ja warum man es eigentlich besser wüsste ne ja 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 klar genau ne einmal unaufmerksam und dann hast du dir das ganze Deck verbaut ja äh Octogeddon sieht ganz witzig aus tatsächlich das äh von den Screenshots her sieht aber so ein bisschen nach Mobile Game aus muss ich sagen ähm sei aber von den Plants vs. Zombies machen was du selber nie gespielt hast ne oder ich hab das nie gespielt nein ich hab auch nie irgendwie was dazu gesehen ich kenn nur ein ein Ding das ist diese komische krass was aussieht wie Knuffenser komplett grün ja das ist so der Standard der Standard Turm sag ich mal ja so das Maskottchen oder was und dann ja ne das ist der Standard Turm der nach vorne schießt und dann setzt du da vorne Walnut was ne Walnuss ist und der so ein bisschen tanky ist dann wird die Eingang jetzt geknappert von Zombie das ist toll alle meine Erinnerungen sind irgendwie 15 Jahre alt aber es ist toll gewesen äh ja ähm ich würde einmal Pullern gehen weil das immer so die Stream immer die Stelle im Stream ist wo ich mal in Pinkeln geh ähm ja und äh und äh will mich kurz in die Pause verabschieden so für 5 Minuten ja machen sie bitte ja ja bis gleich ja 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 und Robina äh sonst geht es eigentlich ganz okay so ein bisschen die Wehwehchen mit der Hüfte ganz normal Stress mit Arbeit ganz normal Stress mit Prinzessin Atlas in Ingame ganz normal ne aber ansonsten ich bin jetzt umgeschwungen von Livestreams und Videos aufnehmen direkt zu Livestreams aufnehmen und in kleinere Häppchen verpacken und die zu leasen weil das dann doch angenehmer ist als ein 5 Stunden Stream immer mal wieder anmachen zu müssen und zu suchen wo hat man aufgehört zu gucken und von daher ist das angenehmer jetzt was das angeht von daher ist da schon mal ein bisschen weniger Stress ganz normal Arbeit dann noch Nebenjobsuche so mal gucken ob es irgendwas remote mäßig gibt ne oder ansonsten alles beim Alten oder ansonsten alles beim Alten Häuße beim Euden paar Sachen bleiben halt auf der Strecke wie Online-Shop aufbauen da hast einfach keine Zeit mehr Aha die Seiten gewechselt Darkseid ich sehe schon kannst ja kannst ja beides laufen lassen aber ich habe von dem Spiel auch noch nichts gehört ich werde eventuell nachher noch einen Livestream machen so einen kleinen bin mir nun sicher was genau ich da mache entweder einen Legend of Zelda Metroidvania Bulletel Spiel was glaube ich vorgestern veröffentlicht worden ist oder ein wie sagt man da ein ein Claw ein Claw Game Roguelike Demo mal gucken Spelunky nein ich fange Spelunky nicht ohne den Atlas an also werden das definitiv spielen nehme ich an also Spelunky 2 so schätze ich mal aber wahrscheinlich erst wenn wir mit Feed the Cups genug Stress geerntet haben Hi ich habe nur irgendwas von äh Metroidvania Bulletel äh Legend of Zelda gehört ja das klingt nach einem typischen Spiel für dich auf jeden Fall das ist aber auch richtig geil das hat auch starke Zelda Vibes obwohl es mit Spaceships ist mit Spaceships ja Chips ich wollte gerade sagen such mich aber du siehst meine Millisekunden ne ähm ich such dich tatsächlich gerade echt aber ich bin glaube ich schon zu weit gelaufen ich bin auf der anderen Straßenseite beim Park äh da ist er ah 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 Geister Geister Ge-ge-ge-ge-geist äh hab ich hier schon ein neues freigeschaltet ne Tritrate plus 10% bei gutem Review es macht das Leben aber halt auch schwerer ne weil wir dann wieder die Kartons kaputt machen hm hm Axel wie lang ist es her dass also zwischen Spelunky 1 und 2 und wie lang gibt es Spelunky 2 schon wenn du auf Spelunky 3 wartest hm hm ich glaub Spelunky 2 ist jetzt auch schon wieder was älter also bestimmt 19 gefühlt 19 Jahre das ist natürlich was ich meinte offensichtlich hm hm wenn ich sage wenn ich sage 98 dann denkst du auch 98 Jahre und nicht 1998 ja ja äh äh Starting Customer Type M ja ach hä was ist denn hier los ah da ich äh man sieht mich überfordert auf jeden Fall mit der Menüführung jetzt schon auf der Mailbox so willst du wieder der Geist sein dann kaufen wir keine Schuhe außer das sind gute Schuhe naja hauptsächlich du hast Schuhe ich muss eh stehen bleiben ja Rubina mach mal also wenn du möchtest ein zwei Tische einer links einer rechts ja aber sehr guter Schirm wo ist der Mülleimer ganz oben ok und wo ist der Mülleimer für drin da auch ganz oben ja what the hell äh was ist das in der Mitte für ein Tank müssen wir da irgendwie die oh Gott ist das schon vorbereiteter Gurken Gurken Gurkenwasser wahrscheinlich ne ja das das könnte es sein Ingwerwasser und wieder eine Teewiegestation auf jeden Fall ja ja die wird uns jetzt immer erwarten da kannst du ganz stark von ausgehen ich hoffe wir machen endlich mal richtigen Bubble Tea ja dann wenn du das hoffst dann bitte Olog apropos Dragon Ball ne ja ja oh 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 was für Raubtipp warte ähm the prepared tea into tea barrel 40 Portionen Wasser und dann das Ding heben und zur Eismaschine eher gut ist irgendwie ok tea barrel needs to be placed back on the shelf and can it be used on the table of law was heißt das dann der Tee wird nicht mehr schlecht das da kennst du das Spiel aber schlecht ähm ich verstehe das mit dem tea barrel da unten nicht er muss er muss auf einen stellen er muss auf einen stellen du kannst es nur wieder dahin stellen wo es steht ja ist doch klar du musst es wieder auf den Lautsdingsbums drauf klatschen oder du kannst es auch nicht auf den Counter vorne stellen ne ah ach das ist gar nicht so ein riesiger Tank ist äh ok naja da adden wir mal ach was weiß ich waterproof boots ja kommen wir nicht oh so äh was hast du gesagt was ist hier vorne das Telefon ist direkt hier vorne ah sehr schön mussten wir was bestellen wahrscheinlich noch nicht ne am ersten Tag sind sie meistens nett mit einem ja äh was gibt es denn hier mehr Hitze ne mehr Cups für Cups sparen ja hat er sich den X Slot gekrallt ja klar ja also ähm das Mantle ok wir haben noch keinen Tee zusammen haben wir keinen Tee bekommen von denen? doch ich hab den gerade oben reingepackt ach da aber wie viel muss da rein? schau mal hier war hier war schon einmal geschenkter 50 Gramm Tee was? ja ne den hab ich schon abgewogen ah ok also ich hoffe dass es 50 sind aber nicht abgepackt ja 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 ich hab ihn wahrscheinlich sind es 50 wenn er zu dünn ist ganz ehrlich die Kunden haben eh keine Ahnung oh scheiße jetzt dachte ich ich komm dann hab ich da 100 Gramm links reinpasst äh extra stark AT extra stark AT extra stark extra stark extra stark so äh ich kann das hier nicht hä? ja das ist dieser Schritt der uns jetzt fehlt ne ist es so? was so? wieso kann ich das denn nicht einfüllen? äh äh bitte was? hä? ne achso oder oder Eistee äh äh Ice Cubes rein? ne die haben gesagt man soll mit man soll mit dem großen Ding dahin zu den Ice Cubes ja aber muss dann erstmal müssen Ice Cubes hier rein hä 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 ok finde wir das mal raus Wenn der Tee drin ist irgendwie ja ok wir können bisher keinen Tee produzieren add ice geht nicht wo ist der Becher? ach da oben ist der Bestellbecher ja ja aber äh stell den mal den Topf nochmal irgendwo hin ich will wissen ob ich da ob du das da rausnehmen kannst ich glaub das hab ich schon probiert ne ne ja das scheint ja nicht so gut zu laufen ähm ich gehe mal ans Telefon und guck was hier los ist wir können aber auch nichts wir können aber auch kein bieter bestellen oder so also ja also also kein measuring cup oder so was ist der schritt der uns fehlt oder müssen wir beide weg genommen haa schau mal warte vielleicht ist das ja und dann kannst du es wieder da oben hinstellen alles klar kommen das machen wir noch mal aber neun dollar haben wir gemacht ich weiß nicht womit was freut mich gelangt die 1 2008 spielanke 2020 dann kommt spielanke drei jahr wahrscheinlich 2032 ja oder es dauert jetzt immer immer doppelt so lang ja ja oder oder zehnmal so lang oder oder quadriert könnte könnte auch sein oder es kommt morgen wird sicher so ein shadow rob kann auch sein ist es dann angekündigt wahrscheinlich nicht mehr oder ist es angekündigt machst du denn jetzt auch kommentare dazu oder oder alles ohne kommentare so jetzt müssen wir wieder jetzt jetzt ist natürlich easy wie mal schauen ob jetzt flipflops machen wir nicht ach so ja die sollte ja trotzdem funktionieren da hast du auch schon ja ja ach so dass du kannst auch schon ein okay fruktose müll der teufel ja das will ich wieder danke ich habe genau vier dinge rausgekriegt man stark da ist wirklich stark start 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 auch das ist wirklich start ach hast du den x-slot genommen was habe ich noch mal ja 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 aber wer zuerst kommt mal zuerst so will es das gesetz aber brauchen wir eis ja wahrscheinlich das klingt logisch okay ich stelle das da schon wieder hoch so wir hätten gerne vier malte also alles ok und er hat es gerne bei raumtemperatur das heißt wir tun eis drauf mist und dann steigen wir das wird noch einmal eiswürfel da rein kippen können dann wäre immer bei raumtemperatur da mache ich jetzt mal eben mach jetzt mal hier eiswürfel rein da ist er auf raumtemperatur muss ja alles nicht so mega weit weg sein hier das geräusch auch vernommen aber war mein zwar jetzt nicht so gut aber auch einigermaßen achte nimmt dann automatisch ja 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 das dann nett nämlich ja da ist das spiel nett da geht mich total da waren wir noch mal hier noch mal eiswürfel rein also so funktioniert das so weiß ich nicht ja ok der nächste kunde der nächste kunde von woanders so das ist ja auch denkbar einfach außer dass er noch fruktose haben möchte ich habe den anderen besitzenden kunden gesagt ja holst du am tressen da muss einmal aufstehen ist das immer noch warm da oben scheiße ja weil ich nicht ganz sicher bin ob das mit dem eis so funktioniert hat auch ich glaube schon aber ich habe einfach zu wenig eis reingemacht glaube ich weil da steht nämlich add eis ja ja wahrscheinlich brauchen wir mehr eis zu zwei ganze nimmst du die bestätigung da unten mal die da ach die ja da unten reicht ja nicht muss schon da rechts unten außen sagen also für zehn also pro zehn ja brauchst du einmal eiswürfel vorrat boah das klingt aber ein bisschen als können wir die eismaschine mal über nacht anlassen oder eine bessere kaufen ja wird glaube ich glaube ich nicht vorgeschlagen ja das schaffen heute nicht mehr mit dem t ich mag nicht dass die fruktose maschine da drüben steht aber es gibt keinen anderen guten platz dafür ja wir könnten sie mit der wir können sie mit der steam machine tauschen oder mit den mcups da oben ich kann sie nicht tauschen place so soll das hier ja genau dann haben wir da mal heißen sehr effizient ja das heiße wasser dass wir ja das vielleicht ist morgen auch immer noch heiß was weiß ich und darksider schreibt es gibt bald eine multiplayer funktion für stack lands ok wie auch immer das funktionieren soll ich habe auch keine ahnung das mit der eismaschine war ja mit absicht jetzt ne ach du lässt ja den profil banner machen und so klar dachte schon ich glaube firecrackers sind besser als blessings kam weiter die krieg earnings ist noch ja aber dafür seltener aber ich glaube das zwei ist richtig stark ja für firecrackers nehmen ja ich bin auch für firecrackers so oh nein was das was ist dieses wort ich habe auch gerade was anderes gelesen aus mannthus chestnut aus mannthus ist mir egal alles mit joey chestnut dabei will ich will ich haben so ok das ist einfach so ein topping anscheinend unseal und crash ah ok ja tonks welche tonks wo steht tonks ja die werden wir einfach haben wir sind doch wir sind bären und sowas like like red beans need to be refrigerated after opening ok hold a cup die zuletzt die wird einfach aufgefüllt komplett ach genau okay alles klar das heißt erst die die chestnuts und dann ja dann schauen wir äh hitzemaschine besser ja ne ist relativ günstig gewesen ja maske kann es um es ist eine gute rückfallebene äh der tee stinkt ein bisschen aber ist es ist okay alles kein problem ich habe noch nicht bestellt nein nein ich wäre jetzt auch interessant dass die chestnut hier als taro angezeigt wird als taro als tatort taro ich kenne das wort vermutlich nicht äh die taro ach so ach so da habe ich noch mal welche bestellt nein ich hoffe nicht so ein beutel dara ach so und der andere hat schon einen beutel ich will den mülleimer bewegen ach naja hier hibiskus irgendwas was auch immer das hier ist hibiskus für arme wahrscheinlich wir haben noch mal hibiskus echt? ja oder? bin mir nicht mehr ganz sicher kann sein in der aufnahme mit shai so beutel raus beutel raus sehr schön place places so da habe ich schon mal kalt glaube es gibt auch einen kunden da unten aber ich werde die eismaschine komplett geleert ach der rechte ist jetzt lauwarm der frische der rechte ist auch noch kalt beide aber ne ach so aber wir hätten es gerne heiß some like it hot so immer noch das geilste geräusch in dem spiel ja ja so äh haben wir schon chestnuts? ne alles ist auch noch nicht offen okay oh entschuldigung habe ich gesagt es ist nicht immer das ist der geist ist einfach zu schwach crash hä? warum kann ich jetzt nochmal crashen? keine ahnung so okay willkommen bei stressbox ihre bestellung bitte alles klar fruktose und einmal aufgewärmt natürlich kommt sofort äh also chestnuts sind hier drüben weil ich keinen besseren ort habe irgendwie ich weiß auch nicht ja das komische zeug hier ich wollte auch noch keiner glaube ich es sind doch nur neun noch da ne immer immer hier das zuerst so und kein problem probieren also ich äh ich hab da keinen Einfluss oder Anteil an irgendwelchen Sachen alles was du machst machst du selbst hast du gerade äh hab ich gerade? ähm also die chestnuts kann man schon später einfüllen ja äh nur alles alles flüssige muss irgendwie vorher stern hot ok frech ja ich ich bring das mal den kunden an den tisch ja ach ja ja wenn du so ein Arschgriecher sein möchtest von mir aus von mir aus ist das dann so äh Müll ist weg ja wahrscheinlich wird das ok sein äh 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 von Anfang an ja fast gewinn gemacht also es soll quasi so sein dass ihr ein Screen habt und doppelt Karten von Anfang an und wenn einer von euch Crafting öffnet sieht er nur der also quasi mit doppelten Startkarten äh ich rast glaube ich nicht ganz aber doch ich glaube ich kann es mir vorstellen man teilt sich ein Screen ok ja also so wie hier ja so ungefähr wie hier dann bleiben wir doch mal hier ich glaube äh äh haben wir Stress noch nicht ne? ne ich glaube nicht false publicity fake news oh ne bessere Eismaschine wär gut ne? ne bessere Eismaschine wär der ober über hammer ey pack geht immer noch nicht hm äh da sind da sind wenige delivery movement speed ok ich brauche euch schon mal noch mehr Tee ja noch mehr Tee ja hab nur noch zwei Packungen ja ist ok achso halt stimmt oh ja wir da kriegen wir vier äh ok egal ja ganz ehrlich wenn du es jetzt nicht gesagt hättest ich wär fein damit gewesen guck mal das Brett brauchen wir aktuell noch nicht ja mal gucken mal wenn wir den Käse schneiden müssen ne? oh ne ey ey grüner Tee O-Long Tee mit Käse boah O-Long Mastama Guter Guder ja oh das ist immer so schlimm hm was genau Guder Guder ja ja ist wobei eh nie jemand weiß wie genau das heißt ne? ob es jetzt Gauda oder Chauda ist ja ja genau ich glaub letzteres aber man soll es nicht versuchen wenn man nicht äh Niederländisch spricht ja weil man sich ansonsten verletzt hm hm das ist wie Fanhoch hm ah der heißt außer gar nicht Fanhoch ja nein nein er heißt aber vor allen Dingen nicht Fanhoch hm oh ja hm hm da gibt's ja dieses komische Meme von wegen Van Gogh Van Garn und achso achso irgendwie sowas ne? hm 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 ein Venti kommt sofort Fanvent ja ne lieber Larch danke dazu ein Grande hm 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 falsche Tasse blub 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 dann den Müll hm oh ich hab vom Neuen genommen einmal ups unverzeihlich ja unacceptable so damit das nicht nochmal passiert wow ok alles klar das war jetzt kein Beinbruch ne das war keine Niere die du verloren hast wir müssen sparen 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 aber kundenbedien tue ich nicht hm hm da viel spaß kunde das ist ja mal hm hm willst du dich hier hinsetzen? na soll ich deine order annehmen? ah ok ja besser ist besser ist verschwinde hm da ist gleich ein bisschen gern gesehen hm 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 na 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 ne oh aber der da der hat schon an die Kasse der hat schon an die Kasse und hat sich dann entschieden nö setz ich mich oh da viel spaß übers Gras gelaufen wow übers Gras ja Schande ah aha da ist er ja das hätten sie gern alles klar kommt in wenigen Sekunden äh das das klar liefere ich ihnen natürlich auch noch an den Tisch für ihre stolzen 17 Dollar 28 Kripp ja das stimmt schon aber kann er das ist ja nicht seine Entscheidung das ist ja den Kripp den haben wir uns ja verdient ja das hier kommt in Müll weil es morgen nicht mehr funktioniert oder ansonsten die Steam Machine noch aus und dann war es das oh klingt schick schick gut wow schon wieder Verlust gemacht geil ja toll ja es ist wir warten auf den Return of Invest wenn du etwas Neues bestellst ja ja und man muss ja auch immer etwas Neues bestellen der Roy äh Price ja bitte nicht wieder das Rechte nein aber aber ja du weißt dass das bleibt ja das ist ja eine Demonic Ability die ist ja super mehr Customer mehr Money ja genau und das letzte Mal hatten wir dann auch sieben Bestellungen in der Queue und haben nicht mehr gewusst wohin dann vorne ist ja weil wir einmal den Stresstod gestorben sind ja ja ist okay mach was du willst ist dein Geld ist dein Kaffee ja ich bin nur angestellt ich habe mir ist aufgefallen dass wir noch weiß ich nicht fünf Tage vor uns haben oder so da ist der Käse da ist der Käse da ist der Käse und was ist das andere oh äh wie heißt dieses Zeug ähm da steht Konz also irgendein Konzentrat da steht Kondensmilch Goun Gonsch ne Quatsch nein ich wollte sagen ähm was ist man mit Spargel Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise genau das woran ich gedacht habe Sauce Hollandaise mit ein bisschen Schlagsahne Creme Bomb ich würde den Käse nehmen einfach weil das viel lustiger ist ja ich auch ja das ist ja lustig ist auch ein Wort dafür ja das ist komplett abartig ähm nehmen wir sicher schneiden wir noch ein bisschen Käse nebenbei noch ein Artikel im Kühlschrank warum auch nicht ja sicherlich sicherlich noch ein bisschen Käse aufschneiden für sie ja ja ein Headset jo so ja mehr Cleanup Time das ist gut du hast mich und Käse bestiehlt du hast nun nicht verkehrt Grab dahin erst mal crashen noch dahin ja ach guck mal wir haben so ein Ding kann da auch das hier rein so als ich glaub nicht was weiß also ja das weiß ich schon klar dass es so ein Liquid ist aber ah ha 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 und gecrushed wo ist das? ach hier oben ja so in der Zwischenzeit ein bisschen mehr Tee haben wir jetzt wir mussten auch so viel Käse kaufen nur dafür dass die Leute eine Käsescheibe ja oh zu ihrem grünen Tee haben können boah ja ja ich komm sofort ich muss eben noch Tee manuell abwiegen wie ein Höhlenmensch ja aufzukommen auch nicht schneller wenn sie häufiger drücken ah wir haben keine offene Milch oh crapity crap wer hat die Milchblatt nochmal eingeräumt? naja jetzt kein Vorwurf das warst du korrekt aber ich hab meinen Fehler auch ausgebadet ich werd dich das nächste mal dran erinnern äh nicht umrühren und ne Käsescheibe oder aber dann auch heiß ne dann ist sie so angeschmolzen ah geil boah ja geil in deinen grünen Tee mhm dann labert die noch mehr über den Rand ne warum sitzt er eigentlich erst am Tisch und unter das ganze Getränk mit so hab den Käse dann mal mit dahin getan ne weißt ja jetzt nicht wer den vorbereitet hat ich auch nicht das warst du ah so Müll ist fisch das hier dahin so ach so aber den Trey von den Chestnuts und so so sehr ich mich auch hasse dass ich das gerade so gesagt habe ähm müssen wir dann später in den Kühlschrank stellen ist das doch nicht kalt? ne nein sonst hätten sie auch nicht extra gesagt Kühlschrank doch aber guck mal da ist ja so ein grünes Läppchen an wir können das ausprobieren wir haben ja genug ne ja das stimmt aber ich hätte gesagt das muss in den Kühlschrank ach ja klar sicher natürlich bringe ich ihnen das auch noch fürs 25 Mark klar bringe ich ihnen das an den Tisch ich kann ihnen das nach Hause liefern noch wenn sie wollen boah das wäre ja nicht ganz cool ja ich mach das nur nicht weil ich nicht mit so einem Drecksgetränk in der Öffentlichkeit gesehen werden will got äh haben wir haben wir dazu noch Hitze und Fructose Pfff nein ich habe es aus Versehen umgerührt und er hat es mich nicht mehr abbrechen lassen ey beim umrühren sind sie auch resolut ne äh ist er naaa äh müssen wir den neuen T nehmen ist egal das ist dann jetzt so äh schonmal alles ist aus ist aus schön schonmal für morgen einfüllen so mach wieder aus ein bisschen was da fehlt was äh Käsescheibe ja offensichtlich du trinkst das wie trinkst du denn deinen grünen Tee bitte hallo ist ja wohl klar mit extra mit extra Butterflocken normalerweise ähm ja komm wir probieren aus ich sag die stinken morgen und sind nicht mehr benutzbar ich sag die sind benutzbar stinkt trotzdem ja stinken stinken war klar aber ich sag die sollten wir nicht schon benutzen hm lingert dann auch so einen etwas komischen Humor manchmal äh erzähl mir mehr äh ich zitiere stell dir mir gerade vor ein Kunde pupst auf einem Stuhl und direkt danach setzt sich ein anderer Kunde drauf und muss das riechen bei eurem Laden das also ich weiß nicht wie viel Flatulenzen äh Trinkbehälter haben ja das ist natürlich auch so eine Sache ne was ist wenn was ist wenn so eine wenn eine Tasse laktoseintolerant ist aber muss äh äh servieren oh wow das sind die das sind die krassen Fragen so nämlich ähm wollen wir Sauce Hollandaise nehmen oder nicht weil wir haben noch die Möglichkeit es aus oh Gott ja dann ja dann volles Programm ne komm dann machen wir so dann ist das jetzt unsere Speisekarte für Häuser also wir brauchen alles Karamell, Whipped Cream, Sauce Hollandaise alles klar ja sicher machen wir ne das ist klar klar du kümmerst dich drum ne hm ja komm mach ich jetzt drauf ja obwohl Feuer Speed Delivery sinnvoll auch die Milch ist äh ups äh da guck die Chester sind doch gut es ist Kondensmilch übrigens Taro haben wir schon Taro eher ne so Skid slightly slip on ground spannend zum Glück schwebe ich ja sei froh dass du tot bist weißt du weißt du weißt du ja ist auch nicht ganz sicher so hier Sauce Hollandaise ist hier schon mal irgendwo Alter ist ja ist der Tag schon angefangen ist ja schrecklich wir haben nicht mal die Hälfte von irgendwas eingeräumt öhh mal schauen oh nein äh kannst du noch Sprühsahne aufmachen äh ja äh also erstmal wo ist die U-Ach da draußen noch nicht ausgepackt ich hab Aufmachen gesagt ich weiß Sprühsahne hin ja ja oh sorry so Kondensmilch mit äh grünen Tee natürlich dazu ne Chestnut oder zwei äh äh umrühren Heiß und Sprühsahne die Käsescheibe dran sehr gerne so viel Freude damit in ihrer komischen ekelerregenden Welt lauter Perverse hier ja aber wirklich wirklich es ist mich nicht verwundert dass sie sich alle hinter Büschen verstecken ähm ist hier noch ein Kunde? achso ne der kommt jetzt Kunde hallo na wie kann was kann man gegen sie tun? ähm das äh dann noch Chestnuts und Heiß und meinen Finger soll ich auch noch rein halten natürlich weil sie es sind viel Spaß ja Perversling nur für sie so der nächste was hätten sie gerne ah die einfache Bestellung ich akzeptiere so das stören wir natürlich machen es heiß du noch mal eine Kastanie rein natürlich was sonst ja ja kann ich sie noch für etwas begeistern mit äh mit mit Kondensmilch wie wärs so irgendwie angesprochen magst du Kondensmilch? aber ich bin ein Geist ah sich angesprochen weil du auch nicht mehr lebst oder? nein nein weil du was mit Begeisterung gesagt hast ah smart 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 ah unaufmerksam ist das für für zum mitnehmen oder soll ich sie bedienen? soll ich sie noch aus dem Maul haulen dazu? oder wir was hätten sie gerne? oh ah sie möchten unseren Stinke-Ding von gestern? ja klar voll schön kommt ja auch mal weg ne? ja ja der der Karamell kam jetzt zu spät naja dafür wir haben keinen Platz im Kühlschrank für doch ok was fehlt mir hier? was fehlt mir hier? ah die Sprühsalne die ich weggestellt hab ah hier warte hm ich weiß nicht ob das die Sache ist ja ist es ok so das hier so alles raus Müll Müll was? haben wir doch Müll gehabt? ja ja also hier weil das wäre das wäre morgen abgelaufen so ja ich glaub das ist ja mach zu ja ist doch schön oh oh ja octogeddon klingt nicht schlecht ich möchte viele Sachen spielen mein Problem ist dass ich eine sehr sehr begrenzte Lebenszeit habe sehr noch viel begrenztere Zeit Freizeit äh frag mal Polly wegen Hollow Knight was soll ich denn was soll ich denn denn fragen dazu? ich hab Hollow Knight auch gespielt ich hab Hollow Knight auch gespielt ich noch nicht ja kann ich empfehlen er hat noch nie was dazu gesehen und das ist gut dann lass das so und spiel es einfach also 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 tu es auf deine To Playlist ja ja die ist eh schon mit Hollow Knight äh verziert aber ich muss demnächst auch mal Dredge weiterspielen ja Dredge hab ich auch nicht fertig gespielt wie viele Tage haben wir noch? alles Mogwitz ne? weiß ich nicht hek hee hee he 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 slop gerne ja, komm wir machen das Explosion of Orders hee 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 Mehr Customer-Movement-Speed, Cheapest-Rings, Grid-Rate. Ah ja, und wir haben wieder Regulars. So, das heißt, die Milch war nicht im Kühlschrank, okay. Müssen wir was bestellen, ey, ne? Ähm, boah, schau mal. Oh, Stress-Bus-2 beim Stillstehen, ey. Hatte ich eh nicht vor heute. Spirit-Speed brauchen wir nicht, ne? Ähm, boah, ne. Nee, nee, eher nicht. Äh, so. Wasser. Äh, ups. Äh, Wasser. Neue Chestnuts. Ja, genau, neue Chestnuts. Vielleicht nochmal Käse schniebeln. Karamell sieht noch gut aus. Hibiskus ist schon auf Vorrat. Äh, Käse. Ach. Ach ja, äh, Hitze-Maschine. Ah, die Hitze-Maschine. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Ja, Steamer, weiß ich nicht. Dampfmaschine. Ne, Dampfmaschine ist ja auch falsch. Dampfmaschine ist ja alles andere eigentlich. Ja. Ja, wir müssen auch mal wieder Koks abbiegen, ne? Ja. In der nächsten Runde werde ich bestimmt dran denken, bevor ich's anmache, die zweite Herdplatte auch noch nach da links zu stecken. Oh, warte. Erst Karamell. Ja, natürlich erst Karamell. Ist ja wichtig. Das ruiniert auch sonst den ganzen Geschmack. So. Alter, da ist aber auch hier... Aber wir haben noch... Oh, warte. Ähm. Ich brauch hier noch ne Sprühsahne. Äh, äh. Ach, Kacke. So. Ja. Did you stir this? Offensichtlich nicht. Außer... Außer... Außer ich sollte nicht. Dann hab ich's wahrscheinlich gestört. Ein, zwei, zwei, drei. Ein, zwei, zwei. So. Was, warum man sie unzufrieden macht? Ihre Unzufriedenheit ist unser Lohn. Come in and find out. Können wir sie heute verärgern. Äh. Haben wir schon neue Butter aufgemacht? Alles klar. Ah. Ja, was weiß ich, was das ist. Alles ist irgendwie immer so Butter... Schmutz. Hier Hitze. Dann nochmal Schlachsahne. Für wen? So mitnehmen? Ja, alles klar. Wie viele haben wir davon noch? Sieben. Okay. Wie viele haben wir davon noch? Vier. Oh, vier ist wenig. Oh, vier ist wenig. Hier was? Käse? Vier Käse. Aber noch gehe ich. Äh, Karamell. Karamell. Es steht da unten rechts. Ah, ja. Achso, meinst du? Ja, ja. Korrekt. Schön. Ich kann's nicht stirn wieder, ne? Es ist sowieso egal, weil... Aber weiß ich nicht, ob die mich dann auch ein bisschen noch unzufriedener sein können, weißt du? Ach, da ist noch jemand... Ach nee, er will keinen Käse. Einmal Milch. Ah, ich brauch die Milch. Oh, ich brauch die Milch. Oh, ich brauch die Milch. Immer das Gleiche. Äh, da hätten wir doch gern Fruktose, Hitze. War es auch noch grünen Tee oder was? Nee. Nee, nee. Das sollte durch sein. Und der hier schon mal für morgen. Super. Äh, morgen noch mal noch... Ah, das hier kommt in den Kühlschrank. So. Ja, das ist ready. Äh, Milch ist auch weg, ne? Müll, 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 Müll. Müll, Müll. Ey, endlich mal richtig gewinnen. Endlich... Ja, ja. Und da ist erst mal, dass wir nichts bestellt haben, ne? Haben wir noch Becher? Ja, ja, ja. Ziemlich sicher. Ich glaub, fünf Stacks oder so. Jo. Tja. Das ganz unten sieht ja mega easy aus, ne? In 29 Jahren. Ist das nicht das, was wir schon haben auch? Ich könnte schwören, ich hab sowas schon mal zubereitet. Zubereitet. Großes Wort. Eigentlich das Erste, was wir haben. Nur nicht gerührt. Mehr oder weniger. Ich mein, ganz unten. O-Long Cream Bomb. Da ist ja Kondensmilch und Sprühsahn. Und ist das Teuerste. Ja. Das ist jetzt, keine Ahnung, die Chestnut Orgasmus O-Long, oder? Ja. Guck mal, dann können wir den Hibiskus wegräumen. Ja. Yes. Aber der links oben sah auch heiß aus, ne? Also diese Farbe von dem Dings. Oh. Stress jede Stunde reduzieren, ist auch nicht schlecht. Äh. Ja, komm, nehmen wir. So, ich hätte gerne... Ne, das brauch ich nicht. Ich brauch auch nicht. Ah, irgendwas hab ich doch grad gesehen. Ah! Also Hibiskus kann ich wegschmeißen, oder? Ja, lass es doch da im Schrank. Ja, okay. Das wird ja nicht schlecht. Ah, da, Fruktose. Da ist es. Das war's. Noch mal eine Milch. Cheezys. Soll ich einen neuen Tee kochen? Eigentlich nicht, ne? Wenn, dann für morgen. Ja, aber wir kochen ja immer für morgen. Ja. Ja, das stimmt. Ah, ich hab wieder nicht dran gedacht. Warte, jetzt denke ich dran. So. Äh. Ah. Ich wieg schon mal. Da sind so noch 49 Gramm drin. Jaja, das ist ein Problem. Irgendwann hat irgendjemand, ich weiß nicht wer... Ich deute mal nicht mit meinem Finger drauf. Weil du keine Finger hast, ja. Wow, das war stark mit den 50. Ganz so gerne in heiß. Und dann noch ein bisschen Sprühsahne, die ich noch besorgen muss. Aber sie kriegen sie frisch. Sie kriegen ganz besonders frische Sprühsahne auf ihre heißes Getränk. Ich mach mal eine neue Packung auf und wiege noch das letzte Gramm hier ab. Und dann stellen wir... Ja. Dann stellen wir das wieder weg. Dann stellen wir das wieder weg. So. Hitze, Sprühsahne. All solche schönen Sachen. Ja. Viel Freude damit. So, wiegen wir eigentlich die ganze Wiegestation... Kann ich das auf den Boden werfen? Nein. Ich würde die Wiegestation gerne hier oben links haben oder so, ne? Oh, Fruchtose. Stimmt eigentlich. Eigentlich hast du damit recht. Haben wir. Doch, wir haben noch Fruchtose. Dann könnten wir stattdessen... Ich hab Fruchtose nachbestellt, nämlich. Ähm... Ach, da links, ja. Ohne Käsescheibe zu ihrem Tee. Ja, klar. Wo ist die Milch? Ich glaub, ich hab noch keine Milch rausgeholt. Was? Ja. Oh. Oh. Äh... Hab ich da Chestnuts drin? Oh nein, ich wollte Käse. Nochmal von vorne. So. Käse. Milch. Den ganzen Rest. Fruktose. Milch. Heiß. Und nicht gerührt. Natürlich. Ähm... Mal wieder Käse schnibbeln. So, alte Milch, alten Tee, alten Käse dazu. Ja, und im Gegensum kriegst du noch 50% Trinkgeld. Ja, den Tee haben wir übrigens versaut. Oh, shit. Da geht's. Na. Ähm... Moment. Ich schneide doch mal nur den Käse auf. Ja. Die Kunden müssen jetzt eine Sekunde warten. So. Ich schneide mal nur den Käse auf. Im Teeladen. Äh, ja, wohl schon. Ja, okay. Ja. Äh... Aber dass man da nicht drankommt. Ach. Ja. Ich glaube, viel steht und fällt auch mit der Strukturierung vom Laden, ne? Das ist ja... Wenn wir diese Waage... Meiner Meinung nach sind die Mitarbeiter immer schuld. Nein, was? Quatsch, bist du... Was? Was wer hier arbeitet? Ein Biber und ein Geist, Alter. Wer solche Leute einstellt, der ist schuld. Das ist das Problem. Ja, stimmt auch. Ja. Und das Gesundheitsamt, dass das durchwinkt. Ja, ich meine, ich bin Geist. Ich werde wohl keine Bakterien hier an mir dran haben, ne? Ja. So Fäulnis-Bakterien vielleicht. Äh, ist kein Fleisch mehr dran, glaube ich. Äh, Müll. Ja, okay. Aber wir haben tatsächlich noch eine Menge Zeit zum Aufräumen, ne? Ja, weil wir, glaube ich, eh fertig sind. Ja, und jetzt haben wir morgen den Stress mit dem Tee nämlich, weil wir heute nicht anständig vorgekocht haben. Naja. Ja, dann gehe ich gleich zum Tee und komme nicht dran. Vielleicht. Frage an euch beide. Was würdet ihr in einem Karten, ich denke, Roguelike-Spiel schwierig und verwirrend finden? Frage nicht für mein Spiel. In einem Karten-Roguelike. Wenn es kein Tutorial gibt. Näh. Scheiß auf Tutorial. Ein Tutorial-Verwirrung. Ich finde, die Tutorials sind alle immer richtig unnötig. So schlimm. Echt, ey. Ja, weil ich raff's in den Tutorials dann eh immer nicht. Wie man bei dem Tee gesehen hat am Anfang, ne? Wo wir wussten, ich dachte, hä, was ist denn hier los? Wieso können wir da nicht da in das große Ding einfüllen? Aber eine Textbox ist halt kein Tutorial. Eine Textbox ist die... Das stimmt auch wieder. ...ist die schlechte Version von einer Gebrauchsanweisung in so einer Hülle, weil du nicht nebenbei noch nachlesen kannst. Eigentlich musst du dir einen Screenshot machen und es auf dem zweiten Monitor aufmachen. Dann wäre das sinnvoll. Aber so, nee. Haben wir Stress? Wenn du nicht mithilfst im Café, geh auf deinen Platz. Hilft er mit? Der hilft nicht. Geh weg. Der hilft nicht. Geh weg. Ach so, ja. Das Problem ist, wir können uns der nicht leisten wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich sehe uns leider nicht und sehe entsprechend auch nicht, ob wir Stress haben. Ich glaube nicht so viel, ne? Wir stehen eh nicht still. Also wir haben plus zwei Stress, wenn wir stillstehen. Das ist mir einmal passiert, aber das gab nur einen Stress, weil ich eins reduziert habe. Ja. Nee, wir haben ja auch jede Stunde einen Stress weniger. Also ich denke mal nicht, dass wir Stress haben. Okay. Soldaten von Gondor. Die Kombo wird heute nicht gebrochen werden. Weil ich habe null Stress, du hast zehn. Ich glaube, du stehst mehr rum als ich. Das hat nichts miteinander zu tun. So. Zum Beispiel, weil ich bestelle oder viele Orders annehme. Tschüss. Nee. Ah, wieder Stress. Genau. Wasser produzieren wir schon, ne? Ich sage wir, aber du. Ich brauche nicht schon wiegen, ne? So, lieber hier schon mal eine Milch raus. Hast du jetzt mitgenommen? Sehr schön. So. Wie den letzten Tag noch, ne? Ey, das ist es wert. Okay, Käse haben wir. Chestnuts. Ähnlich. Ja, der prompt ist kaputt bei Chestnuts, weil du Crush und Ansien und alles Mögliche ist. Alles beieinander dann. Naja. Ja, ja, Crush und so. So, ja. Ein bisschen Butter, Soße. Was weiß ich. Ja, der erste Kunde des Tages setzt sich direkt hin. Warte drauf, dass er bedient wird. Ja, sicher. So ist richtig. So ist richtig. So, Tee haben wir noch nicht, ne? So ist es. Ist gleich da. Zack. Der ist noch heiß, ne? Nee, der ist begeistert. Schade. Schade. Ah, ich hab keine Sahne rausgestellt. Ah. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ja, 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 ich bring's Ihnen natürlich. Ja, klar. Ich küss Ihnen auch noch die Füße. Warum wurde das gemischt? Warum? Warum? Vielleicht, weil ich auch noch was anderes zu tun habe und nicht immer... Ich hab auch noch andere Sorgen. Ich mochte das nicht, dass das nicht an der Kante steht. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Ich verstehe das. Ja, dass du halt hier direkt hin kannst, ne? Ja. Ich weiß, ob du jetzt in die Ecke laufen musst. Ja, hallo Kunde. Sie hätten gerne, ja. Ach so, ach, guck mal, da hab ich nämlich nicht drüber nachgedacht. Ja, ja, alles klar, dann... Ja, im Gegenzug kriegen sie jetzt ihr Karamell obendrauf. Wir müssen neuen Käse herschneiden. Herschneiden. Vielleicht will ja heute einfach keiner mehr Käse haben. Könnte ja auch sein. Als ob, das ist der letzte Shit. Ja. Hä? Wir müssen es eh nicht zahlen. Wir haben dafür schon gezahlt. Das not match the order? Hä? Cannot be used. Ja, dann muss ich das nochmal von vorne machen. Aber... Krawupp dich, ey. Eieieieieiei. Krawupp dich. Ja, ja. Äh, das muss da rein. Äh, dann wollen wir es heiß. Äh... Schaffst du auf die 6 oder auf die? Sprühsehane, Sprühsehane, Sprühsehane. Ja, Sprühsehane, Sprühsehane. Need decorative syrup. Du hast die 6 gemacht, nicht die 4. Ne, das ist alles das gleiche. Oder? Hä? Hä? Sind wir ziemlich nah beieinander, was wir so produzieren? So... Es kann sein, dass ich tatsächlich auf den Falschen draufgeschaut hab. Ähm, ja, nun. Ja. Äh, alles... Äh, ja, dann... Ja, tschüss. Well Holding Items. Hey, water the back. Boah, eigentlich ist es egal, ne? Ja, wir hätten nur Stress gekriegt, ne, ja. That's not my neighbor. Wie gesagt, das interessiert mich absolut nicht, das Spiel. Allein schon vor der Beschreibung und vor dem Namen her. Das ist nicht meins. Steamer ist an. Steamer, Eisenschnieder, ja, 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 ja. Alles scheißegal am Ende. Aber, ja, eben. Ne? Wie du sagst, es ist ja nur der Umsatz und nicht der Profit. Also... Ja, ja. Nice. Tag 8, geschaut. Vier schlecht. Find's gut, dass wir jetzt vier schlechte Bestellungen hatten. Aber kein Problem, ne? Ja, ja, nein, nein, nein. Aber wir... Vorhin sind wir kaputt gegangen, weil wir zwei schlechte Bestellungen hatten. Ja, weil wir sie nicht abandoned haben. Oder weil die uns nicht abandoned haben, ne? Das... Ja. Problematisch alles. Ja. Mal schauen, was in dem Viertel noch so los ist. Ja. Wie lange hast du denn heute Zeit eigentlich? Ja, ich sag mal... Halb acht, acht, ne? So. Okay. Ja. Ich glaube, ich werde danach nochmal einen Livestream machen. Ich habe Bock. Aber ich habe ja auch kein Video. Du hast ja auch Zeit, ne? Und heute und gestern. Ja. Da kann man sich ja mal... Ach, musst du Samstag wieder? Ja. Hä, was? Connect again? Wait. Kick players who haven't joined? Was? Hä? 1, 2, 3, 4, 8. Ja. Oh, da ist wirklich Taro. Nice. Aber so hieß das andere ja auch. Das ja... Zumindest nachdem man es bestellt hatte, ja. Ja. Schon mal Taro gegessen? Nein. Ich finde Taro Kokosnuseis richtig geil. Cut the... Cut Taro into pieces. Oh. Okay. Ja, Papa Roach. Prinzessin Roach. Prinzessin Roach. Aha. Also wir kochen jetzt halt wirklich, ne? Ja. Aber weißt du, was daran falsch ist? Du musst eigentlich das Kochen, das Wasser wegschütten, neues Wasser rein und dran nochmal kochen. Weil ansonsten ist die Taro-Wurzel noch immer giftig. Oha. Bei Gift hast du jetzt aber mein Interesse geweckt. Also... Also ich weiß nicht, wie giftig, ne? Aber ob das jetzt giftig ist oder nur unverträglich. Aber man soll die wirklich kochen und... Oh, du denn? Alter, links ist unsere Kochstation. Hier in der Mitte ist... Ey, ich hab mich auch noch nicht umgeschaut. Achso, was verkauft ihr irgendwie mehr Zeit? Oh, minus ein Stress jede Stunde. Ja, ja. Geht nicht weg. Bleibt für immer hier. Also was haben wir denn eigentlich? Haben wir, ähm... Was brauchen wir? Tee? Ähm... Kokosnusswasser. Also nur Kokosnusswasser brauchen wir. Wir brauchen gar keinen Tee oder was? Ach, wir brauchen Taro und Kokosnuss. Ja. Und ich mach jetzt direkt zwei Portionen Taro. Taro. So. Weil so wie Sago kann man das wohl... Also kann man zwei Portionen machen. Es ist alles viel zu weit weg voneinander. Es ist viel zu... Ganz, ganz schlimm. Oh nein. Wer ist denn auf die Idee gekommen, so einen offenen Durchgang für unseren scheiß Laden zu machen? Was hier abschillend? Da läuft jeder durch. Hä, weil was... Du kannst es ja nicht Laden nennen. In so einem Zustand hier. Ja, das stimmt allerdings auch nicht. Wir laufen von beiden Seiten einfach durch. Durch. Hier vorne kann man auf einmal nix mehr hinstellen. Weil das der reine Pick-up ist. Okay. Äh, äh, äh... Ja, okay. So, was muss ich jetzt machen? Ach, hier, hier kommen die... Zwei... Ach, hier sind die Taro-Dinge. Ja, ja. Und ich... Meins hätten wir aber gerne mit Zucker. Mit Fructose. Ja. Okay, ich mach mal noch ein paar Kokosnuss-Packungen auf. Ja. Weil davon werden wir ja einen relativ hohen Verbrauch haben, ne? Ja, wenn du bei dem kleinen Ding schon zwei brauchst, ne? Ah, guck mal, ich mach die so, dass die nur fast offen ist. Ja. Schlau. Ah. Ah, geschickt vorbereitet, ne? Schlau wie ein Biber. Ja, gefickt eingeschädelt. Ja. Äh, auch wenn mein... Oh, Tisch-Service. Auch wenn mein, äh, PTSD oder wie auch immer, äh, ADHD, ähm, das öffnen möchte. Sag mal. Ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, dass du diese Order jetzt machst. Und ich stehe hier oben und denke so, ja, ja. Äh, nehmen wir... Äh. Oh nein, wo ist die Eismaschine? Da oben. Äh, und wo ist der Kunde? Da ist der Kunde. Wo ist der König? Sie sind der Kunde, sie sind der König. Ich bin ihre Prinzessin. Magst du mal die Fructose kurz anheben? Ja. Das, das... Ja, genau. Ja, pass auf. Du bist der Logistiker, du schaust mal. Eins, zwei. Äh, wohin? Wohin hätte, wäre das gerne? So. Den Tresen würde ich gerne versetzen, ey. Äh, so. Ich würde auch gerne, äh, die Teile hier einfach einpacken. Die Tische. Ja, total. Die Stühle drauf. Auf jeden Fall. Ich würde auch gerne ein Schild vorne dran machen. Heute kein Natter de Coco, zum Beispiel. Das müsste ja auch drin sein. Wir haben ja kein Natter de Coco. Ja, noch nicht. Coco de Coco. Ja, Coco de Coco. Hahaha. Äh, passt, oder? Ja, müssen Kokosnüsse gekühlt werden? Weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob Taro gekühlt werden muss. Also ja, also ja, das meine ich ja tatsächlich. Haha. Ich glaube nicht. Ja. Ich habe die schon mal angeslicet. Mal schauen, ob sich das auf morgen überträgt. Wahrscheinlich ist die einfach, äh, wieder auf Anfang gedreht. Wahrscheinlich schon. Nichtsdestotrotz. Maybe. Donation Box, immer gut. Dann haben wir zwei Sachen zum Stress reduzieren. Klingt vernünftig. Ja. Links oder rechts, ne? Ja, ja. Ja, ja. Am Anfang ist Tipp noch besser als Price Multiplier. Ja, ja. Ja, vor allem, wenn wir Donation Box 2 kriegen. So. Uh. Äh. Aber. Aber. Was ist das denn? Was ist denn dieser grüne Teil? Fresh Taro Milk Green Tea. Ah, okay, ja. Dachtest du, Brechbohnen in der Wandelpackung. Ja, ja. Ist richtig. Ich habe nicht gelesen. Ja, ich habe den Namen nicht gelesen. Ähm. Orange. Nee, ey. Nee, nee. Ja. Also wir brauchen Milch und grüne Bohnen. Dachseider, welche Puppe? Wie wäre es mit Octogeddon? Wegen den Tentakeln. Nur wegen den Tentakeln. Nur wegen den Tentakeln. Ach, grüter Tee darf nicht so heiß gemacht werden wie die anderen. Natürlich nicht. Warum denn auch? Die Frage ist, können wir ihn am Ende in so ein großes Gefäß gießen oder was passiert da? Naja. Green Tea Leaves. Gute Frage, nächste Frage. Gut, keine richtigen Upgrades. Frukturen muss es schon mal. M-Cups, weil die brauchen wir auch noch. Wir. Furry Dance. Was ist der Cap? Okay. Kombo jede halbe Stunde runter. Keine Blast. Schau mal, was das sein soll. Ja. Aber mehr Kombo ist mehr gut. Mehr Kombo ist mehr gut, ja. Äh, mehr Rap ist mehr gut. Aber mehr Kombo ist auch mehr gut. Also von daher ist es gar nicht verkehrt gewesen. Warum müssen wir den grünen Tee auch wieder abwiegen, ne? Ach, ach, Mist. Also hier oben ist die Tee-Station oder was? Äh, sieht so aus, ja. Ähm, wo ist das? Demonic Contract kostenhaft, weil man da nichts anderes sieht, ne? Ja, ja. Ja, das ist wirklich... Ähm... Okay. Wo ist denn die Waage? Äh, direkt da links neben dem Schrank, wo du grad einräumst. Ich seh's wirklich nicht. Ach, da. Okay, alles klar. Ich gebe zu, das lag nicht an dem... An dem Prompt. Okay. Pack. 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 Und Pack. Und Müll. Äh, wie heiß ist dieses Wasser? Fischer, Fischer, wie heißt das Wasser? Das ist genau richtig heiß. Ja? Cool. So, Müll. Slice, Slice, Slice. Slice, Slice, Slice. Und wohin kommt der, dann... Ich denk mal auch hier rein. Ja. Recht hat er wohl. Aber der will sie sowieso heiß haben. Braucht gar kein neues Sago machen, ne? Also, es ist ja nicht Sago, es ist ja... Na ja. Äh, wir schauen mal. Ich guck, dass ich dir mal eben wieder ein bisschen zur Hand geh. Ähm. So, Eis. Kokos. Das Zeug. Viel Spaß. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Das hier... Kann ich Ihnen helfen? Eine Dose. Der, der, das gelöst. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Verschwinden Sie bald wieder. Wasser wird übrigens niemals wieder kälter. Wenn es einmal kocht. Niemals. 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 Freedom for Scotland. Wie war das? Ach, das säge sich auf. Ah, Kokosnuss. Kokosnuss. Ja, ich hab das andere gerade jetzt weggeworfen. Äh, Kokos. Kokosnuss. Wir sind doch nicht im Malibu. Das Wasser ist wieder zu heiß. Kann ich da Eis reintun? Oh. Ne. Nun. Ja, wir haben eh genug Tee. Ja, wir haben auch genug Tee. Aber der Tee ist mir ein bisschen zu weit weg. Tatsächlich. Ja, könnte man vielleicht hierhin platzieren. Ja, muss man nur die Dinger runterpacken. So. Weg. Achso, ja klar. Was hätten Sie gern? Äh, super. Viel Spaß. Das war, das war quick. Ja. Ja. Ah, sehr schön. Mann der Tat. Geist der Tat. So, war dann auch unsere, ja, wobei, die Tee-Station darüber packen? Wir haben kein Wasser dafür, aber... Aber die Tee-Station zum Zubereiten ist so okay hier oben, oder? Ja. Weil dann machen wir das schon mal. Ich koche eben noch diese Dingens für morgen, weil ich habe damit jetzt angefangen. Haben wir Müll, die haben wir? Oh, echt? Achso, ja. Achso, ich habe nur einen von den Müllbeuteln rausgebracht, ja. Das stimmt wohl. Äh, kann ich hier schon mal wiegen? Tü-tü-tü-tü. Weg. Nice. Äh, da. Okay, alles tippie-toppie, ja. Ja, für morgen ist wieder Taro da. Gerade bin ich in die Overtime gerutscht. Aber, ja, ja. Ich habe auch extra nicht hingeschaut, weil ich mir gedacht habe, mh, das ist bestimmt knapp. Boxes have not been stored away. Stimmt, ich habe Kokos irgendwann bestellt, aber ich weiß auch, da ist die Ordering Zone anscheinend. Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, die hast du während des Tages bestellt wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Weil wir nur noch irgendwie eine Packung hatten. Oh, ist das jetzt abgelaufen? Maybe, ne? Na ja, nicht ganz. Nee, es geht noch so ein bisschen. Es geht noch. Es ist noch okay. So, was? Speed Delivery, ja klar, gerne. Bestell dich mal neue Taro, ja? Ja, gerne. Aber die andere Taro. Wo muss denn? Ja, genau, die andere Taro. Wo muss denn, ähm... Nun. Wo muss denn, wo muss denn nun? Ja, bitte? Sprechen Sie sich aus. Hä? Was steht denn hier alles im Weg? Alter, es ist ja so schrecklich. So. Ach. Hä? Wie? Hä? Ja, ich raste auch gerade alles nicht. Ähm, verkocht? Zu heiß. Wenn es zu heißes Wasser ist, ist es bad. Okay. Genau, und wie gesagt, Wasser wird niemals kälter. Und darum... Also, okay, erst Wasser kochen, wegstellen, Tee rein. Ja. Äh, und übergangsweise stehe ich den Thema hier hin. Und hoffe, dass keiner Tee haben möchte. Äh, Chestnuts haben wir schon. Ja, da unten, okay. Äh, mitgestellt. Ist ja alles gut. Ja, sicher. Klar. Ist auch zu viel verlangt, da tun wir eben herkommst. Ja, Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Hä? Nein, ich meine den Kunden. Das ist... Ach so. Ach, du gehst ja alles okay. Ja, ja, alles jetzt nicht. Zwei, zwei Sachen. Hier. Ich gebe mein Bestes. I'm doing my part. Ja, der Kopf hier wieder. Ach, der darf ja nicht zu lange ziehen. Genau, das ist auch so eine... Ja, es ist schwierig. Ich stelle einfach mal den alten Tee erstmal nur drauf, ne? Das wird in Ordnung sein. So, was haben wir da gehen? Neues... Neues Taro noch nicht. Ich hab noch mal mehr Tee. Ich hab's geholt. Keine Milch. One Millie. You're one in the milkian. Äh. Okay, das war weit hergeholt. Äh. Stirn? Ja, stirn. Machen wir. Machen wir. Ich stirr's doch. Ich stirr's doch. Sehr geehrter Kunde. Sehen Sie nicht, dass hier noch frisch gestört wird. Willkommen zum Stören, Fried. Oh Gott. Geschüttelt, nicht gestört. Da. Stört. Die gestörte Dörte. Ich geh immer zum Cash-Register, wenn ich ne Bestellung irgendwie... Ja. Ist richtig. Am Tisch. Am Tisch. Ich fühle den Schmerz auf jeden Fall. Okay, wir closen soon. Das heißt, ich kann... Closen wir echt nicht auf. So. Was ist das hier? Das? Ja. Alles klar. Nehmen Sie sich Ihre... Alten Taps. Äh, so. Müll. 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 Noch okay. Äh, Müll. Noch okay. Also morgen auch noch okay. Das war jetzt der... Die Fragestellung. So. Ja, ja, ich... Da wollte ich natürlich auch hin. So, dann können wir das ja auch schon mal hier hinstellen und hier schon mal Wasser rein tun. So. Ja. Perfekt. Achso, nein, nicht kochen über Nacht. Das wäre... Okay. Ihr Laden ist abgefackelt. Minus 20 Wunsch. Sie müssen heute nicht arbeiten. Ist dein Laden abgefackelt? Ne, nicht schon wieder. Äh, da, 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 da. Ha, 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 ha. Plus 10 when you cricked. Ja. Okay, das rechte ist das linke nur mit mehr Zeit. Aber weniger... Genau, weniger Price Multiplay. Ja, crids. All day, everyday crids, ey. So, no rent. Stressabbau. Ja, haben wir Stress? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm, ich glaub nicht. Wir haben zwei Sachen, die Stress abbauen. Sollen sich die Kunden lieber schneller bewegen. Gott, wir haben Stress. Guck mal. Oh ja, oh nein. Das wird ja auch nur in wenigen Sekunden von alleine weniger. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich nicht. Ja, komm. Ach so, du hast du bestand da noch. Jo, jo. Jo. So, die Fast Delivery war schon da. So, kochen wir mal grünen Tee mal wieder heute, ne? Heute ist mal wieder so ein grüner Tee-Tag. Pack. Grab. Add. So. Ah, okay. Man muss dann auch nicht nachschauen, weil es noch heißer wird. Ähm. Ah, doch, muss man wohl. Okay. Ja. Ja, aber, das könnte gut sein. Das könnte sehr gut sein. Keiner. Sag mal, was noch mal. Okay. Machst du da jetzt noch mal Tee, oder machst du? Ich wollte noch mal Tee machen. Ich kann aber auch, ach so, ne, Tee ist nicht so wichtig wie deines wahrscheinlich. Cannot be used, okay. Ist schon zu heiß für Tee? Ne. Ne, aber wir haben eh insgesamt 60. Ach immer, ja, ja. Warte mal. Ich nehm ihn trotzdem mal runter vom, vom Pott. So. Äh, zack, zack. Ah, das haben wir nicht, meinst du? Mhm. Das ist ein Thema. Haben wir, haben wir gleich. Thema, das ist lustig. Tee, Tee, aah. Das passt thematisch. Wo sitzen sie an dem Tee-Matisch? Äh. Du musst das Wasser abgießen. Scheiße. Ich gebe ihm das einfach so, scheiß drauf. So. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das wie den Tee hier reingekippt. Jetzt habe ich das Taro rausgekippt. Das gefällt mir. Ah, das heißt, wir haben jetzt auch immer noch kein Taro, ne? Ja, gut. Und das wird auch dem Nächsten. Falls wir nicht so, das wird auch nicht so schnell was. Alles klar. Gut. Äh. Schön. Weißt du, sowas zum Beispiel auch. Warum kann ich das nicht an die Tür schreiben? Ach ja, weil wir keine Tür haben. So. Äh. Okay. Einfach mal einen Zettel. Chestnuts und so ist heute alles nicht. Machen sie zumindest heiß. Wenn sie heißes Wasser wollen. Da sind wir dabei. Da können wir mit dienen. Ich muss gleich wieder meine Kopfhörer anstecken. Oh no. Ja. Okay. Abschütten. Nicht wegwerfen. Also bisher hat sich noch keiner so richtig beschwert. Äh. Fruktose als. Gibt's jetzt bald Taro? Ja, hier, hier. Da ist es. Ja, den ganzen Tag schon, ne? Ja, alles klar. Kein Stress mit Jungen. Ich wollte nur fragen, weil ansonsten muss ich die Kunden nicht so lange warten lassen. Ansonsten kann ich die direkt enttäuschen. Äh. Ich mach trotzdem mal einen grünen Tee. Für morgen nehme ich direkt 40. Umkommen hier nicht in Verlegenheit. Ach, ja, klar. Kunde, die ist das. Ach ja, warm machen. Ja, gut. Ist alles optional. Sind wir ehrlich. Das stimmt auch wieder. So, Milch, grüner Tee, ekelhaft. Finger rein. Viel Spaß. Ja, Order haben wir getaked. Ja, war anscheinend was falsch. Also eins wird vergessen, oder was? Oder eins zu viel rein, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Die wollen... Alles scheiße, ja, ja. Ja, die wollen immer irgendwas anderes. Was soll ich da jetzt machen? Äh, verpiss dich. Ich hab schon gehört, dass du hier Sachen klaust. Ja, 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 ja. Ach, wir sind im Closing-Time. Vielleicht soll ich mitarbeiten. Okay. Vielleicht soll ich... Im Vergleich zu Opening-Times. Wo es okay ist, wenn du nicht mitarbeitest. Ganz genau. Korrekt. So, hier die... Das hier, weg nach draußen. Direkt in den Biomüll, ey. Die Chestnuts. Ja, guck. Ich hab jetzt einfach mal zugemacht. Ich glaub, es sah gut aus. Ja. Das ist nur ein bisschen Minus, was wir gemacht haben. Ja, nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Hauptsache wegen der Water. Perfect Shift. Nice. Nee, ich mach jetzt nicht noch Sago. Fresh Sago. Oh, nein. Fresh, Taro, Sago. Und Gasmus-Olon. Ja, ja. Ich wäre ja für das Unterste. Das klingt wie so eine Beschwörungsformel, ey. Fresh, Taro, Sago, Osmantos, Olon. Sag das nicht dreimal vor dem Spiegel, ey. Ja, ja. Das... Das... Äh... Sag mir was. Auch noch geschichtet, ey. Fresh, Orange, Green Tea. Ja? Das sind L-Cups, ne? Weißt du, wie viel grünen Tee wir produzieren müssen? Ja, gut. Wir haben ja immer 80 auf Anschlag und schmeißen dann 25 am nächsten Tag weg. Nee, nee, nee. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich hab vorhin 25 grüner Tee weggeschüttelt. Ja, das kann ja sein. Aber wir werden... Wir werden dann ja jetzt... Ach so. Hä? Menu Items Cap 3. Ach so, und Toppings Cap 1. Okay, alles klar. Okay. Ich wollte schon sagen, ich dachte, wir überschreiten jetzt was. Okay, L-Cups und, äh, ne? Das andere. L-Cups. Das andere grüne. Orangen. Ja. Ja. Korrekt. Frische Orangen wohlgemerkt. So. Äh... Süß brauchen wir nicht. Hitze. Hitze finde ich gut. Was machst du? Ich gerade? Nein, nicht du. Ach. Ach so. Die Leute hier. Ich hab mir Handschuhe gekauft. Nur für mich. Gemein. Aber damit kann ich schneller shoppen. Weiß jetzt nicht, ob das so super sinnvoll war, aber... In der Situation klang es spannend. Oh. Und guck mal, was für coole Pfoten ich jetzt habe. Voll cool. Geil. Ist das nicht hier... Best-Service-Speed und so? Hm. Juice and Stir? Nee, Shopping. Apropos Shopping. Okay, man kann Orangen nicht shoppen. Alles klar. Gut zu wissen. Oh. The more you know, ne? So, das sieht gut aus. Komm, wir haben so viel Fructose. Ich kann hier mal ein bisschen was von wegwerfen. Tee. Das T-Game hast du auch gut im Griff, muss ich echt sagen. Ja, dafür, dass ich ihn vorher zu lange ziehen habe lassen, ne? Naja, man lernt ja auch seinen Fehler. Das stimmt. Hä? Warum kann ich nicht mehr? Achso, weil der Beutel leer ist. Ja, toll. Äh, wir haben keine Chestnuts. Das ändern wir. Ich wollte gerade sagen, da fehlt irgendwas da drin. Irgendwas sieht nicht richtig aus. Oh mein Gott. Crash. So. Hm? Oh mein Gott, was? Der L-Cup? Oh, der L-Cup ist riesig. Oh, der L-Cup ist ja mega groß. So. Vier mal Tee und dreimal fucking Chestnuts. Oh, wow. Was? Oh Gott. Oh nein, das ist auch ein L-Cup, ne? Stellen Sie doch gleich den Kuchen, wenn Sie was so kauen wollen, ey. Ähm, add. Add. Und das Ganze in warm. Achso, gestört und dann in warm. Ja klar, er hat mir auch nur die Pfoten verbrannt. Aber ist egal. Hauptsache, du hast dein Lieblingsgetränk, ne? Ach. Ekelregen der Botschaft. Ja, allesamt, ey. Ey, wer geht denn hier einkaufen? Ganz ehrlich, ich schau dir den Laden an. Mit ganzen Flecken auf dem Boden. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ich raff den Müll schon mal zumindest so. Ah, dann kann ich ihn auch wegbringen. Ja. Ich finde es schön, dass sich das durchsetzt. So, meins. Ja, meins. Das war dieses... Ach stimmt, ich muss erst das andere weiter. Naja, das war dieses... Ich muss erst woanders hinlaufen, bevor ich hier weiterarbeiten kann. Hm. Okay, das hier wird auch nichts mehr heute wahrscheinlich, ne? Closing soon. Was? Da. Was wird nicht mehr? Achso, ich dachte, dass das Kokosnusswasser leer geht, aber es ging leer. So war es. Ja gut, aber das können wir ja trotzdem erstmal in den Kühlschrank zurückstellen. Naja, das schon. Das nicht geöffnete schon. Aber es gab ein stinkendes mit nur zwei. Und das ist jetzt weg. Ich glaube, wir haben noch offen. Ja, er bestellt noch was, ne? Aber wenn der groß ist, dann bestellt er einen L-Cup. Und dann bestellt er das hier. Was brauchst du? Keine Milch, ne? Ne, ne, keine Milch. Was brauchst du? Keine Milch. Ähm. Eis. Finger rein. Ja. Ich trage seit neuestem Handschuhe, aber den ganzen Tag dieselben. Äh. Was stinkt davon? Hier das... Das Taro. Das Taro. Aber wir haben keine Taros mehr auch, ne? Naja. Ja, bestämme für morgen. Bestämme für morgen, breiten wir zu. Dazu noch ein paar Liter Tee. Irgendwer holtet irgendein Item. Alles klar? Ja, du hast die Taro in den Müll geschmissen und nicht die rausgebracht. Ah ja, das ist ein guter Hinweis. Dafür kostest du mich auch 18 Cup Coins. Wow. Ja. Da findest du an sowas... Kaki, warum? Denk's. Ich frag mich immer noch, wieso du damals bei mir eine Bezahlung von irgendwie über 60 bekommen hast. Naja. Die sind halt wert, ne? Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Aber wo warst du denn, du? Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden, Chef. Schieferdrinks. Eis. Hm. Soldaten von Troja. Die Kombo wird heute nicht gebrochen, der. Definitiv nicht. Brauchten wir irgendwas? Green Tea Leaf? Ja, Taro. Haben wir noch zwei Dosen. Bist du irre? Achso, die andere Taro. Die andere Taro. Die nicht Dosen Taro. Die nicht Dosen Taro. Nimm doch die aus der Dose, ist doch alles das Gleiche. Die Kunden merken das eh nicht. Ich hab immer nur 20. So. 20 T. Ja, ich hab da oben nicht weitergemacht mit dem Wiegen, weil ich genervt war, dass mir noch vier gefehlt haben. So wie mir jetzt. Oh. Wieso? Okay. Wurscht. So. Hau rein. Ich dachte, ich hab irgendwie grad eine falsche Zahl gesehen. Weg. Geht nicht. Stinketee haben wir noch. Aha, Delivery Speed lohnt sich jetzt nicht mehr. Ähm, Milch und Kokos. Milch und Kokosmilch. Kokoswasser. Die gute alte Kokoswasser. Kokos. Ach, hast du schon reingekippt? Ah. Wollte noch eine zweite Portion. Oh, der erste. Regularium. Ah, da. Okay, ich hab eine zweite Portion noch reingekippt, dann haben wir mehr. Ah, okay. Äh. Gar nicht gewusst, dass das zwei Portionen gibt. Ja, 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 ja. Ja, da stand nämlich Just Like Sargo. Just Like Sargo. Naja, außerdem, ja, wir werden eh nicht so viel. Oh. Warte, das gieße ich mal eben ab. Oh, 42 fucking Tickled. 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 Ja, klar, auch noch. Äh, sie sehen schon, dass ich beschäftigt bin, ne? Ich. So, ja, was hätten sie gerne? Eins aus Maul. Lässt sich einrichten. Nehmen wir, ach, ich hab gar nicht die Bestellung, okay. Ah, wir haben nicht genug Chestnuts. Was? Oh. Oh no. Oh no. Crash. So. Da rein, da rein, da rein, da rein. Puh. Äh, dann noch süß und... Nein, die nächste Sache, die ich nicht hab. Süß kommt noch nicht. Okay, sehr gut. Süß da. Die nächste Sache. Äh, da. Ach so, am Tisch. Ja, natürlich. Ja, klar. So weit weg ist der Tresen jetzt auch nicht, weißt du? Also... Aber irgendwer ist zufrieden. Das find ich gut. Solange irgendwer zufrieden ist. Ja. Mich. Äh, haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Wo ist der Tresen? Tisch. Ja, Tisch. Ja. Meinte es, aber... Was war das? Das war, wir closing soon. Ach so, ich hab, ich dachte, das wäre eine Kundschaft, die irgendwie blöd gemacht hat. Mä, mä. Äh, hallo. Entschuldigung. Ich möchte bestellen. Hallo. Ja, der sieht auch, als würde er bestellen wollen. Nein? Doch. Echt? Oh, was denn? Irgendwas mit Kokos? Äh, hallo. Das, das große mit, äh... Oh, okay. Alles klar. Dann kann das ja weg. So. Genau. Immer schön den Finger reinhalten, wie auch immer du hast, in deinem Zustand. Psychokinese. Hm. Sehr effektiv. Ja. Gegen mich selbst auf jeden Fall. Gegen mich selber, ja. Nein, 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 ist es nicht. Das ist ein Irrglaube. Doch, Psychokinese gegen Geist? Nein. Nein. Doch. Psycho ist effektiv gegen Gift. Und weil in Generation 1 alle Geist-Pokémon auch Gift-Pokémon waren, habe ich mir das auch für immer so abgespeichert. Moment. Wir machen mal den Laden zu. Wir können uns nach Feierabend über Pokémon unterhalten. Äh... Moment. So. Pokémon... Hallo, Handy. talking to me. So. So. Senior, Poison... Ne. Keine, keine Wechselwirkung mit Geist. Das ist, ja. Beziehungsweise, Geist ist sehr effektiv gegen Psycho. Hm. Cupcoin-Shortage? Na, sowas. War's doch schon. Gut. Business failed. Übertreib, weil man einen Tag mal einen Minus hat. Er ist psychoschlecht. Hm? Er ist psychoschlecht, hab ich gesagt. Ah, nee. Ja, ja. Aber das ist auch so ein abgespeicherter Irrglaube, den ich immer hatte. Ich dachte auch, Psycho ist gut gegen Pflanze. Weil dieser Samen Pflanze Gift ist und Psychoangriffe immer effektiv... So. Ja. Ja, aber das war früher bei Pokémon immer schon so. Ghost, Geist, Unlicht, Psycho, dann gab's auch noch... Was gab's noch? Dark? Ja, Unlicht ist Dark, ja. Ja, also Unlicht, Geist, Psycho. Dieses Dreieck war absolute Vollkatastrophe bei mir immer. Ja, ja. Definitiv gibt's da so ein paar Typen, die man sich nicht anständig merken kann. Ja. Ja. Ähm. Hast du noch Zeit? Ich persönlich hab Zeit. Pass auf, dann geh ich noch einmal pinkeln und dann versuchen wir das nochmal, aber wir versuchen's bei dir. Deswegen bist du Prinzessin Atlas, wegen deiner Prinzessinnenblase. Äh, hab ich eine Prinzessinnenblase? Entschuldigung. Ich muss nicht pinkeln. Ich muss, äh, muss kurz telefonieren. Aber ganz, geht dich gar nichts an. Selbst wenn ich pinkeln muss, ich hab dich grad rausgeworfen, so. Okay. Bis sofort. Jo. So, dann gucken wir mal ins Bookshelf. Was können wir denn alles so freischalten noch? Ein größeres Haus, wunderbar. Wir haben eh noch nicht das davor. Was können wir uns leisten? Nichts. Ja, wenn wir uns eh nichts leisten können, dann nehmen wir einfach das Ding hier. Hauptsache, wir haben die ganzen Boni schon mal dabei. So, was hab ich denn hier eigentlich drin? Ach, Overtime-Delay. Ja, das ist eigentlich nicht, nicht, äh, schlecht, ne? Aber das ist halt auch super für die Mülleimer. Aber wir haben eh immer zwei. Andererseits kannst du auch was kriegen, ne? Von wegen Overtime-Extended. Aber du kannst auch was kriegen von wegen Mülleimer lernen sich von alleine. Ich glaube, ich lass das da drin. Da habe ich ja, da oben steht was mit 16. Brauchen wir noch 16, um das da freizuschalten, eine weitere Vitrine? Oder wie ist das? Lass ich mal kurz mit der Maus hier rein. Dann kannst du nichts klicken. Tschau. So, so, so. Was soll ich sagen? Hat nicht funktioniert, aber ja. Call Friends. Nice. Join. Ach ja, ich glaube, wir mal ein Level aussuchen, ne? Hm. Hast du Upgrades gekauft? Ich habe alle Upgrades, die es bei mir momentan gibt. Hm. Halt noch nicht das größere Haus, aber alles, was so am Start ist hier. Okay, jetzt müssen wir Kartons wieder wegbringen, ne? Ja. Aber ich dachte mir so, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ist das früher bei der Arbeit ankommen oder länger bleiben? Overtime ist größer. Ja, es ist ja alles gut. 300 Mäuse mehr haben es auch gut. Mäuse. Ja. Ist das das gleiche Level nochmal? Ja. Wir haben es ja nicht geschafft. Hä? Wieso? Was? Wir sind bankrott gegangen gerade. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verarbeiten. Okay, okay. Wahrscheinlich habe ich einmal zu viel Taro weggeschüttet oder so. Ach, was weiß ich. Ach, komm. Mach du mal Finanzen aus... Also Finanzen schmaler. Oh, Transit-Card ist super. Ja. Eine halbe Stunde früher, komm. Ja. Aha. Mach du. Du Finanzen. Ja, hätte es ja machen können. Das andere wäre viel besser gewesen, aber du hast zuständig. Ja, klar. Was war das andere? Komm. Irgendwie Handschuhe oder so? Fünf Stunden eher ankommen. Also meinst du, man muss zum Kochen auch Wasser heiß machen, ja? Nö. Ich habe gehört, dass man kalt kochen kann. Kalte Fusion, ne? Wie hatten wir das vorhin aufgebaut? Besser. Ja, das stimmt. Dafür hatten wir die Eismaschine hier noch direkt neben dem Kollegen hier. Wo? Ja, ist okay. So. Ja. Blup. Ja, so ungefähr sah das aus. Das passt schon. Wasser ist boiling hot. Finden wir super. Gut, wir brauchen... Ach, für das Taro. Ich... Dafür brauchen wir denn bitte schon Wasser? Wofür? Achso, und wir könnten den Tee schon mal wegstellen, ne? Also auch nach da unten irgendwo hinstellen. Solange es noch unkompliziert ist. Achso, das... Äh, ja. Ja. Äh... Taro ist gleich fertig. Gut, dann mache ich schon mal hier... Zeug rein. Süß und kalt. Süß und kalt. Und Zeug. Und gelöt. Ah, da. Zweimal enden. So. Sehr geehrter Kunde, Sie nerven. Was kann ich gegen Sie tun? Äh, Taro. Das ist noch so... So angenehm, wenn man... Ja, wenn man... Einen Dings hat, ne? Wenn man noch einen Plan hat, auch von dem, was man macht. Instant. Bah. So. Anstammt. Du kannst die Stellung hin super schnell annehmen. Ja, aber wirklich instant. Ja, das... Bah. Könnte man mich deswegen ganz gut an der Kasse einsetzen? Ja. Ist das praktikabel? Nein. Weil, wenn ich die ganze Zeit hier rumstehe... Nun. Das wäre super für Vierspielermodus, ey. Ja, oder 20-Spielermodus. Das wäre meine Aufgabe. Ja. Immer an der Kasse. Zack, 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 zack. Und alle anderen nur so, ah, ich brauche noch einen Süß und so. Und ich stehe hier einfach und drücke X. So. Ich hoffe, es ist die richtige Temperatur. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Äh. Ist es auch so lang der Tag? Ja, ist super lang noch, aber keine Kunden. Kunden, sehr geehrter Kunde. Möchten Sie hierher kommen? Darf ich Sie hierher schicken? Ja, 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 schau. Der bestellt was. Der bestellt. Ich glaube, der wäre von einer. Der geht jetzt außen rum und dann bestellt er. Oh, das wäre toll von ihm. Ja, schön. Freut mich. Äh, nein, das ist kein Kostüm. Warum, fragen Sie? Ah, der Kokos ist nicht offen. Oh, noch ein Kunde. Oh. Das ist ja wie Weihnachten und Neujahr an einem Tag. Ne, was? Haben wir da nicht geschlossen? Ich weiß nicht. Nein, wir doch nicht. Hä? Nein. Meinst du, wie viele Kunden da reinkommen? Ja. Müll ist weg. Guck mal. Easy. Easy. Fast gewinnt. Hast du ein Re-Roll? Ja. Für die Devil Deals? Ja, krass. Das ist krass. Lucky Cat. Lucky Cat. Lucky Cat. Lucky. Nein. Bist du wahnsinnig? Äh, Base Tip. Das 50% mal Combo-Number. Heißt das dann jetzt zum Beispiel plus 350% eigentlich? Ja, ich denke wohl. Ich denke wohl. Aber reduce the Multiplayer, wie auch immer, ne? Aber das... Minus 100%. Ja. Äh, ne, 5 statt 50%. Äh, jetzt schon mal auf Orangen vielleicht? Ja, so wie vorher, ne? Ja. Ne, vorhin hatten wir Milch. Oh. Mein ich. Stimmt. Aber dafür L-Cups jetzt. Okay. Okay, ich bestelle. Ich bestelle L-Cups. Bestelle L-Cups. 50% Chance, dass die Combo nicht kombut. Ah, super, toll. Stark. Danke. Es ist ja immer so, oh, du möchtest einen Bonus? Das macht diesen Bonus schlechter. Ja. So, was könnten wir denn hier noch so verbessern? Ich habe den Wasserkocher verbessert. Dann saven wir Electrical Builds. Oh, wow. Ey, wir kochen jeden Tag. Hier wird frisch gek... Ich weiß nicht, also es ist Obst im Haus. So, Tei. Ja. Da rein, da rein. Ja, ist ungefähr richtig gewesen. Oh, perfekt. Ah. Ah. Ja. Nun. Okay. Hast du das, wenn jemand den Mülleimer direkt wieder voll macht? Nachdem ich ihn weggebracht habe. Brauchst du schon einen Tee? Nein, noch nicht. Weil das Wasser zu heiß oder zu kalt war. Je nachdem, was deine Perspektive... Eins von beide. Ja, ja, also... Aber irgendwas war mit dem Wasser. Ja, ja. Also... Wasser war ein Thema. Kann ich einen zweiten Tee rein tun? Nein, kann ich nicht. Bim, 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 bim. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wirklich. Wir lassen Sie kein Gepäck unbeaufsichtigt stehen. So. Okay, das haben wir schon mal. War das mit Eis vor... Ja, kannst du machen, ne? So, was hätten wir hier gerne drin? Nur Orange. Ganz viel davon. Bisschen süß. Ist schon wieder leer, deswegen. Dann nochmal umrühren. Und viel Freude. Wir müssen auch direkt einfach nochmal Tee ansetzen, ne? Das hier vermitteln. Ich habe mir überlegt, so... Ah, brauchen wir den Tee? Ja, nein, vielleicht. Also, wir können ihn ja auch einen Tag stehen lassen. Es ist ja okay. Es ist ja OT. So, 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 so. Hat es schon. Du willst noch mal Tee machen? Ja, ich würde noch mal Tee machen. Weil, wie gesagt, wir können ihn noch einen Tag stehen lassen. Ja, da habe ich mal vom Herd genommen. Da ist schon Tee drin? Ach so, ja, dann schon. Also jetzt, ja. Diese angefressene Apfelnerfung, die auch so ein bisschen. Ja, ne? Ich blockiere ihn. Oh, ich darf nicht stehen bleiben. Okay. So. Ach so, hier musst du den darunter stellen, ne? Ja. Ja, und jetzt ist es wieder heiß dann auch. Naja. Haben wir genug Eis. Ja. So, das hier. Oh, da wird es gehört. Apropos Eis. Da, sehr gerne. Viel Freude. Viel Spaß mit Ihrem Depresso. Oh, wo war das gleich noch mal mit Depresso? Ich weiß es nicht. Ah, das ist noch nicht so lange her. Ja. War das, ähm, äh, Cassette Beasts? Ah, verdammt, wo kommt das her? Depresso. Ich bitte das schimmermehr. Warum komme ich da nicht drauf? Ach komm, ich bestelle schon mal hier so eine Yam. Ach komm, und hier auch noch mal Fruktose. Müssen wir nur ausräumen. Nehmen wir noch ein bisschen Overtime. So, Mülleimer sind leer. Oh, das dauert aber auch mit der Lieferung, ne? Du bist so schnell unterwegs. Komm, mach Platzer. Mach Platzer. Danke. Dann kam mir mehr Time, äh, verfügbar in der Overtime, ne? Äh, wegen deiner Lampe, genau. Deswegen ist das so. Das hab ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ähm, so. Schön. Schön, schön, schön. Wir haben nur noch acht. Ja, wir haben auch Fruktose bestellt. Ja, ich hab Fruktose bestellt. Wir brauchen viel Fruktose. Ist das immer die Stelle, warum ich so teuer bin? Äh. Äh, der Unterschied zwischen den beiden Sachen ist ja auch nur, dass es gecrushed werden muss. Ich nehm trotzdem rote Bohnen. Einfach nur, um, ekelhafter. Also ich finde Chestnut passt besser in so'n Getränke als den Pappel. Definitiv! So, wir müssen heute Gewinn machen. Wer hat die Kronoslos wieder stehen lassen? Wir müssen Gewinn machen. Erstmal Wareneinsatz. In die Höhe treiben. Der Tee ist jetzt schon kaputt. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Nächster Versuch. Okay, ganz in Ruhe. Das wird ein Taro sein da oben? Ne, ich würde heute kein Taro machen glaube ich. Okay, warum ist das Wasser dann zu heiß? Weil ich durcheinander gebracht wurde wegen des Grün-Tee-Vorfalls. Ah, der Grün-Tee-Vorfall. Der Grün-Tee-Vorfall von 2024. Richtig. Achso, ne brauche ich nicht. Recht hast du. Jetzt kann ich es aber nicht mehr bewegen. Nun. Genau. Okay, okay, okay. Kann man hier unten noch Geld ausgeben? Das wäre toll. Nein! Nein! Da kannst du nicht in den Minus gehen. J2 da. Hätte ich dir zugetraut. Ach ja, hier die Bohnen. Wo ist der zweite Tee jetzt? Da oben steht da. Aber der zweite Tee, den man heute macht. Ja, ja, ja. Aber der ist nicht wahr. Nein! Der zweite heute zubereitete Tee. Das ist der heute zubereitete Tee hier oben. Es gibt keinen zweiten zubereitete Tee. Doch, jetzt gleich schon. Warum? Ah, ich habe jetzt glaube ich gerade verstanden, was ich falsch gemacht habe. Hm. Okay. Ich werde diesen Fehler irgendwann wieder ausbügeln. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird passieren. So. Ich habe es nämlich immer auf der Platte gelassen und habe es nicht gerafft. Ich gebe auch zu, ich habe selten Tee gekocht bisher. Oh, ein bisschen Fructose. So, T2 ist da. Also, und jetzt der Beute weg. Okay, alles klar. Shai, Hallöchen. Oh, hallo Shai. Wir sind ohne deine Hilfe schon bankrott gegangen, Freundin. Äh, selbst korrekt. Und einmal den Stress totgestorben, glaube ich. Ja. Ja. Sie sagt auch schon, Prinzessin Atlas. Ich halte das aus. Sind wir ehrlich? Es war meine Idee. Ganz genau. Sind das L-Cups irgendwo? Ja, sehr schön. Guuut. Okay, ich kann auch wieder hier mit spielen. Also gleich ich ausziehen hier. Pop, 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 pop. Was? Genau das. Ausziehen? Rausziehen. Ah. Ja. Okay. Dass jetzt so viel besser ist. Ah. Mul. Schussmul. Äh. Da. Wei, wei, wei. So. Peck. Da. Ja. Gude, gude, gude. Ist da denn noch jemand los? Haben wir noch? Wir haben keinen Kokos mehr auf Vorrat. Sollte es aber auch nicht kaufen. Aus finanziellen Gründen. Naja, kaufen wir morgen. Ja, ja. Müssen wir das Geld zusammenhalten. Ja, ja. Tatsächlich, ne? Dann sind es die letzten beiden Kokosschlücke, die wir noch haben. Okay, jetzt ist Closing Time. Dann kann ich den restlichen Tee wegkippen. Schön. Schön, schön. Joa, ansonsten. Aus, aus, aus. Müll ist weg, hab ich gesehen. Dann. Schauen wir mal, ob wir überleben. Partnerkosts, null. Topcoin-Shortage. Wegen der Waterbill plus 300%. Waterbill ist aber auch mies, wenn du jeden Tag kochen musst, ne? Ja. Ja. Nachmittags-Dattler. Ja, was für nachmittags? Also, ja, schon. Nachmittags, ja. Jo. Geh nach, erzähl das sowas. Döse. Komm, wir versuchen's nochmal. Wir beeilen uns. Ja. Bist nicht so verehlt. Schon bitter, ne? Mhm. Es ist halt das Skill-Cap erreicht, ne? Ja. So. Jetzt wird nix verschwendet. Kein Tee verkocht. Genau. Kein, kein gar nichts. Ich möchte trotzdem, dass jeden Tag für den nächsten Tag vorbereitet ist. Wir machen auch den Steamer gar nicht an. Jo. Ah. Ja, von mir aus. Ja, okay. Was von dir aus? Das Rezept, was ich genommen habe? Nein, mit dem Steamer. Nein, mit dem Steamer. Pass auf. Du machst Finanzen, ich räume einfach nur ein und bin ein guter Mitarbeiter. Das hast du mal auch gesagt. Ja, aber diesmal mach ich's wirklich. Hallo. So. Wir kaufen gar nichts heute. Okay, alles klar. Ja, Chef. Ja, Chef. Äh, ach ja. Das brauchen wir relativ zeitnah, ne? Äh, so. Eins, zwei. Oh, schau. Möchtest du vielleicht den Versuch noch mitmachen? So, das muss heiß werden. Ah. Ist das schon heiß genug? Nein. Äh, da unten sind noch Cups. Äh, ich wollte grad sagen. Ja, um theoretisch auch irgendwann mal einen Kunden zu bedienen. So. Verschwinde! Verschwinde! Da. Hat natürlich so Tätowierungen, ne? Was? Wie so ein Yakuza. Plim, 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 plim. Plim, plim, plim. So. Äh, pour away. Okay. Ja, wir brauchen auch nicht zwei Portionen, Taro. Am Anfang. Man weiß nie. Es dauert halt genauso lang und es kostet jetzt nicht so viel. So. Deswegen gehen wir immer bankrott. Das kostet ja nicht so viel. Aber wegen, aber wegen Taro. Das wir einmal nachbestellt haben. Ja, Mann. Ganz ehrlich. Taro. 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 Meinen Sie Taro? Na, ich weiß nicht. So. Okay. Herzlich willkommen bei Stress Donalds. Wie kam das? Stress Donalds? Jetzt habe ich Hunger. Obwohl ich nie bei Macfress bin, ey. Macfress. Ja, kein Burger King Kind, aber Macfress. Burger King lieber. Burger Kind. Hallo. Das ist ja jemand. Ja, darum hat er mich gar nicht wahrgenommen. Ja. Hier ist alles in Ordnung, Officer. Wir können sie auch aber in kostenlosen Kokossaft mit Taro einladen. Er kostet nur 50 Cup Coins, der kostenlose Sache. Ja, genau. Verpissen Sie sich hier. Haben nichts zu verschenken. Hier ist alles okay. Gesundheitsamt war letzten Monat schon da. Ah, das wir noch nicht auch hatten, aber egal. Ja. Darum sind wir auch durchgekommen damit. So. Neues Kokos. Ja, da kommt natürlich noch ein Kunde. Klar. Ja. Ja. Open. Open Kokos-Style. So, das wird aber der letzte Kunde gewesen sein. Das heißt, schon mal in den Kühlschrank. Nicht, dass wir irgendwas verschwenden, ne. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Definitiv nicht. So. Ja, Eismaschine schon mal aus. Das hier war gar nicht an. Perfekt. Hier ist auch alles leer, ne. So, sehr geehrte Kunden. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf sie. Oh. Ach, Closing soon. Ah, natürlich möchtest du noch was kaufen. Ja. Ja. Dann mal die Kokos-Milch raus. Ja. Sicher. Bam, bam. Bam. Kalt. Extra kalt. Frisch aus dem Kühlschrank. Mit Eis. Extra ober-überkalt. Ja, toll. Ist im Kühlschrank, ja? Ja. Ja. Schön. Ja, wir machen schon fast Plus. Irgendwann haben wir noch 1400. Naja, weil du nichts gekauft hast, was uns das Leben leichter macht. War auch nix Gutes dabei. Fructose. Aber Base-Tip plus 10 ist doch gut. Ja, besser als das da. Also Business License ist so stark eigentlich, weil es so steady ist. Ja. Ah. So. L-Cups und Orangen, alles klar. Gut, dann werde ich heute kein weiteres Tarot zubereiten. Aber das ist ein Gericht, was auch heiß serviert werden muss, was wir jetzt neu dabei haben. Äh, haben wir jetzt Tee oder so? Nee. Einfach nur Orange, ne? Ja. Eine Orange. Frag mich was für Saft. Hast du das schon bestellt, zufällig? Ne, das mach ich jetzt. Okay. Ah, grünen Tee brauchen wir auch noch, meinst du? Alles klar. Ja. 1, 2. Mal. Ich hab eine, eine Portion reicht aber. Ich mach direkt 40. Dann haben wir das für heute und morgen. Weil es L-Cups sind. Was? Es sind L-Cups. Man braucht echt nicht wenig dafür. Es sind L-Cups. Was hast du dagegen, gut vorbereitet zu sein? Ich verstehe es nicht. Flipp. Ah, ah, fast. 51! Mensch! Wir müssen sparen, Junge! Du treibst mich in den Ruin! Da. Da. Müll. Grab. Da. Da. Müll. Noch keine Kokosnuss draußen. So. Kann sein. Oh, ich. Ich hab mich schon gewundert, warum hier irgendwie... So viel Platz ist, ne? Wie das alles so komisch ist. Ja, so komisch aussieht. Warum es so hübsch ist, ja? Ah. Okay. Okay. Geh runter. Okay. Koks. Äh, Discard. Da rein. Okay. Schnell jetzt den anderen. Discard. Da rein. Guck mal, jetzt hast du wunderbare 40 Einheiten. Die ich nicht benutzen kann. Warum nicht? So. Die ich jetzt benutzen kann. Ja. So. Ich versteh mich da als Küchenchef auf jeden Fall. Äh, Kokos werden wir irgendwann nochmal brauchen. Ich fang schon mal an, die zu öffnen, aber keine Sorge, Chef. Ich mach die nicht ganz auf. So. 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 Äh, das ist on. Das ist on. Ja, ich glaube wir sind vorbereitet. Schön. Jetzt kann der erste Kunde kommen. Äh. Auf den Becher Nummer 4. Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Sehr auf den Becher Nummer 4. So. Hitze. Kling, kling, kling. Oh. Klasse. Dann noch grün. Süß-Eis. Das ist auch schonmal Krokos. Jetzt bestell doch mal Krokoswasser nach. Boah. Sechsunddreißig der Z confused. Weil wir haben noch nie gewonnen. Wir haben eine angebrochene, eine fast offene und ein Mitz. Dann brauchen wir da vielleicht wirklich noch mehr. Äh, nur mal die Bestellung an, du machst das ja instantiert. Ja, gut. Pling. Pling. Guck mal, das lege ich hier schon mal bereit, weil das werden wir morgen da brauchen. Das wäre ja. Naja. Auf einmal kaufen die halt auch den Quatsch mit den Taros nicht mehr, ne? Ja. Ja, doch da nochmal einer. So, Maschine aus. Neun Sekunden haben wir noch. Fünf. Ich dachte schon. Drei. Hm? Hä? Hä? Ich hab die nicht ausgemacht. Ach, die haben sich ausgemacht. Aber bei mir steht auch noch eins. Also, ein Glück, dass ich den Video überweist hab. Bei mir steht schon minus 16. Oder 16 steht schon wieder. Bei mir ist das noch gerutscht. Okay, egal. Ja, das sind natürlich electrical builds, ne? Dezent. Nun. Ah, ja. Oh, Chestnuts zum Cracken für mehr Umsatz. Okay. Definitiv. Gut, ich, äh, werde einen, ein paar Sachen entsorgen. Und ein paar andere. Aber wir haben Eismaschinen ab. Ja, okay. Super. So, dann ist heute der Tarok-Tag. Und morgen ist er wieder grüner Tee-Tag. Ah, ist aber knapp, ey. Ich sag, ich hab nicht orange in der Hand. Ich will das Ding hier. Nun, warum nicht? Warum hab ich keine orange in der Hand, ist die Frage. Ja, das stimmt auch wieder. Wohl duftend. So, aufcracken. Also, Hardcore-Buggy da, ne? Was denn? Mit, ähm, den Chestnuts bei dem, bei dem Trace. Ach so. Ja, bei dem Prompt und so. Bei dem Trace mit dem Prompt und so. Ja, ja, richtig. Ja, 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 alles. Sprache, Dichter und Denker ist korrekt. So. Blim, 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 blim. So. Äh, pour away. Was ist das? Ach, Taro. Ja, weil wir hatten keines mehr. Du hast schon das Tee wieder aufgesetzt. Nein, hab ich nicht. Hat mein Chef mir untersagt. Würde ich nie auf die Idee kommen. Hehehe. Hehehe. Äh, ansonsten ist ja... Ja, genau, das war klar. So. Ach, der Nächste. Der Nächste. Ist bequem hier bei uns, ne? Ja, ja, merk schon. Aber fürs Rumlungern, äh, dürfst du hier nicht sitzen, ne? Ah, Quicksail, ähm... Oh, hä, und trotzdem stehen bleiben. Ach so. Ja, hatte ich hier nicht vor. Ne, hier, äh, Quicksail gibt uns mehr Reputation. Mehr Rap. Falsche Cups. So. So, so, so. Brauchen wir neue... Brauchen wir heute nochmal Tee, meinst du? Brauchen wir heute nochmal richtig ausgemacht. Oder meinst du es gut so? Oh, weiß nicht. Hm. Noch zwei große Tassen können wir bedienen, ne? Oh man, wir brauchen einen neuen... ...Kitze... ...Kitze-Ding. Da muss ich leider jetzt zuerst gleich dran. Im Moment. Hm. Ich sag dir, wie es ist. Ich werde den Kunden einfach so bedienen. Ja, ha, ha, ha. Denn... ...bringt ja nichts. Ja, du musst an den Counter. Oh, je, je, je. Oh, jetzt hab ich... Oh. Ich hab's prioritized, aber... ...ist er trotzdem nicht zufrieden. Weil die Temperatur nicht richtig war. Ja, viel Spaß. Genau, zwei große können wir noch. Das könnte passen. Ich stell's mal auf den Tisch, ja. Ach so, ja. Wenn der Kunde nicht aus... Why isn't it sweet? Ah, warum ist es denn nicht süß? Ah, deswegen hast du mich das hintragen lassen, ne? Damit ich dir den Ärger kriege. War mir unangenehm, ja, richtig. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ganz ausgefuchst. Okay, wir sind mit dem Tee tatsächlich hingekommen. Auch wenn ich nicht das Gefühl hatte... Das ist sicher noch einmal nachher, ne? Das ist jetzt auch nicht passiert, ne? Das heißt, der Rest von diesem Tee kann weg. Kokos in Kühli. Das hier ist alles leer. Morgen als erste Amtshandlung 9 Day. Ausmachen, ausmachen. Ja. Oh, super. Wie cool ist. So strong, weil so steady. Das lief strong wegen steady, ja, korrekt. Ja, guck dir mal die Balance an, da unten. Ja, krass. Du darfst nur keine Electricity Bill plus 7000 Prozent ankommen. Nee, das wäre gut. Ja, wir haben ja nicht null Stress, ne? Ja. Und wir stressen, wenn wir uns, wenn wir stillstehen. Das heißt, ich kann auch keinen Stress abbauen. Okay. Ja, das wird super sein. Hör mal. 50 Prozent mehr Base Drink Multiplier. Stark. Hm, 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 hm. Äh. Ja? Ja, das ist 24 Prozent weniger Stress. Ja, ja, hast recht. Oh, du hast null Stress. Ja, das ist ja cool. Das ist ja cool für dich. So, ich kümmere mich jetzt erst einmal um grünen Tee. Wasser habe ich gestern schon hier eingeführt. Ja, eingeführt. Eingeführt. Ja, eingeführt. Ja, eingeführt, wollte ich sagen. Eingeführt habe ich den nicht. Stopp. So. Wai, 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 wai. Mull. Ja, ich schick hier so ein bisschen, ne? Ach, guck mal, müssen wir was bestellen? Nö, nö, ne? Ja, doch, doch, irgendwas, äh, äh, äh. Nö, ist alles da. Ja? Ja. Ich würde sagen, ja. Güll Eimer. Ich würde gerne den, äh, Seen Hita verbessern, aber die Option gab es nicht. Na. Kokos hast du bestellt? L-Cups vielleicht? Warte. Green Tea haben wir noch zwei Beutel. Wir haben aber noch zwei Beutel. Ja, aber noch zwei Stacks. Ja, okay. Dann... Dann ist doch toll. Ja, okay. Dein ADHD hat getriggert. Äh, 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 es kommt vom Kochen, da muss man ein bisschen stehen halt. Okay. Ah, die HD klingt wie R2D2, ey. Ist das das Richtige? Ja. So. So, das kann ich ja schon mal hier hinlegen, weil morgen werden wir das wieder machen müssen. Eins, zwei. Müssen wir morgen neue Taro bestellen. So. Oh, ein L-Getränk. Was könnte das nur sein? Ein Glück, dass wir davon... ...so viele zur Auswahl haben. Da fällt die, da fällt die Wahl schwer, ne? Ja. Äh, süß, Eis, rühren. Und tschüss. So. Ah, schon mal in den Müll raffen. Klar, setzen Sie sich gerne hin, damit ich zu Ihnen laufen muss. Ist ja nicht so, als wäre ich den ganzen Tag auf den Beinen oder so. Ne, ne. Das entstresst ihn, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ja. Ich schweb mal durch Sie durch. Ah, ich hab's kalt statt heiß gemacht. Ah, jetzt muss ich's zweimal heiß machen. Ah, die Zeit nehm ich mir aber. Mmh. Ah, ja, jetzt auf einmal. Okay. Ja, ja, vorhin hat es ja sehr lange gehen. Ja, das ist recht. Das ist ein großes Getränk. Das ist eine Menge. 33 Dollars. Dolares. Findest du gut, wenn Zedek zu Solis Peru-Dollar sagt? Ist es falsch? Ja. Sind Euro nicht auch nur Deutsch-Dollar? Ach, Deutsch-Dollar. Doppel-D. Hä? Ach, die Bestimmung hast du schon angenommen. Krass. Oh, ich höre dich jetzt gerade nicht mehr. Mein Headset ist ausgegangen. Oh, endlich kann ich alles sagen, was ich immer wollte. Erst wieder anstöpseln. Ja. Wenn wir geschlossen haben. Ja. Sind wir ehrlich? Ich mag den Poderich. Der wird jetzt bestimmt denken, ich erzähle ganz schlimme Sachen, aber so ist es gar nicht. Ach, ich hab's angemacht, oder? Ah, verdammt. Nein, ist einfach ein guter Typ. Ich freue mich, dass ich ihn, sagen wir, kennenlernen durfte. Wenn auch nicht persönlich oder so. Aber es hat mein Leben bisher bereichert. Ich freue mich über jede Minute. Ich wünsche ihm alles Gute für sein Leben. So. Hätten wir das auch schon mal. Ah! So. Dann wird er das bestimmt auch direkt ganz wegbringen. Die Geräte sind aus. Und der Tag ist auch aus. Ja. Das lief doch ganz gut. Das lief ganz gut. Ist das ein Schleimer? Was hat er gesagt? Hat er gesagt, Poderich ist doof? Oh! Ich hasse diese scheiß Ladebuchse. Fühlt man sich wie der erste Mensch. So. Was hab ich verfasst? Und das ist der Grund, warum ich niemals wieder was mit Poderich machen werde. Ja, ich wurde schon verpetzt, hab ich gehört. Weißt du, wie toll du bist und wie froh, dass er dich kennenlernen durfte? Ja, ja. Scheiß, okay. Das glaubst du... Das glaubst du jetzt ja wohl auch nicht. Ja, ja, ja. Ne. Ich kenn die Schei, die ist... Sie übertreibt. Das sind halt eben Scheiß-Kommentare. Wow! Scheiß-Kommentare. Der Schei ihre Kommentare. Ja. Ich weiß nicht, was du verstanden hast. Ich hab genau das verstanden. Ich find ja die Farbe super von den Dingern hier unten. Fresh-Ta... Warum ist das so... Ach, weil O-Long-Tee was anderes als grüner Tee ist. Ja. Ne, wir machen nicht noch einen anderen Tee. Dann lieber hier... Eine neue Cup-Size. Orgasmicus. Ja, ja. Und eine neue Cup-Size, ja. Noch ein Tee. Noch ein Tee? Oh, darf vielleicht noch ein Tee sein? Kann ja kein... Steamer. Steamer. Also... Ja, ich weiß auch nicht, ob sich das... ...ändert. So... Äh... Pass auf. Das ist ja nicht so mega schwer. Nein, das heißt nicht, dass ich das nicht trotzdem verkacken kann, aber... So. Bestellung ja noch ein Löcher. Ja. So. Äh... Ist das schon zu heiß? Nein, das ist nicht... Weißt du was? Dann kommt da Tee rein. So. Es ist zu heiß geworden. Ich hab's verkackt. Oh. Mein Gott. Oh. Mein Gott. Jetzt hab ich Stress. Jetzt hab ich Stress. Oh. Mein Gott. I can't believe. I can't... Äh... Hier... Jams hast du bestellt, ne? Jams? Jams? Ja. 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 Taro. So. Direkt runter vom... Vom Teppich. Äh... Wenn du richtig heiß bist... Wenn du richtig heiß bist, dann kann ich auch eine Rübe in dich reinfüllen. Das ist auch so eine Rübe oder sowas, ne? Dieses Taro. Ja, das ist so wie eine Kartoffel. Eher wie eine Kartoffel. So wie eine Kartoffel. Äh... So. Äh... Hat die Hände nicht frei machen. Ich hab keine Hände. So. Pour away. Aber wir müssen auch noch Chestnuts auffüllen. Luppen gestellt. Hm? Achso. Ja klar. Kannst du hinstellen. Äh... Bald. Wenn wir das auch brauchen. Äh... Chestnuts. Kokos brauchen wir auch im Winter. Später. Crashen. Rein da. Müll. Irgendwo, wo noch Platz ist. Ja Kunde. Ja Kunde. Ist okay. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gesehen. Ich kümmere mich jetzt um dein Anliegen. Ich mach die einfachen Sachen. Äh... Kunden grüßen. Hallo. Das wird richtig gewesen sein. Shake, shake, shake. Go. So. Nächstes. Tütüt. Typ. Äh... Eis. Eis. Baby. Für sie. Natürlich. Sofort. Kommt. Kommt alles. Oh. Sie hätten gerne ein L-Getränk. Hahaha. Hahaha. So. So. Ich bring mal den Müll raus. Hahaha. Und die nächsten Beutel auch noch. Okay. Huh. Gudi. Das wird wohl das Ess-Getränk sein. Das wird wohl das Ess-Getränk sein. Das könnte das Ess-Getränk nur sein. Hä? Was ist denn das? Ähm. Das M-Getränk? Ähm. Das mit dem komischen lila-pink-sirup. I see. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Ähm. Ich... Ich versuch... Ja, okay. Du machst das. Gut. Ich halt mal ein Auge auf die nächste Teepackung. Damit wir morgen 40 Frische haben. Ja. Und wir wissen, wenn ich da nicht ein Auge drauf halte. Problem. Hahaha. Das ist das Problem. Hahaha. Ah ja. Da bestellt noch jemand kurz bevor wir schließen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ja, mach den. Ja, ja. Okay, dann mach ich. Ich mach den Tee. Oh, ausgerechnet die Kacke, ey. Deswegen hab ich's gesagt. Hihihi. Ähm. So. Finger rein. Super. So. War das der letzte Kunde? Jo, ne? Wahrscheinlich. Jo. Dann kann der alte Tee weg. Äh. Das ist von heute. Der Tee ist von heute. Der wird bis morgen so abkühlen, dann brauchen wir keine Eiswürfel investieren. Wir sparen sogar ein Eiswürfeln, du. Nice. Boah, starke Pfarrer. Oh nein. Die Waterbell ist wieder höher. Aber nur 125, nicht 300 Prozent. Ja. Ja. Doppelte Drink-Prizes. Komm. Also. Also. Das. Das kann ja unmöglich was besseres geben. Möchten sie? Ah, sie mögen Geld? Möchten sie doppelt so viel verdienen? Nun. Wenn sie mich so fragen. Äh. Ja, was weiß ich. Das ist alles. Ich will den extra Bookman. Ja, vielleicht finden sie ja was cooles. Ja. So, was gibt's hier zu bestellen? Taro, brauchen wir nicht. Greenleads, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay. Ja, bestellen hab ich Stress gekostet. Toll. So, ich tu den Hibiskus hier unten mal hin. Achso, nee, gar nicht. Da kommt Milch hin, ne? Oder Kokos, Wasser. Ja. 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 Ich glaub wir, wie viel Taro haben wir denn noch hier drin? 14. Ich glaub wir kochen heute mal gar nichts. Auch keinen Tee, oder? Nee, nee, nee. Ich wollte jetzt nur vorbereiten. Ist ja extra alles... Okay. Nee, nee. Gut, dann mach ich schon mal auf. Ist ja alles on point. Und... Genau so vorbereitet. Ah, Müll. Äh... Ja, weiß ich nicht. Eis... Ja, komm, in die L-Cups muss immer sehr viel Eis rein. Ich hab's grad ausgemacht. Echt? Ja, gut. Äh... Oh, vielleicht Orangen. Ja, gut. Äh... Oh, vielleicht Orangen. Vielleicht Orangen. Maybe Orangen. Und dann abhängig davon deinen Tipp, ne? Mhm. So... Quick Save, Quick Save! Ja? Atlas... Atlas Spielfigur, äh... Sieht immer so aus, als hätte er nicht geschlafen und müsste früh zur Arbeit. Jaja. Das... Das... Äh... Ich weiß schon, warum ich den gerne hab. Ja. Und ich brauch dafür nicht meine Spielfigur. Hallo mein Lieblingskunde. Schön, dass du heute wieder da bist. Stell ihn nur schon mal bereit. Und oben. Ich wollt ihm grade, äh, nen Namen geben. Ne, halt, warte. Das ist ja ein Brandname. Aber ein... Aber es ist auch ein normaler Vorname. Bitteschön, Tassimo. Tassimo? Was machst du jetzt? Ich bin ja für Tastatur-Sula. Tastatur-Sula ist stark. Ist ein Atlas Original auf jeden Fall. Definitiv. Ist da noch nie einer draufgekommen. Äh... Oh, ein Kredit! Jetzt ist es von alleine draufgekommen. Oh nein, kein Süß. Süß. Du kannst von hinten auffüllen. Füll süß von hinten auf! Ach, ich hab dir das falsche, äh, rosa Zeug genommen. Also... Okay, wie viel Süß haben wir? Füll sie von hinten auf. Füll sie von hinten auf. Ja, ich... Sag doch... Du hast die Situation auch gesehen. Demnächst wieder. Wow! 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 TMI! Wofür könnte das stehen? Was? Too much intercourse! Tussi-Magnet-Inspektor! 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 Ja! Er hat sich bisher gut rumgedrückt, ne? Das stimmt schon. Closing-Time heißt ja nicht, dass keiner mehr kommt, ne? Okay. Äh... Doch. Jetzt schon. Gut, das heißt, alles wegwerfen, was da ist. Leer. Nicht mehr leer. Ich sag doch gerade alles wegwerfen, was da ist. Ach ja, komm. Die 23D! Ja, ich gebe zu. Ja, du, ein Kunde mehr und wir hätten das gebaut. Ja, ne? Also wirklich halt ein Kunde mehr. Aus, aus. Ja. Äh, war's das? Ja. Ja, wahrscheinlich. Partner kostet 170. Ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es auch nicht. Verhalte ich mich so anders als du? Ich weiß es nicht. Aber... Wieso ist dann beim Income... Ach so, doch. Ja, wegen Minus. Ja, ja, weil ich dich Geld koste. Oh. Bei dir ist manchmal Null gewesen. Ich weiß nicht, was ich... Ah! Nee, nee, Quatsch. Nee, das war, glaub ich, auch nicht die Runde, wo ich was weggeworfen habe. Das Kirschblütentee? Ja. Noch nicht. Also in real life, ja. Ach so, ach so, ja. Au. Picturesque Scenery Medley. Da muss Salz rein? Sprühsadel? Das ist kein Salz. Sargo? Was ist denn das da links? Wenn das kein Salz ist. Das haben wir das letzte Mal auch gewählt. Das ist Eisblock oder irgendwie sowas war das, ne? Oder... Salz wär sinnvoller. Natürlich nehmen wir das, wo kein Sargo drin ist. Warte. Ja, genau. Ist das einzige ohne Sargo, ne? Ja, dann machen wir das. Ja. Wir müssen heute eh so viel kochen, ey. Wir müssen grün viel machen. Wie viele Kokos haben wir noch? Fast keine mehr, ne? Doch. Aber wir haben auch fast keine Orange mehr. Doch, wir haben nachbestellt und noch nicht keinen davon benutzt. Ach so. Oh, aber dann haben wir keine L-Cups mehr. Dann haben wir keine L-Cups mehr. Ja. Ja, Orange ist auch nicht so teuer, ne? Mhm. Oder wir machen das günstigste raus. Dann müssen wir auch kein... Doch, Taro müssen wir so oder so kochen, ne? Ja. Ich glaube, ich mache das oberste raus. Ja, mach das. Keine L-Cups mehr. Dann brauchen wir keine Kokosmilch mehr kaufen. Ich glaube, wir brauchen jetzt für nichts Kokosmilch. Ja. Brauchen wir die auch nicht rausstellen, dann haben wir da mehr Platz. Äh, es gab irgendwas Neues, ne? Fresh Milk. Mhm. Und das war's. Gut, äh, Wasser kochen. Ja, hast du gestimmt. Ja, ja. Wasser kochen, Wasser kochen, Schnibbel, Schnibbel. Was praktisch ist, da wo jetzt vorher die Kokos stand. Ja, kann jetzt die Milch hin. Das ist natürlich. Frisch. Zwei ist genug? Nein. Ah, da. Ich kann hier nicht stehen bleiben. Sie jagen mich. So, Schnibbel, 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 Schnibbel. Oh, boah, das brauchen wir vielleicht noch, ne? So. Das hier weg. Da. Hier haben wir genug. Blam, blam, blam. Okay. Okay. Was ist da links drin? Targo? Ja, das ist gleich fertig. Wie heißt das? Targo? Ja, Targo von mir aus. Nicht Targo. Ja. Targo Park. Ja, von mir aus das. Äh, Chestnuts haben wir noch, ne? Ähm. Also, also noch auf der Karte meine ich. Ja, selbst wenn nicht. Jetzt haben wir sie da. Äh, haben wir das mit dem Hibiskus noch? Da oben rechts. Das Getränk? Ja. Ja. So. Oh. 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 Achja, ich stell dir mal den Tee wieder dahinter, dass du benutzen kannst. Der ist noch heiß. Zweimal Chest. Äh, perfekt, dass er noch heiß ist. Denn so will der Kunde ihn haben. Und mit Haaren eines Bibers. Jetzt ist er kalt. Wie eine ganz klassische... Ja, so will der Kunde ihn auch haben. Hahaha. Ah, nein, er wollte ihn... Ah. Ah. Mein Geld! Ja. Ich weiß, ich weiß, dass du grün blutest. Es ist... Es ist okay. Es ist okay für mich. Ich halte das aus. Mhm. Ja, schön, dass du das aushältst. Hast du noch einen O-Saft da? Ist das... Ist das ein Taro? Hallo Kunde. Taro. So, ich brauche die letzte O auf. Vor denen, die da... Direkt vor einem Knien. Äh... Wollen wir hier rüber? Ja. So. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. So. Hallo Kunde. O und Grün. Natürlich. Boah, ist der Geist langsam, wenn er was tragen muss, was schwer ist. Da muss ich so konzentriert, dass das nicht durch seinen Körper durchfällt, ne? Das ist aber... Das wäre aber auch ekelhaft. Stell dir mal vor, du bist ein Geist und auf einmal... Bläh, Müllducht. Bläh, bläh, bläh. 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 Äh... So, das kann schon mal in Müll, ne? Ja, ja, okay, wenn er auch im Müll durch dich durchfällt, das ist besonders blöd. Hab ich erzählt, dass ich gestern ne tote Ratte gefunden hab? Ist egal. Ähm... Mh... Auf Arbeit? Nein. In meinem Garten. Nennen wir es Garten. Irgendein Rabe hat sie angeschleppt und dann zerfleddert. Das war ganz schlimm. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Hat mich viel Überwindung gekostet. Die wegzuräumen, oder wie? Ja, ja. Ey, ich könnte das Viech da jetzt so auch nicht liegen lassen. Los, Rufus! Bring! Ne, auf gar keinen Fall. Hör mal. Weißt du, was aktuelle Hasenpest ist auch und sowas? Diese ganzen... Wegen Ostern, oder was? Ne, ja, auch. Ne, irgendwie so ne Krankheit, die unter Hasen grassiert, die über einen Menschen auf Hunde übertragbar ist und das weiß ich was. Aber nicht von Hund auf Mensch, oder passt das doch? Ne, aber für den Hund ist das halt tödlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie du zu deinem Hund stehst. Also... Aber... Ich möchte auch nicht, dass mein Hund krank ist. Der ist sowieso bald tot. Wir sind alle irgendwann tot. Nein! Wir sind alle irgendwann tot. Oh, heute hast du mich nur 92 gekostet. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Nein! Blub, 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 blub. Perfekt-Shift. Ich lief aber auch nur Perfekt-Shifts bisher ab. Ähm... Ja, es ist das, es ist das, nachdem wir sowieso schon plus 100 haben. Ja. Also... Hätten wir doch das Getränk nehmen sollen, das 51 kostet, ne? Am Arsch. Am Arsch. Wenn wir zwei davon am Tag produzieren hätten können. Äh... Customer Order Wait Time plus... Komm, more expensive drinks, dann nur noch L... Dann müssen wir vielleicht L-Cups bestellen. Warte, ich schau mal. Könnte sein. Äh... Ne, haben wir noch. Haben wir noch. Gut. Den ganzen... Den ganzen... Run? Ja. Kein einziges Mal die Option gehabt, das, ähm... Das Heat-Gedöns da zu verbessern. Ist es überhaupt so, dass es durchwechselt? In irgendeiner Form? Wir brauchen ja gar keine Scheiß-Dings mehr. Äh, weiß ich nicht. Naja, aber ist es dir aufgefallen, dass heute mal das war und morgen mal das? Oder? Ja, ist wahrscheinlich noch was anderes. Aber nie das Ding dabei. Hm. Okay, dann bestelle ich mal, ähm... So... Brauchen wir noch... Ne, ich brauche keinen Tee. Ne, ne, ich hab... Ich hab geschaut, ich... Ich bin der Meinung, wir brauchen nichts zu bestellen. Ah ja, LK war mal 5. Ja, ja, genau. So... Ja, komm... Vorsichtshalber, falls heute 17 Bestellungen reinkommen. So, ich mach jetzt mal relativ viel Tee, weil der Tee ist eh da. Ne? Ich denke, da wirst du mit einverstanden sein. Ja, freilich. Ist eh da letzte Tage, also... Ja, eben, ne? Ah, hätt ich gar nicht machen müssen. Äh... Sehr gut. Hallo, Kunde. Guten Tag, Regulari. Guten Tag, Regulari. Starker Name. Sehr starker Name. Äh... Ja, hallo, Kunde. Ja klar, wir kümmern uns. wir kümmern uns 70 für ein m-getränk 70 für ein m-getränk da kommen die da kommt der der roll da kommt dann kannst du den thema kurz irgendwo hinstellen denn hier weiß ich was meins auch grün der da oben ist grüner tee ich kann doch nicht ausnehmen ja ich habe es komplett vergessen tatsächlich es wird jetzt aber auch nicht mehr lange gedauert ist er da kommen für noch mal fruktose auf weil letzter tag danach ist egal ja ist alles ein bisschen wild hier aber wird schon passen so dass das grün es ist beide heiß ja für mich ist das toll ich habe vielleicht nicht genug gestört manchmal will er mich das aber auch einfach nicht machen lassen weil ich halt einfach nicht lange genug oder oder er will so dass da muss noch rein dass da muss noch rein es ist umgerührt unter zeugen sieht genauso aus wie auf dem bild beruhigen uns alle mal dafür mal noch mal eins auf auch da wieder platz ist da wir müssen ja nicht aufräumen meint es reicht mit dem tee wahrscheinlich ne wahrscheinlich sehr geehrte kunden ich kann ihnen empfehlen heute keinen grünen tee zu kaufen also doch kaufen sie heute grünen tee denn morgen ist er nicht mehr frisch eigentlich kannst du alles hier stehen und liegen lassen dass wir keinen stress nur die geräte ausmachen müssen müll ist weg ne ja aber auch das wäre wahrscheinlich egal ist ja ja perfektes timing dafür dass wir voll bankrott gegangen haben wir jetzt noch mit 1.300 plus ne aber boxes have not been stored away peinlich ja 63 einigermaßen zufriedene kunden ne würde ich sagen was 3000 umsatz stark ja findest du gut wie die tassen da noch mal ja alle mit dem arm in der luft pam pam fettes stacks of money es ist aber nicht so viel ne add ice to 500 cups of drinks habe ich vorhin schon bekommen ja ja du spielst ja auch ohne mich oh gott nur um mich vorzubereiten für dich so warte 4115 ep habe ich von wahrscheinlich 5000 heftig wie langsam das geht ne ja also wehe dieser nächste bonus ist auch nicht gold wert ey reserve manager senior clerk was weiß ich ja gut du body ja gut ich empfehle mich ich verabscheue mich es war mir wie immer eine helfe freude und da ich jetzt dann doch schon ein bisschen drüber bin mache ich es knapp und wünsche noch einen schönen abend und viel spaß mit deinem stream und allen menschen die dabei sind ja macht gut tülü bis bald 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 tülü bis bald